Welches Lied bekommt ihr? Ja, mir geht es ein bisschen besser. Kein Wochendausch am Wochenende. Aber das Lied bekommt die Muslime, wenn die mich anlügen. Nur dieses Lied. Beste Lied. Warum lügst du mich so viel an? Bruder, bist du kein Moslem mehr? Nein, ich bin kein Moslem mehr. Warum? Weil Mohammed für mich kein Prophet ist. Bruder, was sagst du da? Ja, ich kann dir das beweisen, dass er kein Prophet ist. Hör auf so zu reden, Allah. Warum? Bruder. Ja, möchtest du nicht die Wahrheit herausfinden? Gehst du dich auf die Suche, um herauszufinden, ob der wirklich ein Prophet war? Danke euch, ihr Lieben, ihr wundervoll. Glaubst du an Allah? Auf gar keinen Fall. Ich glaube an den Herrn Jesus Christus, den allmächtigen Gott, der Mensch wurde, um für uns zu bezahlen. Inshallah wirst du recht geleitet, Bruder. Inshallah findest du... Das hat der Herr Jesus Christus schon getan. Inshallah findest du den richtigen Weg. Was soll ich sagen, Bruder? Ja, guck mal, was Mohammed hier behauptet. In Sahih al-Bukhari 4697. Soll ich das mal vorlesen? Lies mal vor. Ja, also Allahs Gesandter sagte, die Schlüssel des Verborgenen sind fünf Dinge, die nur Allah weiß. Jetzt pass mal auf. Entweder der ist ein Lügner oder nie ein Prophet gewesen. Allah... Hier. No one knows what will happen tomorrow. Also niemand weiß, was morgen geschieht. Außer Allah. No one knows what is in the womb. A male or female. Also niemand weiß, was dich im Mutterleib befindet. Entweder Mädchen oder Junge. Mach dich schlau über richtige Quellen. Was sagst du? Mach dich schlau über richtige Quellen. Also dein Morali ist nicht richtige Quelle? Bruder, ich weiß nicht, wer dir das eingeredet hat und von wem du das hast. Warte mal ganz kurz. Hamam, Hamam, Hamam. Ich warte auf dich. Ich warte auf dich. Kein Problem. Ich will, dass du mich packst. Du packst niemanden. Es ist deine Sache, an was du glaubst. Aber früher oder später findest du den richtigen Weg. Du weißt gar nicht, wo ich bin. Hamam, Hamam. Du musst viel Hamam gehen, damit du viele Wäsche bekommst. Hamam, Hamam. 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 Danke, ihr Lieben. Tic-Tac, danke. Oh, Rose. Guck später. Ja, okay, ich gucke später. Später wirst du lachen. Ja, ja, ich werde immer lachen. Du weißt das. Selbst wenn du da bist, werde ich lachen. Die Leute dreck hier, die Geschwister, komm zu mir. Hamam, Hamam. Ich mach Hamam, Hamam. Hamam, Hamam. Hamam, Hamam. Guck mal. Tamam, Tamam in Hamam, Hamam. Tamam, Tamam. Hier, easy, easy für Hamam, Hamam. Hier, pass auf. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Lach alleine. Nein. Ich lache hier mit allen zusammen. Hier. Hamam, Hamam, Hamam. Guck mal, hier ist dein Lied. Hier, da hast du deine. Oh, warte, hier hat jemand ein Stummschaltpaket gebucht. Hier, Nadir. Nadir, guck mal, wie schön das ist, stumm geschaltet zu werden. Drei, zwei, eins, let's go. Easy, easy. Tamami, Tamami. Hi, kannst du mir bitte eine Frage beantworten? Der Maniak. Hier, warte, die hat jemand noch ein Stummschaltpaket gebucht. Maurice, guck mal, wie gut das ist. Maurice. Meinung zu Sinanji hat er das Zeug zum Priester. Ne, er hat das Zeug, ein richtiger Muslim zu sein. Er will ja in die Hände eines Kindes rein-jicksen, oder was? Das befindet sich in eurem Bücher, in Bad Alfa White. Band 4, Seite 36. Laut sunnitischem Islam darf der das sogar. Hamam, nein, er ist dein Daddy. Er ist dein Daddy, er praktiziert den sunnitischen Islam. Er will in die Hände eines Kleinkindes kommen. Er ist dein Daddy. Oh, danke, GG. Antikom. Amir, wie viele Likes gestern? 2,2 Millionen, ihr Lieben. Wir müssen wieder heute reinhauen. Mit Dr. Sher Abu Amir. Allah soll dich recht leiten, inshallah. Ne, ein fliegendes Bein kann niemandem recht leiten. Das Schiff kräft schon. Amir Mutti. Seit wann seid ihr Albus denn so? Adem, warum redest du so, Adem? Hat dir das deine Religion beigebracht? Ja, du kriegst auch ein Stummschaltpaket. Gott segne dich. Danke dir, Gur-Arie. Roses. Amir, juhu. Das Schiff kräft schon. Das ist das einzige was ihr könnt. Das Schiff kräft schon. Unglaublich. Gott segne dich. Du kriegst auch ein Stummschaltpaket. Danke, DTC. Amir, wie geht's? Ja, mir geht's ganz gut. Dem Herrn Jesus Christus sei Lob und Dank. Was ist mit Markus 16, 9 bis 20? Was denn damit? Was soll denn damit sein? Amir, könnt's noch Persisch? Danke. Oh, hier. Du warst nie Muslim. Nein, du User warst nur Muslim. Amir, bin ich dein bester Supporter? Ich glaub schon. Aber alle Supporter, egal ob jetzt geschenkt oder nicht geschenkt. Die liken, die teilen. Das ist alles wundervoll. Danke für die Rose, Miguel. Danke dir. Heart for you. Gott segne eure Herzen. Amir, du strattest. Hallo. Natürlich, wie Jesus Christus in mir ist. Hallo. Gott segne dich und deine Familie. Hi. Moin. Ich hätte eine Frage. Ja. Eine Fitnessfrage, er hat gesagt. Fitnessfrage? Ich bin doch nicht Coach Frankie, ey. Ja, aber du bist bereit. Soll ich jetzt auch mein T-Shirt ausziehen, wie Coach Frankie da so stehen? Ja. Nein, sowas machen wir nicht. Du kannst bei Coach Frankie gehen. Ja, aber der nimmt mich nicht rein. Ja, doch. Du musst den anbetteln. Spende bei denen 20 Rosen, dann bemerk dir. Du bist ein Supporter. Ich wollte fragen, wie man den Schließmuskel trainiert. Sag ich schon, du musst du Coach Frankie. Das schaffst du dann. Ja, okay. Dann versuch ich's mal. Ich freu mich schon auf später. Wen wir uns sehen. Lern erstmal richtig Deutsch schreiben, ey. Bevor du irgendwen sehen möchtest, ey. Das kann nicht wahr sein, ey. Oh, Hart. Welche Suche war das? Oh Mann, mein Müll steht immer noch und wartet auf dich. Ja, wenn der Müll schreibt, hast du recht. Er kann auch direkt den Müll mitnehmen. Ice Cream, Roses. Yes. Da mach ich ja lieber Ice Cream und Roses den ganzen Tag. Manche sagen, Markus 16, 29 war verfälscht. Nein, das ist nicht verfälscht. Was soll verfälscht sein? Armin, wo ist dein Kopftuch zu Hause? Du werd nicht frech. Ich sitze gerade bei deiner Oma. Okay, tschüss Hamam. Ich hab dir noch ein bisschen Schornes gelassen. Also ich wollte dich nicht stummen, aber du hast dein Stubstaltpaket gebucht. Guck mal. Drei, zwei, eins. Tschüss. Amir David. Mein Jugo-Name. Amirovic. Merkt euch das. Für die Jugos, für meine jugoslawischen Geschwister. Merkt euch, Amirovic. Guck mal, wie schön dieser Imad schreibt. Das hat ihm seine Religion beigebracht. Imad hat dir das seine Religion beigebracht. Ich sitze mit deinem Mama. Ich sitze mit deinem Mama. Schöne Grüße. Machen dir eine Schwester jetzt ja Hobby. Das ist wundervoll. Gehirn gleich drei Millionen. Richtige Gehirnstränge am Arbeiten. Gott segne dich. Hört auf mit eurer Meinung zu Aleviten. Meinungen zu dieser, Meinungen zu dieser, das ist das. Danke dir, Alex. Roses. Da war ich lieber Roses. Ihr wisst auch gestern, als ich euch erzählt habe, dass der Muhammad, sein Vater durch die Quellen des Islams, bewiesen wurde, dass er ein Gigolo war. Ein Mann, der mit mehreren Frauen, ja, ihr wisst schon was. Lasst mich euch doch mal vorlesen. Pass mal auf. Ihr geht kaputt, ehrlich. Mohammed, der Gott. Der Gott des Islams ist Mohammed. Von Qasem zu Mohammed. Von Qasem zu Mohammed. allkens. Am jemand. Was du? Ganz 20 cm. Die Schwisse. Gott segne euch, ihr Wundervollen, ihr Wertvollen, ihr Gesegneten des Allerösten. Ihr passt mal auf, ich lese euch das mal vor, das ist so wichtig, Achtung, Mohammed wurde im Jahr 570 geboren, 4 Jahre nachdem sein Vater Abdullah starb. Sicher sagen jetzt einige, wie kann ein Kind 4 Jahre nach dem Tod seines Vaters geboren werden? Die Antwort ist simpel, Abdullah wurde Mohammeds Vater genannt, er war aber nicht sein Vater. Vor dem Islam gab es eine Form der Ehe namens Zawaj al-Rahed, was Gruppenehe heißt. Und so funktionierte diese Ehe. Die Frau schläft mit einer Vielzahl von Männern, sieben, zehn oder mehr. Die Zahl bedeutet nicht viel. Bezeichnet werden diese Männer alle als Rat und Gruppen. Man könnte es auch gar nicht erst als Ehe bezeichnen. Es war vielmehr eine Sexualpraktik, die von Gesellschaft akzeptiert wurde. Wurde sie schwanger, ernannte die Frau, nachdem ihr Kind geboren wurde, beliebig einen der Männer zum Vater des Kindes. Der richtige Name von Mohammeds ernannten Vater war niemals Abdullah. Sein richtiger Name war Abdullah, was Sklave Allahs bedeutet. Allah ist einer der drei Töchter der heidnischen Gottheit Allah. Muslime verwenden den Namen Abdullah nur deshalb, weil der tatsächliche Name seines Vaters eine Beleidigung gegenüber Allah darstellt. Ich könnte in großen Detail auf Mohammeds Kindheit eingehen, aber das ist nicht Sinn und Zweck dieses Buchs. Wenngleich ich ein paar kurze Referenzen nennen, um das, was ich über Mohammeds Geburt erzähle, zu stützen. Mohammeds Mutter hatte mehrere Kinder, nicht bloß Mohammed. Wenn er erste und ein und einziger Mann, den sie je hatte, Mohammeds Vater war, wie kann es dann sein, dass sie so viele Kinder hat? Im Buch von Al-Khassas, Al-Kubra, Band 1 von Imam As-Sujuti, sagt Mohammeds Mutter auf den Seiten 132, 133, 134 und 135, ich war schwanger mit ihm und es war die leichteste von allen meinen Schwangerschaften. Danke dir, Mona. Niemand spricht von seinen Geschwistern. Wie kann er Geschwister haben, wenn Muslime behaupten, dass Mohammed seinen Vater niemals im Leben gesehen hat und seine Mutter mit ihm nur sehr kurz verheiratet war? Man füge hinzu, dass Mohammeds Vater wenige Monate, Muslime behaupten dies, nachdem er sie zur Frau nahm, starb. Die einzige Möglichkeit, die hier besteht, ist, dass seine Mutter andere Männer oder zumindest einen anderen Mann hatte. Wir können dazu viele Geschichten erzählen, aber ich werde versuchen, die Dinge nicht allzu kompliziert zu machen. In dem nachfolgenden Hadith werde ich glasklar beweisen, dass der Mohammeds angeblicher Vater Abdullah niemals Mohammeds Kothams Mutter geheiratet hat. Ich werde die Geschichte so zeigen, wie sie im Arabischen erzählt wird und sie korrekt wiedergeben, damit die Muslime nicht sagen können. Und sie werden es. Das werden sie. Auf keinen Fall lässt sich so etwas in unseren Büchern finden. Nicht nur das. Dazu gebe ich euch einen Link zur größten Website für islamische Bücher im gesamten Internet. Das Buch von Al-Sira Al-Halabiya. Ein anderer Name für das Buch von Insan Al-Unan Fisirat Al-Mamun. Band 1, Seite 128. Und so heißt es, ich zitiere, nach dem Tod von Qasem, eben Abdul Muttalib, also Mohammeds Onkel, im Alter von neun Jahren, drei Jahre vor der Geburt Mohammeds, war sein Vater Abdul Muttalib von so viel Trauer erfüllt, dass er den Propheten, als dieser geboren wurde, den Namen Qasem gab. Weiter heißt es, Auszug aus der Hadith-Übersetzung, aus dem Buch von Al-Tabarat Al-Kubra. Erste Auflage 1968, Band 1, auf Seite 95 und 96. Obed, Allah berichtete uns, es war Walaka ibn Nauf als Schwester, die sich auf der Straße nach Männern umsah. Während sie sich umsah, gefiel ihr nicht ein einziger, bis Abdullah an ihr vorbeilief. Sie griff ihn an seiner Kleidung und sprach, wie gedenkst du über meine Güter? Nimm dir von mir, was du brauchst. Er sprach jetzt nicht, wenn ich zurück bin. Er entfernte sich schnell von ihr und ging zu Amina bint Wahab, Mohammeds Mutter, und hatte SEX mit ihr. Auf seinem Rückweg danach traf er erneut auf Walaka ibn Nauf als Schwester und sprach zu ihr, möchtest du noch immer mit mir schlafen? Sie sprach, nein. Als du an mir, als du an mir vorbeiliefst, bevor du von mir fort warst, sah ich ein glänzendes Gesicht, doch nun hast du diesen Glanz in deinem Gesicht verloren. Vermutlich war er vom SEX erschöpft. Das gleiche, die gleiche Geschichte finden wir in einem Buch mit dem Titel, Al-Sira al-Nabawiyya al-Ibn Hisham, Band 2, Seite 292 von Autor Ibn Hisham al-Ansari Abdullah bin Yusuf. Die Übersetzung des obigen gezeigten Hadiths aus dem zuletzt genannten Buch im Kapitel der Frauen, die sich Abdullah ibn Abdel Muttalib für Nikah SEX anboten. Ibn Ishaq sprach, darauf ging Abdul Muttalib, Mohammeds Großvater, und er nahm Abdullah mit sich. Zur selben Zeit kreuzten sie den Weg einer Frau. Sie ist aus der Familie von Assad, Sohn von Kuzal, Sohn von Hunden. Von Hunden war der Name von Mohammeds anderen Großvater. Sohn von Murah, Sohn von Kaib, Sohn von Lue, Sohn von Qalib, Sohn von Fakir. Sie sprach, als sie sein Gesicht sah, Wohin gehst du, Abdullah? Er sagte, ich gehe mit meinem Vater. Woraufhin sie sagte, ich gebe dir die gleiche Zahl an Kamelen, die auch am Opfertag dargebracht wurde. 100 Kamele. Wenn du mit mir schläfst. Er sagte, ich kann jetzt nicht. Ich bin bei meinem Vater. Ich kann nicht von ihm ablassen. Zuhören. Mustafa, nicht Anfrage schicken. Einen Moment. Diese Geschichte verregt uns, dass die Frauen in der damaligen Zeit volle Kontrolle über ihr Leben hatten. Sie schliefen mit wem sie wollten und boten sich jedem Mann ihrer Wahl an. Ist dir aufgefallen, dass Mohammeds angeblicher Vater in der ersten Version der Geschichte das Angebot der Frauen ablehnen wollte, es aber vorerst musste, weil er ein Rendezvous mit Mohammeds Rassams Mutter hatte. Er wollte SEX mit Wadaka eben Nauf als Schwester haben. Doch dann, als er zu ihr zurückkam, hatte sie es sich dann anders überlegt. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass die Werte der Ehe in dieser Zeit keinerlei Bedeutung hatten. Wie ich bereits erwähnt und bewiesen habe, praktizierte Mohammeds Vater diese Art einer offenen, SEX-uellen Beziehung. Ich frage mich, wie das Verhältnis zwischen Wadaka eben Naufal und Mohammeds Mutter vor Geburt wohl ausgesehen hat. Ich wäre gar nicht überrascht, wenn Wadaka eben Naufal Mohammeds leiblicher Vater wäre. Ich denke nicht, dass diese Geschichte durch nichts zustande kam. In jenen Tagen boten Araber andere Männern ihre Schwestern oder gar Töchter an, wenn sie etwas haben wollten. Vielleicht versuchte Wadaka eben Naufal Mohammeds Vater davon abzuhalten, SEX mit Amina zu haben, weil er sie unbedingt für sich haben wollte. Möglicherweise schickte er seine Schwester auf diese heikle Mission. Wäre sie ein Erfolg gewesen, dann wäre er Mohammeds Vater an Wadaka eben Naufals Schwester anstelle von Amina hängen geblieben. Warte. Hat er? Okay. Was geht? Bist du am Arbeiten? Gar nicht. Ich bin nicht am Arbeiten. Ich bin ein bisschen hier am rumcruisen. Eine Runde mit Dr. Scheer Abu Amir. Hast du das gerade mitbekommen, was ich vorgelesen habe? Danke dir, King. Wie ist das Wetter so in Deutschland? Sehr gut, sehr sehr gut. Hast du das gerade mitbekommen, was ich vorgelesen habe? Ich oder was? Ja. Was denn? Ich habe gerade gezeigt, dass der Vater von Mohammed mit mehreren Frauen geschlafen hat, weil das so üblich war in der damaligen arabischen Zeit. Und der Vater von Mohammed niemals der Vater war. Das war nämlich ein anderer. Die hatten so eine Gruppen-Ehen-Beziehung dort. Also so Gruppen-SEX. Wo steht das denn? Das steht im Buch von Imama Suyuti. Warte, ich zeige es dir. Du kennst dich ja selber Null aus, ne? Checker, checker. Bruder, aber ist es nicht genug Hass in dieser Welt und alles drum und dran? Ja, was hat das denn mit Hass zu tun? Keine Ahnung, Bruder. Wenn ich etwas vorlese und den Leuten ein wenig aufklären... So ein Hetzer schreibt. Warte, ich zeige dir, was es heißt, jemanden stumpf zu schalten. Stumpfschaltpaket, go! Ja, das ist doch kein Hass, oder was? Ne, ich sage jetzt mal, ich verfolge das mal. Ich bin ja gar nicht kurz auf TikTok unterwegs und so, Bruder. Aber allgemein, die Muslime, wir auch Nicht-Muslime und hier und da... Danke, Chipsy. ...genug... Verstehst du? Hass auf der Welt und Kriege und alles drum und dran. Weißt du, wie ich meine? Ja, sollen wir nicht wenigstens über einige Dinge sprechen, die unsere Ewigkeit betrifft? Beispielsweise, wenn wir in den Tod gehen, was passiert mit uns? Wo gehen wir hin? Was bieten uns Religionen? Wer ist der wahre Weg zu Gott? Wer ist Gott überhaupt? Woher kommen wir? Verstehst du? Ja, Bruder, das ist so, wie gesagt. Aber da kann sich jeder miteinander aussetzen. Wie gesagt, für mich ist ein Mensch sowieso, wie gesagt, Liebe und Hass. Wer ein Mensch hassen kann und alles drum und dran, das ist kein Mensch für mich. Verstehst du, was ich meine? Es geht ja um Nächsten, Liebe und alles drum und dran. Wenn du ein guter Mensch bist, kommst du in einen guten Ort. Wenn du ein schlechter Mensch bist, gehst du in einen schlechten Ort. Ja, aber die Bibel sagt was anderes. Die Bibel sagt, wir sind alle schlechte Menschen. Nein, Bruder, was ich mir sagen will, ob Muslim, Christ oder was auch immer. Wenn du schlecht bist, egal welcher Religion, gehst du dorthin. Wenn du gut bist, gehst du auf ein anderes Ding hin. Verstehst du das? Das stimmt gar nicht. Das stimmt nicht. Im Koran heißt es, wenn jemand etwas anderes als den Islam begehrt, der wird für alle Ewigkeiten in der Hölle landen. Ja, ja. Und so heißt es ja auch in der Bibel. Wenn ich glaube, dass der Herr Jesus Christus stellvertretend für ihn gestorben ist und das Opfer am Kreuz angenommen hat, der wird auch für alle Ewigkeiten verloren. Das sage ich ja. Darum sage ich ja. In jeder Religion gibt es seine eigenen Regeln. Wenn man gut ist, ist man gut. Wenn man schlecht ist, ist man schlecht. Für jeden. Die Bibel sagt so. Der Koran sagt so. Danke. Danke dir, mein Bester. Ja, das hat aber nichts. Ich konstruiere nicht gerne über Religion. Jeder muss für sich wissen, was... Ja, aber machst du dir selber so keine Gedanken, was mit dir so passiert? Du hast doch für alles eine Versicherung. Für Auto, für Krankenversicherung. Alles hast du Versicherung, richtig? Ist so. Ja, was ist mit deiner Versicherung für das ewige Leben? Das kann Gott entscheiden, wo ich hingehöre. Verstehst du was? Deswegen solltest du ja Gott fragen. Gott, wenn es dich gibt, ich kriege von allen möglichen Seiten verwirrende Antworten. Zeig du dich mir doch. Verstehst du, wenn du doch an Gott glaubst. Dann sollte sich doch Gott sich dir offenbaren, oder nicht? Durch Zeichen. Es hat genug, genug Zeichen gegeben, wie auch in der Bibel, außer im Koran, in der Tora und weiter auch. Verstehst du was ich meine? Dass er existiert. Er hat Sachen geschrieben, die jetzt passieren. Verstehst du, was ich meine? Und danach sagst du, wo ist er, was ich mir zeigen? Verstehst du, was ich meine? Er sagt es selber in Jeremia 29, 13. Wenn ihr mich sucht von ganzem Herzen, so werde ich mich von euch finden lassen. Verstehst du? Du hast ja noch niemals Gott gefragt. Gott, wenn es dich gibt, zeig dich mir. Oder gib mir ein Zeichen, wer du bist. Danke, Fabian. Wie gesagt, es gibt genug Zeichen. Okay, fragen wir mal anders. Du meinst, so wie es sich anhört, gehörst du zum Islam, oder was? Bruder, ich bin Moslem, ja, aber jetzt nicht so der praktizierendste Mensch auf der Welt. Verstehst du, was ich meine? Was soll ich dir sagen? Das Problem ist, du weißt ja, der Mohammed hat gesagt, das, was uns und die Ungläubigen trennt, ist das Gebet. Wer es aufgibt, der ist einer von ihnen. Du betest bestimmt nicht fünfmal am Tag, ne? Nee, fünfmal am Tag nicht, Bruder. Ja, dann bist du mit Konsens ein Ungläubiger und gehörst nach Scharia dann dementsprechend behandelt, ne? Oh, das ist so. Wie gesagt, aber die Menschen ändern sich, wie gesagt. Ja, aber das geht um dein Leben. Wenn die Muslime eines Tages Scharia einführen, dann werden die dich aufgrund deines Nichtbetens killen. Wer will die Scharia auf der ganzen... Hast du Angst von dem, dass die ganze Welt unter der Scharia gehört, oder was? Ich habe keine Angst, ich habe meine Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Ich meine nur für dich, dass deine Religion eines Tages für dich zum Verhängnis wird. Wer ist denn Jesus Christus, Bruder? Kannst du mir mal erklären, bitte? Jesus Christus ist der ewige Sohn Gottes, der Mensch wurde. Was war er? Er ist der ewige Sohn Gottes, der Mensch wurde. Aber ihr sagt doch, wie gesagt, Jesus ist auch Gott, oder? Richtig, er ist Gott der Allmächtige, der ins Fleisch gekommen ist. Sohn Gottes ist ja nur dein Titel. Gott der Sohn. Du musst verstehen, dass wir Christen an den dreieinigen Gott glauben. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Ein Teil dieser Trinität kam als ein heiliger Mensch auf der Erde. Was? Ihr betet ja Jesus an, oder? Ja. Wir beten sowohl den Herrn Jesus an, als auch den Vater. Wie im Koran, auch im Bibel steht doch irgendwo, ist mir hängen geblieben, dass Jesus seine Stirn auf den Boden gelegt hat und zu Gott gebetet hat. Aber wie kann er Jesus anbeten? Zu seinem Vater. Zu seinem Vater. Zu seinem Vater. Zu seinem Vater. Weil der Vater betet auch zum Sohn. Was ist, wenn ich dir zeige, dass der Vater auch zum Sohn betet? Ich bete meinen Vater nicht an, verstehst du das meine? Ja, du bist ja auch ein normalsterblicher Mensch. Verstehst du das meine? Aber wie kannst du jetzt... Ja, du bist ja auch ein normalsterblicher Mensch. Du kannst dich doch nicht mit Gott vergleichen. Warte doch, warte doch. Ich warte. Warte kurz. Ich lass dich ja ausreden, lass mich auch ausreden, oder? Ja, okay. Okay. Du betest jemanden, der jemanden anderen anbetet. Hören. Ja, deswegen sage ich dir doch gerade, du hast mir nicht zugehört. Aber ich kann ja Gott sein. Mein Lieber, mein Lieber, er betet den Vater an, aber der Vater betet auch zum Sohn. Das ist eine innige Beziehung, die aufrechterhalten muss, innerhalb dieser Trinität. Verstehst du? Aber wo ist der Beweis, wie gesagt, dass der Vater zum Sohn betet? Johannes 17, 5. Vater, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Verstehst du? Ja, aber wo steht da drin, dass er ihn anbetet? Dass Gott jeden anbetet? Das kann doch nicht wahr sein. Bruder, sag mir das. Verstehst du, was ich meine? Kannst du Deutsch, kannst du mir überhaupt folgen, was ich dir überhaupt sage? Hast du verstanden, was ich dir gerade respektiert habe? Ich habe gesagt, der Herr Jesus Christus sagt selber in Johannes 17, 5. Vater, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Also existiert Jesus Christus, ehe die Welt war und er war beim Vater und genoss die gleiche Herrlichkeit. Hast du das jetzt verstanden? Genau, das ist so. Aha, genau. Sehr gut. Also siehst du, Vater betet zum Sohn, mein Lieber, Vater betet zum Sohn und Sohn betet zum Vater. Ich will dir noch was erklären, oder kannst du mir was besseres erklären? Es steht doch auch in der Bibel, dass der Jesus Gott ist, aber wie Mensch ist und sündenfrei ist, oder? Ja, richtig. 100% Mensch und 100% Gott. Aber wenn er Mensch ist, warte, er kann nicht 100% Mensch und 100% Gott sein. Gott kann alles, wenn er will, kann er 100% Mensch sein und 100% Gott. Er kann im Himmel sein, als auch auf der Erde. Was bist du für ein Landsmann? Was bist du für ein Landsmann? Warte mal. Was bist du für ein Landsmann? 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 Bosnien. Hä? Bosnien. Bosnien, wie heißt du? Hamza. Hamza. Bist du jetzt Hamza oder bist du ein Bosniener? Ich bin ein Mensch, wenn du sagst. Aber kein, aber du bist nicht Hamza? Doch, bin ich. Das ist mein Name. Nee, das geht nicht. Du kannst nicht beides sein. Doch. Ach, das geht auf einmal. Doch, ne? Ja, aber du vergleichst hier zu zwei Paar Schuhe. Verstehst du das? Ich will dir doch nur sagen, wie schwach. Du musst weiterdenken, wenn du an Gott glaubst. Wenn du an Gott denkst. Verstehst du? Gott ist weit über unsere Vorstellungskraft. Wie kann Gott als Mensch sündenfrei sein? Aha, siehst du? Wie kann Gott? Dass du fragst, wie kann Gott? Glaubst du nie an Gott? Nee, nee, warte. Warte, warte. Ich kann nicht ausreden. Er sagt, Jesus ist Gott und zugleich Mensch. Und sündenfrei. Das funktioniert gar nicht. Nein, Gott kann doch das nicht. Er hat auch seine Gelüste gehabt als Mensch. Nee, ganz und gar nicht. Der Herr Jesus Christus hat gesagt, wer eine Frau mit lüsternem Blick anguckt, der hat Ehebruch in seinem Herzen begangen. Das hat Mohammed getan. Und Jesus nicht? Natürlich nicht. Der Herr Jesus Christus hat allem widerstanden. Was hat er widerstanden? Ja, wenn jemand sündlos ist, meinst du, dann heißt es, dass er Frauen mit lüstern Blick anguckt? Jetzt mal ehrlich. Wenn er Mensch ist, dann hat er auch seine Gelüste, Herr Bruder. Dann kann er nicht sündenfrei sein. Nein, er ist sündlos. Er kam als ein sündloses Wesen auf diese Erde. Weil er Gott, der Allmächtig ist, der ins Fleisch gekommen ist. Jesus widerstand dem Teufel. Jesus widerstand den Versuchungen. Alles hat er gepackt. Bis zu seinem Leben, bis zu seinem Ableben am Kreuz. Sündenfrei. Der, der keine Sünde kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht. Amen. Wie gesagt, da liegst du komplett falsch, wie gesagt. Ja, okay. Stell dir mal vor, der Mohammed hat ja die Frau von seinem Adoptivsohn Said ausgespannt. Jetzt stell dir mal vor, das ist dein Vorbild. Was würdest du von deinem Freund denken, der zu dir nach Hause kommt, du bist nicht zu Hause, der guckt deine Frau mit lüsternem Blick an und spannt dir deine Frau aus. Was ist das für ein Mensch? Bruder, wie gesagt, das sagst du jetzt. Das sage ich? Soll ich das jetzt vorlesen? Warte. Aber du liest was vor, wie gesagt, von einem Buch, das noch nicht mal, das hundertmal abgeändert wurde. Ich lese dir aus einem Tafstil, zur Koran-Suche 33, Vers 37 vor. Du weißt ja gar nicht, wer Mohammed war. Das ist so unglaublich, ey. Aber wie kann Gott sterben überhaupt? Gott kann nicht sterben, aber als in Fleisch gekommen, kann er natürlich sterben. Beispielsweise das Wort Gottes, der Koran. Kann man das Wort Gottes töten? Aber du vergleichst hier Mohammed, der kein Gott war, mit Jesus, der Gott war. Das macht doch keinen Sinn. Warum betet dann Allah zu Mohammed in Suche 33, Vers 56? Wo steht das Wort, wo Mohammed betet? Was redest du? Lass uns nicht das Thema wechseln. Wir bleiben erst bei Mohammeds wundervolle Moral. Guck mal hier, Tafsir al-Kurto, wie Band 14, Seite 172. Hörst du zu? Hörst du zu? Muratil berichtete, dass der Prophet Zeynep die Tochter Jash mit Said verheiratete und sie daraufhin eine Zeit gemeinsam mit Said zusammenlebte. Dann eines Tages kam der Prophet in Said's Haus und fand dort Zeynep vor. Sie war weiß mit einer atemberaubenden Figur, eine der vollkommensten Frauen unter den Korayisch. Er begehrte sie und sprach, gepriesen und wundersam ist Allah, der mein Herz höher schlagen lässt. Stell dir mal vor, dein bester Freund kommt zu dir, du bist nicht zu Hause, der sieht deine Frau halbnackt und dann sagte er, boah, danke Gott, dass du mein Herz für die ausflippen lässt. Was wird das im Koran auch? Achtung, Achtung, Zuche 33, Vers 37. Nein, nicht ausfüllen. Achtung, hör zu. Gepriesen und wundersam ist Allah, der mein Herz höher schlagen lässt. Als Zeynep erfuhr, dass der Prophet durch sie erregt war, teilte sie dies Said mit, der auf der Stelle verstand, was er zu tun hatte. Said sprach zum Propheten, O Prophet, Allah, erlaube es mir, mich von ihr scheiden zu lassen. Denn sie wurde arrogant. Sie glaubt, dass sie mir überlegen sei und beleidigt mich mit ihrer Zunge. Der Prophet antwortete, behalte deine Ehefrau für dich und fürchte Allah. Es heißt, dass Allah einen Wind schickte, der den Vorhang Zenebs Zimmer anhob und man sah sie durch das Fenster ihres Hauses von draußen sehen konnte. Der Prophet sah sie in diesem Moment und begehrte sie. Scheinbar gefiel es Zeneb, dass der Prophet sie begehrte. Als Said wieder herein gekommen war, erzählte Zeneb, was zuvor passiert war. Dadurch war Said fest entschlossen sich von ihr scheiden zu lassen. Und so steht im Johannes 5 Vers 30, er soll, dass Jesus da nichts machen kann. Was nichts machen kann? Eben. Warst du gerade gegoogelt oder was? Warst du gerade bei Schech googelt? Nein, Bruder. Was für Schech googelt, ich bin ja hier die ganze Zeit. Ja, ja, ich weiß, dass du da bist die ganze Zeit. Warte, ich muss mal ein paar Leute mit tun. Sag mir doch was vor, was begleibigt wurde von Gelernten, nicht mal aus dem Islam, dass der Koran nicht abgeändert wurde. Und du liest mir hier sagen... Ach, der ist nicht abgeändert? Soll ich dir beweisen, dass der abgeändert wurde? Und der Bibel, die 100.000... Soll ich dir beweisen, dass der abgeändert wurde? Lies doch das vor. Lies doch das vor. Lies doch das vor. Johannes Vers 5. Ja, lies uns mal vor. Lies doch vor, du bist der Leser hier. Du bist der Leser, nein, du bist doch der Leser. Nein. Du bist der Leser, du bist der Leser von oben, Leser. Ja, Leser. Das fragt meine Community, du sollst das mal vorlesen. Ja, alles davor. Diese hier Vogel-Community meinst du die... Nein, ich sag das, was geht nicht. Guck mal hier. Sag mal deiner Community in Sahih Muslim. Hadith 1, 4, 5, 2a. So heißt es. Aisha berichtete. Es wurde überliefert im Heiligen Koran, dass zehn klare Stillgänge eines Erwachsenen die Ehe unzulässig machen. Dann wurde es abrogiert und ersetzt durch fünf Stillgänge und der Apostel... Was? Live für zehn Minuten eingeschränkt? Was denn? Was war das denn? Oh man, der Konsum der in diesem live gezeigten Substanz ist möglicherweise gesundheitsschädigend. Ja, der hat geraucht, ne? Der Typ hat geraucht. Ja, er hat geraucht, weil er raucht. Alles klar. Ja, deswegen hat sofort TikTok gesagt, äh, trennen. Er hat geraucht, okay. Danke, Marzenka. Aber das war gerade heftig, der TC. TC heftiger, Mann. Heftiger Bruder, ehrlich. Roman, danke dir, danke dir. Ja, müsst ihr euch mal vorstellen, ne? Deswegen erwähnen wir das ja sehr oft, damit die Muslime sich ja so Gedanken machen, wer überhaupt Mohammed war. Ja, stellt euch mal vor, ihr bester Freund kommt zu euch nach Hause und dann spannt ihr euch eure Frau aus. Was ist das denn, bitte, Mann? Und dann, das Schlimmste ist ja auch noch, dass er von Gott diese Tat so, äh, in sein Herz gelegt bekam, ne? Dass Gott sagt, geh und mach, Mohammed. Ist nicht wie bei David, wo David außerhalb der Befehle Gottes diese Schandtaten begangen hat und Gott ihn dafür zur Rechenschaft gezogen hat. Nein. Der, der, der Mohammed, danke dir, Hasseln, Flo. Der, äh, Hasseln, Faith meine ich, Hasseln, Flo. Ich bin bei dem Film, ne? Ja, ja. Der, der Konsum, der, ja, ne, der ist doch schon raus. Der ist doch schon raus. Warum soll ich den Stream jetzt neu starten? Danke, André. Gott, Amja, wie geht's? Ja, Gottes Ding. Warte, ich glaube, ich geh mal raus und wieder rein, weil nicht, dass die den Livestream hier jetzt gleich beenden, oder was, ne? Ich muss neu starten, ja. Ah, wo hättest du? Ich muss neu starten, Leute. Warte, ich geh nochmal raus und komm nochmal rein, ja? Oder soll ich drinnen bleiben, oder was? Ja. Das steht immer noch, also wir konsumieren. Nein. Das mit den Zigaretten da, die Verwarnung steht immer noch. Ja, ich weiß, deswegen, ich weiß nicht, ob TikTok, äh, das dann beenden wird, aber hier ist, ich hab, ey, guck mal TikTok, ich hab keine, äh, Zigarette. Neustarten, ja, okay. Ich mach Neustarten, ich komm sofort, ja. Danke gerne. Bruder, ich liebe dich, ich schick dir was, Moment. Danke, Diego. Abso, abo, 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 hansa. Ich geh da. Wie geht's dir? Oh, Silvester, Diego, oh, pack, pack. Gut, wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut, dem Herrn Jesus Christus sei Lob und Dank. Handel Jesus. Dir gefällt das voll, ne, diese Hetzerei so mäßig. Was ist denn Hetzerei für dich? Also, du sagst ja, du hast ja den Frieden gefunden im Christentum, oder? Ja, richtig. Und ich möchte den Frieden auch mit den anderen teilen. Okay, das kann ich ja verstehen, aber ich denke doch, ein Mensch, der Frieden gefunden hat, der hat doch keinen Hass im Herz, oder? Bitte? Ein Mensch, der Frieden gefunden hat, der hat doch keinen Hass oder Heg im Herzen. Du siehst doch, ich hasse dich nicht. Ich kann auch zu dir sagen, ich liebe dich und trotzdem Aufklärungsarbeit betreiben, oder? Ja, aber Aufklärung muss man dann auch schon richtig machen. Danke, Berle, danke, Isabel. Ja, aber du siehst ja, was ich mache. Ich beleidige niemanden. Ich lese ja nur einige Sachen vor und gebe meine Meinung wieder. Das ist auch verboten. Es ist nicht verboten, aber du liest aus Büchern, die nicht authentisch sind, und du lässt Sachen weg. Sahih Bukhali ist nicht authentisch! Sahih Muslim ist nicht authentisch! Doch schon, aber das war ja kein Sahih Bukhali oder Muslim, was du gerade vorgelesen hast. Ja doch, guck doch hier! Sahih Muslim 1452a. Bin ich im Irrenhaus mit euch, oder was? Du hast doch gerade die andere Quelle von dem Buch gelesen, das, was du gerade vorgelesen hast. Ah, okay, ich habe dir aber eine Quelle genannt. Quelle Katalog. Ja, die vorherige Quelle. Die vorherige Quelle. Die habe ich schon gesagt, aus dem Buch von Imam Asuyuti. Ist auch nicht authentisch. Wer ist denn Imam Asuyuti? Ein Muslim? Ja, dann geh mal und such mal nach, wer Imam Asuyuti ist. Das ist ja dasselbe, wie wenn ich sagen würde, jetzt mal als Beispiel. Ich würde sagen, ich bin Johannes Paul und ich schreibe jetzt irgendeinen Quatsch über den Christen. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Okay, ich merke, du hast überhaupt gar keine Ahnung vom Islam. Dann setz dich erstmal auseinander, wer Imam Asuyuti ist. Dann kannst du wieder hier reinkommen und sagen, es tut mir leid, Dr. Scheer Abu Amir, ich war ein unwissender Jahil. Du hast recht, das ist ein großer Gelehrter, den du hier zitiert hast und ich werde jetzt meine Klappe halten und werde dir zuhören. Okay? Also, ich will einfach nur, dass du mir die Frage beantwortest. Ja, hab ich doch gerade. Geh erstmal herausfinden, wer Imam Asuyuti ist und dann kannst du reinkommen. Guck mal hier, schreibt jemand, Imam Asuyuti, Rahimullah, ist authentisch, aber du nicht mit deiner Auslegung, siehst du? Aha, die Leute kennen Imam Asuyuti, aha. Ich meine jetzt die Frage, die ich dir gestellt habe am Anfang. Du hast gesagt, du hast Frieden im Herzen gefunden, dann hast du ja nichts gegen Andersgläubige, oder nicht? Habe ich doch nicht. Du hast doch was gegen Andersgläubige. Dein Koran hat doch was gegen Andersgläubige. Ich zitiere dir nur aus dem Koran. Dein Glaube ist dein Glaube, mein Glaube ist mein Glaube. Ja, wurde von Suche 9, Vers 5 abogiert. Wie? Also du willst sagen, dass sich das widerspricht? Ja, genau. Suche 9, Vers 5 hat den Vers Suche Al-Karfinon aufgehoben. Also unser Glaube sagt, dein Glaube ist dein Glaube, mein Glaube ist dein Glaube und das weißt du auch selber. Okay, alles klar. Für mich mein Glaube und für dich dein Glaube, richtig? Da haben wir einen Widerspruch in deinem wundervollen Koran. Suche 9, Vers 29. Kämpf gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben. Was denn jetzt? Deine Religion ist deine Religion, meine Religion ist meine Religion? Oder soll ich dich töten und bekämpfen aufgrund deines Glaubens? Okay, gut, dass du diesen Vers erwähnt hast. Wann kam denn dieser Vers und zu welcher Zeit und zu welchem Event? Da kannst du den Ibn Kathir mal fragen. Ich weiß es, ich kann es dir auch hier sagen. Ja, dann sag mal bitte, du heftigster Chech. Ich bin kein Chech, aber ich kenne mich halt aus mit meiner Religion. Ja, okay, bist du heftiger als Ibn Kathir? Du im 21. Jahrhundert, ein TikTok-Muslim, der mit dem Islam nichts zu tun hat? Der nicht mal weiß, was ein Nase rum, was man sucht. Guck mal, wir sind Erwachsene, du musst mich auch nicht beleidigen. Ich beleidige dich ja auch nicht. Ja, aber du bist ja auf TikTok ein Muslim. Bist du kein TikTok-Muslim? Ich bin kein TikTok-Muslim. Ich bin ein ganz normaler Mensch, wie du auch, wie jeder andere auch. Ja, aber du bist auf TikTok ein Muslim, also TikTok-Muslim. Ich habe ja keinen Content über Religion. Ich bin einfach hier, um mich mit dir darüber zu unterhalten. Okay, ist doch kein Problem, wir unterhalten uns. Aber du musst auch eine gewisse Basic haben von deiner Religion, oder nicht? Ja, habe ich doch. Ich wollte dir doch gerade sagen, zu welchem Irrend dieser Vers... Ja, du zitierst mir. Weißt du überhaupt, was Abrogation ist, mein Lieber? Soll ich ausreden, oder bist du... Bestimmt nicht. Kommen wir mal zurück zu dem Vers. Okay, ich danke dir von ganzem Herzen. Merkst du, du willst nicht antworten, weil du keine Ahnung von deiner Religion hast? Eins nach dem anderen. Antworte mir erst mal darauf, dann gehen wir weiter. Weißt du, was Nasichwamansuch ist und wo man das findet? Hast du Lust bei der ersten Frage zu beginnen? Was bedeutet Nasichwamansuch? Das kann doch nicht wahr sein. Du hast mir gerade einen Vers genannt, das tötet die Ungläubigen, richtig? Ja, und dann habe ich dir gesagt, was hebt denn die Surah 119, Surah Al-Kafinon auf? Weil du zitierst einen abrogierten Vers, den man überhaupt nicht mehr zitieren darf. Es gibt im Koran keinen Vers, der den anderen aufhebt. Das sind alles Verse, die zu bestimmten Zeiten kommen. Absolut. Okay, was steht dann in Surah 2, Vers 106, wo Allah sagt, wenn wir einen Vers tilgen oder in Vergessenheit geraten lassen, bringen wir einen besseren, einen, der eben gleich ist. Sonst haben wir tausend Widersprüche im Koran. Ja, aber das heißt ja nicht, wenn ein Vers offenbart ist, dass er dann ungültig ist. Verstehst du? So ist das. So sagen die, die lernen das aber. Nein, das ist falsch. Das hast du dann falsch verstanden. Gibt es einen Muslim hier drinnen, der mich bestätigt und sagt, ja, Amir ist zwar ein Christ, aber der hat recht. Steht zu eurer Religion. Komm. Hier. Nein, Amir stimmt nicht. Also Surah 2, Vers 106 ist natürlich völliger Quatsch. Surah 16, Vers 101 ist völliger Quatsch. Und die TikTok-Muslime haben mehr Ahnung als die Mufassilien des Islam. Ich weiß, natürlich. Was sagst du denn zu den gewalttätigen Bibelfersen, die du auch nicht hier wiedergibst? Siehst du, und da haben wir das Problem. Da können wir das wahrhaftig in einem geschichtlichen Kontext sehen, dass Israel die Kriege geführt hat und die anderen Stämme Kriege geführt haben, die es heutzutage nicht mehr gibt. Aber es gibt ja Juden und Christen. Und aufgrund eines Korans siehst du, wie die ganze muslimische Welt die Juden und Christen verfolgt und sie umbringt und von den Jizia verlangt. Okay, und zu der Zeit von Mohammed, gab es keine Kriege und Schlachten, zu denen die Verse kam? Siehst du, sag ich doch, Mohammed konnte ja friedlich in Medina leben. Er hat doch die jüdischen Dörfer angegriffen. Er hat doch die jüdischen Dörfer angegriffen. Mohammed ist von Mekka ausgewandert, was du sicher weißt. Du kennst ja die Geschichte von Islam. Ja, du siehst du, sag ich doch, der ist von Medina ausgewandert und hat dort angefangen, seinen Schreckenskalifat durchzusetzen. Seinen Schreckensstaat. Die Ansar von Medina haben ihn aufgenommen dafür, für den Islam. Ja, okay, und was hat er mit den umliegenden jüdischen Völkern gemacht? Sag uns das mal bitte. Alle Verse, die du zitierst... Was hat er mit Banu al-Nadil gemacht? Was hat er mit Banu Mustalet gemacht? Was hat er mit Banu Kureyza gemacht? Erzähl mal von diesen drei Stimmen. Erzähl mal, komm. Alle Verse, die du zitierst, die sind aus dem Kontext. Leider du... Okay, ich danke dir. Ich hole mal jemanden, der ein bisschen mehr Ahnung von seiner Religion hat. Dankeschön. Jetzt ist auch gut, ehrlich. Da nenne ich den drei jüdischen Stimmen, dass er es gesagt, authentisch und zu seiner Religion steht. Ja, Amir, du hast recht. Mohammed hat diese Dörfer angegriffen und wir stehen zu unserer Religion. Nicht ein Muslim gibt's hier, der zu seiner Religion steht und sagt, ja, Amir, du bist ein Kerlfeld, aber du hast recht. Nur El-Kurdi macht das, ey. Und einige andere, aber die trauen sich nicht, hier reinzukommen. Abo-Hetzerei. Ja, danke. Was geht ab? Nicht viel, aber ich höre so Deutschrap. Ich geh kaputt, ey. Bruder, kann ich rein? Ja, hast du tausend Abonnenten? Hallo, ja, hast du. Komm, schick mir eine Anfrage. Nein, komm, hört auf mit dem Unsinn hier. Die schicken mir Anfragen. Hört auf damit. Okay, da muss ich euch leider Einladung für diese deaktivieren. Tschüss. Die geben nicht auf. Okay, ciao. Ah, ja. Wieder ein Dingsgeschick, eine Anfrage, eine Anfrage, eine Anfrage. Hi, Amir, Bruder. Alles klar? Ja, alles super. Gott segne dich und deine Familie. Dich ebenso. Bruder, ich war ja gestern schon drin, vielleicht kannst du dich daran erinnern. Ich war der, der den Islam verlassen hat. Ah, sehr gut. Danke. Danke. Das Top-Argument von vielen Muslimen ist immer, ja, das ist aus dem Kontext gerissen, dies, das und so weiter und so fort. Ich könnte jetzt von morgens bis abends hier noch so viele Tafsire von Al-Khurtabi aufschlagen, wo Inzest erlaubt wird, TikTok sportlich. Wo Mohamed, wie du schon erwähnt hast, die Frau seines Schwiegersohns, äh, von seinem Adoptivsohn geklaut hat, sozusagen. Ja. Oder vor allem habe ich auch vorhin gesehen, dass ein Junge namens Hazard hier drin war, in der Gastanfrage, und der ist ja höchstwahrscheinlich Kurde. Und ich bin genauso Kurde, Bruder. Und Kurden waren ursprünglich keine Moslems, die wurden dazu aufgezwungen. Ja, ich weiß. Sehr gut, dass du dich mit deiner Gesichter auseinandersetzt. Ja, natürlich, Bruder. Ich, guck mal, ähm, ich dachte damals, Amir, ich sag ganz ehrlich, Bruder, ich dachte damals immer, dass ich, äh, ja, hier, der Islam ist so weit und er ruft nicht zum Terror auf, dies, das, aber das tut er ganz klar. Es gibt etliche, äh, Tötungsbefehle, Tötungsdelikte im Koran. Etliche, äh, diese gegenüber Ungläubigen. Also, Bruder, das weiß wir selber, du hast ja deutlich mehr Wissen als ich, und ich, ich mit meinem kleinen Wissen habe jetzt schon mir so viel angeeignet über diesen Terror. Sehr gut. Verstehst du? Ja. Und, Bruder, äh, was, was wirklich ausschlaggebend war, habe ich auch gestern schon gesagt, äh, war dein Interview mit Abunaji. Also, Bruder, äh, jetzt TikTok-sportlich, das war aber eine reinste Penetrierung, was du mit dem da angestellt hast, was für Argumente du da benutzt hast. Das war heftig, ne? Ja, Bruder, wirklich, das... Ja, also, das empfehle ich auch jedem Muslim, der hier drin ist, seid nicht voreingenommen und seid neutral und bitter. Guckt euch mal dieses YouTube-Video an, da werdet ihr wirklich die Wahrheit über den Islam sehen. Amen, sehr gut, mein Lieber. Gott segne dich, mein Gesegneter. Ja, Bruder, und ich danke. Danke. Gottes Segen. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Ich danke dir für deine Aufklärung hier auf TikTok. Gerne, gerne. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Mir gebührt keine Ehre. Bruder, mein Internet ist sehr schwach. Ich würde sagen, ich gehe raus. Okay, alles klar, mein Lieber. Du kannst immer wieder reinkommen, wenn du willst. Gottes Segen ich dir auch. Gottes Segen. Ciao. Ciao. Gerne. Danke, Bero. Roses. Roses, Bero. Ros, danke dir. Du wirst gesucht, Armin, ja, lass dich mal weitersuchen. Wir sollen... Catch Me If You Can. Kennst du den Film? Padrino, kennst du den Film? Catch Me If You Can. Ich bin hier, Dings. Leonardo Di Cabrio. Ein bisschen weniger Kukse, Armin. als würde ich irgendwas nehmen. Ich bin naturglücklich, naturfröhlich. Weißt du auch wieso? Weil der Herr Jesus Christus hier das im Herzen macht. Und das kann nur der Herr machen. Du darfst dich glücklich schätzen. Weißt du auch wieso? Weil der Herr Jesus Christus sein Leben gegeben hat, dass du dann leben darfst und du darfst glücklich sein. Psalm 118. Lasst mich euch das vorlesen. Psalm 118, 4. Leute, stimmt das? Psalm 118, 4. Hat Dr. Schech recht? Psalm 118, 4. Was meint ihr? Hat der Schech recht? Psalm 118, 4. Mal gucken, ob ich recht habe. So sollen denn die den Herrn fürchten sprechen, ja, seine Gnade wird ewiglich. Ich rief zum Herrn in meiner Not. Der Herr antwortet mir und befreite mich. Der Herr ist für mich. Ich fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? Der Herr ist für mich. Er kommt mir zu Hilfe und ich werde meine Lust sehen, an denen, die mich hassen. Besser ist, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Aha! 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 Seht ihr? Nur auf den den Halt. Ja! Da. Psalm 118, Vers 22, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen. Es ist wunderbar in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Aha! Aha! Wir wollen uns freuen und fröhlich sein im Herrn. Seht ihr? So sieht's aus. Psalm 118, Vers 24. Du bist durch. Du bist noch durch, Samada. Komm mal hier rein. Zeig mal, wie durch ich bin. Warum konvertiert? Weil der Herr Jesus Christus die Wahrheit ist und der Islam die größte Lüge der Menschheitsgeschichte. Hallo? Hi, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Danke, Gott segne dich auch. Ich wollte noch etwas fragen zum Christentum. Ja. Also Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen nervös, weil ich bin gerade reingekommen. Auf einmal, eine Live-Anfrage wird angenommen. Es ist nicht schlimm. Atme durch und atme tief ein und tief aus. Ja, also auf jeden Fall erstmal, ich bin selber Christ, aber ich habe halt eine Frage und zwar, ich habe gesehen, wenn Leute... Okay, wenn du Christ bist, warte mal, wenn du Christ bist, wer ist Jesus Christus für dich? Wie bitte? Wer ist Jesus Christus für dich, wenn du Christ bist? Jesus Christus ist mein Gott, Erlöser und Sohn Gottes. Er ist der Messia. Okay, alles klar, dann machen wir rein. Auf jeden Fall, ich wollte fragen, kann man Gott sehen, weil im Vers Matthäus 5, 8 kann man lesen, dass man, wenn man ein pures Herz hat, Gott sehen kann. Und ich habe viele Videos am Internet gesehen, wo Menschen sind, die ein Zeugnis abgelegt haben. Also, sie haben Jesus mit eigenen Augen gesehen. Ja, der Herr Jesus Christus kann sich natürlich durch verschiedene Art und Weise zeigen, auch durch Träume und alles. Ich kenne das auch und habe mir damals eine Nahtoderfahrung angeguckt von einem Mädchen, die eindrucksvoll diese ganzen Dinge geschildert hat, die mich sehr fasziniert haben. Weil ich auch die ganze Zeit dieses, also diese ganzen Sachen, die sie mir gesagt hat, hatte ich ja auch im Hinterkopf gehabt. Und die hat mich da quasi voll bestätigt. Und ich dachte mir so, Wahnsinn. Die sagt genau die Sachen, die ich selbst recherchiert habe. Und auf einmal höre ich das von ihr. Also es kann durchaus sein, dass der Herr Jesus Christus sich durch Träume auch zeigt. Überall, auch den Muslimen und weil der Herr ja Zeichen schickt. Ja, der Herr ist gut. Ich würde ihn auch so gerne sehen, das wäre so krass irgendwie. Also ich bin ja damals... Ich bete auch immer so, dass ich einmal den Herrn mal sehe durch ein Traum oder irgendwie. Jeden Tag mache ich das. Bitte komm in mein Traum, bitte erscheine von mir. Immer mit der Hoffnung. Ich muss dir sogar danken. Also du hast mir gezeigt, was so mit dem Islam los ist. Ich war ganz kurz im Islam. So ein Typ, der hat mich überzeugt. Aber ich habe herausgefunden, der hat sehr, sehr viel verdreht. Und ich finde, also ich bin zum Christen zurückgekommen. Weil ich finde, es ist die Religion, die sich abhebt. Also alle anderen sagen ja nur Werke, Erlösung und so. Aber Christentum, Gott hebt sich ja ab. Gott ist anders als wir. Und so ist es der Christentum. Er sagt, Jesus hat uns erlöst. Und das hast du mir gezeigt. Wollt ihr nochmal danken dafür, ne? Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Gut, dass du wieder zur Besinnung gekommen bist, ey. Ja, klar. Amen. Seht ihr, ihr Lieben, was die Videos auswirken? Seht ihr, ihr müsst nur den Herrn machen lassen. Beten und sagen Danke, Herr, für jeden Einzelnen, der für dich arbeitet. Danke für deine Arbeit, Herr Jesus Christus. Gepriesen sei dein heiliger Name. Gepriesen sei der Herr. Amen. Was meinst du, wie tausende von Menschen durch diese Videos aufgewacht sind? Auf jeggmögliche Art und Weise. Das ist unglaublich. Ich finde es auch witzig. Man merkt doch auch übelst, dass Satan das gemacht hat. Ich meine, wenn man denn in die Hadithe guckt, dann sieht man, wie lustig sich Satan über Israel und Mose macht. Beispiel, dass irgendwie Israel ein Bart genommen hat zusammen und so. Das merkt man doch, wie Satan die plant. Nicht nur das, dieses Beleidigen der Juden sowieso und dann auch der Christen, dass wir so schlimmer sind als das Vieh, dass Allah sie in Schweine verwandelt hat. Also so Affen und Schweine. Du weißt, in der arabischen Welt sagen ja die Muslime, dass Juden so Affen und Schweine wären. So heftig TikTok-sportlich. Ja, das ist so krass, Alter. Wirklich. Und jetzt glauben die. Ey, ich finde das so lächerlich. Ja, okay. Aber ich wollte denen nochmal danken. Also ich gehe dann jetzt wieder. Okay, mein lieber Gott segne dich und deine Familie. Wunderbar, dass du wieder umgekehrt bist. Ja, danke. Okay, mach. Hallo, grüß dich, mein Lieber. Hi, mein Lieber Gott segne dich und deine Familie. Danke, ebenso. Danke. Ich habe eine Frage. Was war der Anlass, dass du zum Christentum kommentiert worden bist? Ja, ich habe mich eines Tages auseinandergesetzt mit meiner ehemaligen Religion und wollte wissen, ob das überhaupt die Wahrheit ist. Und was ich dann alles da herausgefunden habe, das hat mich natürlich sehr, sehr geschockiert. Beispielsweise, dass Allah erlaubt in Suche 424 zweierlei Dinge. Du kannst sowohl die Kriegsgefangenen in einem Krieg erbeuten und vergeht, du weißt schon. Und du kannst auch Hurerei praktizieren. Das heißt, du gibst der Frau ein wenig Geld. Da kommt dann ein Hodja, der verheiratet euch. Und nach dieser Verheiratung könnt ihr euch sofort wieder scheiden lassen. Und so kannst du immer zur Nächsten gehen. Du kannst dir das Geld geben und dann gehst du zur Nächsten. Das nennt sich Mutter-Ehe. Zusätzlich kommt noch dazu, dass ich Mohammeds Leben dann mir betrachtet habe. Und die ganzen Hadithe durchgegangen bin. Und was ich da entdeckt habe, war natürlich sehr, sehr heftig. Und der Mohammed hat ja durch einen Engel irgendwie diese komischen Offenbarungen bekommen. Und dann denkt man sich so, warum wirkt denn dieser Engel dem Propheten denn fast so Tode und sagt ihm, dass er irgendwas lesen soll, obwohl nichts zu lesen war. Also dieser Engel sagt zu ihm nichts. Und der konnte nicht lesen. Wusste dieser Engel denn nicht, dass Mohammed lesen konnte oder was? Was ist das denn bitte? Und er kommt von Gott, musst du dir mal vorstellen. Der Engel kommt von Gott, wirkt Mohammed und sagt ihn dreimal hintereinander ließ. Und beim ersten Mal müsste er schon weglassen, verstehst du? Und sagen, okay, der kann nicht lesen, aber der wirkt ihn und wirkt ihn immer wieder. Und du siehst, der Ursprung des Islams ist schon sehr katastrophal. Zusätzlich kommt noch dazu, dass Mohammed von einem Juden verhext wurde und er unter Kontrolle von schwarzer Magie stand. Das befindet sich ja alles in den Hadithen drin. Und das ist ein riesengroßes Desaster. Weil wenn wir ihm dann folgen, dann muss man sich auch eingestehen, dass er eventuell unter schwarzer Magie stand und man ihm überhaupt nicht vertrauen kann. Verstehst du? Ja, es gibt ja sehr viele Kritische, was Mohammed seine Biografie betrifft. Auch, dass er in der arabischen Halbinsel Millionen Menschen auf Gewissen hatte. Er und seine Kumpanien wie Abu Becker und Khalid, die haben irgendwelche jüdischen Stämme überfahren und deren Frauen als Sklaven genommen. Genau wie die jetzige IS in Nordirak die Esiden angegriffen hat. Ja genau, das sind die Anhänger des Islams. Genau richtig, das ist deren Fundament. Und ja, was bist du für Landsmann, wenn ich fragen darf? Ich bin Iraner, aber wie kommt es auf einmal, dass du das kennst? Ich dachte, du kennst dich überhaupt nicht aus. Ich habe mich ein bisschen mit dem Islam auseinandergesetzt. Ich habe Mohammed seine Biografie beobachtet und gelesen. Und ich kenne mich ein bisschen aus, was er da auf arabischen Halbinsel angerichtet hat. Nach dem Tod Khadidjah ist er ein bisschen verrückt geworden. Du siehst ja auch in den Hadithen, dass er sagt, dass er sich umbringen wollte aufgrund von Wadaka ibn Nof als Tod. Dann haben auch die Offenbarungen aufgehört. Da fragt man sich allen Ernstes, was hat denn der Tod von diesem Priester zu tun mit den Offenbarungen Allahs? Verstehst du? Ja, ja. Also ich finde es gut, dass du den Islam, den Grund deiner Kenntnisse verlassen hast. Ich persönlich bin nicht religiös. Ich bin Agnostiker. Ich bin auf der Suche nach der Wahrheit. Also für mich war Jesus Christus ein Philosoph. Wenn ich das jetzt beobachte. Und ja, ich akzeptiere natürlich deinen Weg. Und ich wünsche dir viel Glück auf deinem Weg. Ja, danke dir vielmals. Aber wenn du wirklich wissen willst, wer der Herr Jesus Christus ist, müsstest du dann anfangen, die Bibel zu sehen. Danke, Amelie. Einmal das Neue Testament, weil das schadet ja nicht. Das kann dir ja nicht schaden. Einmal aufschlagen und dir Zeit nehmen für das Neue Testament. Definitiv, definitiv. Ich bin für alles so offen. Amen. Sehr gut. Ich wünsche dir einen schönen Tag noch, mein Lieber. Ich dir auch, mein Lieber. Gott segne dich. Danke, dich auch. Danke, Amelie. Danke. Ah, King Islam. King Islam ist hier drin. Street. Eins, ansteig. Guten Morgen, guten Tag. Wie geht's dir, mein Freund? Guten Tag, King Islam. Wie geht's dir? Ach, mir geht's sehr gut. Mensch, ich mache jeden Tag live auf. Du musst dir mal reinkommen und dir das mal zuhören, was da abgeht. Nur Beleidigung. Ja, sind da wieder die Monafirin unterwegs, die den Islam leugnen und die Kriegstexte und wünschen, dass sie sich die Verse löschen können aus Koran und Sunda? Nee, nee, das hat damit nichts zu tun. Da kommen die Araber, die beleidigen sich untereinander bis zum Übelsten. Ja, bestimmt Schia und Sunni, hä? Ja, ja, Schia und Sunni und am Ende kommen die Atheisten noch rein und beleidigen mit. Alle beleidigen alle. Alle beleidigen alle und 200, 300 Zuschauer nur am beleidigen oben und oben. Ja, woher kommt das denn gegen Islam? Woher kommt das denn? Woher? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall steckt... Sie haben kein Frieden im Herzen, weil der Herr Jesus Christus sagt, ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, den die Welt euch nicht geben kann. Diese Leute sind von der Welt, Sunni, Schia und alles. Sie haben Gott niemals erkannt. Verstehst du? Warte mal, warte mal. Der Zorn ist in ihnen. Der Zorn. Das Böse. Jetzt sag ich doch. Sie haben keinen Frieden, sondern Zorn. Ja, ja, das ist wirklich so. Das tut mir leid. Das ist wirklich sehr bedauerlich. Ich lege immer den Telefon zur Seite, lege den im Kühlschrank, weil der so heiß wird. Verstehst du? Und die beleidigen... Ich höre sie vom Kühlschrank, wie sie sich gegenseitig noch fertig machen. Ich höre sie aufs Kühlschrank. Ich schwöre bei Gott. Die sind sogar noch im Kühlschrank am Schreien und am Beleidigen ohne Ende. Du musst mal reingehen. Guck mal, ich mache heute um den Abend. Die sagen dann die schlimmsten Wörter zueinander, ne? Ja, ja. Was, Alter? Und danach, nach fünf Minuten, die vertragen sich wieder und dann geht es wieder los. Das ist unglaublich. Verstehst du? Das ist unglaublich. Ich lache mich über die richtig tot. Letztens haben sie mir gesagt, ja, du bist ein Ungläubiger, du redest mit Ex-Muslimen. Wie kannst du sowas sagen? Du bist ein Teufel im Gestalt. Die dachten, dass ich dich da hingeholt habe, damit du das sagst, dass ich recht habe, dass derjenige, der aufhört zu beten, das weggemacht werden muss. Verstehst du? Ja, ja, ja. Nee, und die sind richtig sauer auf mich. Die denken jetzt, ich bin der größte Monarch für Kallazan. Sogar Persen von den Koranen wurden wegen mir abgesetzt. Dr. Scheer, aber mir bringt die Muslime hin, damit die mich bestätigen, ne? Ja, die sind behindert im Kopf. Wallah, die gehören alle in eine Klapsmühle. Ich schwöre bei Gott. Verstehst du? Das ist nicht normal. Das ist nicht mehr zum Aushalten bei denen. Ich verstehe gar nicht, wie du die aushältst. Kriegst du keine Kosten dazu? Ja, ich muss das. Jede Seele ist für mich wichtig, ne? Für mich ist jede Seele wichtig. Ja, jede Seele ist kostbar. Hey, guck mal, ich sag dir bei mir, ich hab das letztens bei mir im Live gesagt. Ich hab gesagt, ein Hund, wenn du ihm sagst, Ruhe, dann ist er ruhig. Bei denen, ich sag die ganze Zeit, ruhig. Ich sag, seid endlich ruhig. Ich sag, die werden nicht ruhig, die bleiben nicht gegenseitig weiter. Sprichst du auch Arabisch, oder was? Ich spreche auch Arabisch, ja. Ah, okay. Okay, Bruder. Dann kannst du ja TikTok-Fitner ja perfekt verstehen, was sie haben. Ja, 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 aber ich hab richtig Kopfschmerzen. Ich hab überlegt, dieses Live zu löschen, alles. Ich hab keinen Bock mehr. Das ist einfach nur nicht mehr zum Aushalten. Ich geh lieber Partys machen. Lass mich so, ich hab keinen Bock. Ich geh lieber Partys machen. Ja, aber du weißt nur, was deine Religion mit dir macht, wenn die dich erwischen. Ja, ja, egal. Die sollen mich erwischen. Ich gehe heute, ich bin so oder so gerade in Polen, in Stettin. Ich geh heute zur Diskothek, richtig schön feiern. Mann, ich hab keinen Bock auf dich, Alter. Was ist denn mit Allahs dien? Was ist denn mit Allahs Religion? Ja, ich bin eben ein, guck mal, ich bin ja ein Sünder. Danke, wer doch. Ich bin ja ein Sünder. Ich geb's ja zu. Ja, okay. Ja, ich bin ein Sünder, aber für die ist das gut gemacht. Ja, aber was ist denn mit mir? King Islam, willst du mich nicht einladen? Ich will auch nach Stettin kommen und mit meinen polnischen Geschwistern eine Runde Party machen. Wallah, ich schwör's dir bei Gott. Komm einfach nach Stettin, guck dir, wie schön das da ist. Also ich sag dir die Wahrheit. Du weißt ja selber, die sind richtig streng. Was machen wir dann? Trinken wir dann pure Wodka oder was machen wir dann? Nein, ich trinke ab und zu was. Das ist ja normal bei mir. Ja, ist doch hierbei. Das ist doch kein Problem. Ich bin niemals da, um irgendjemanden zu verurteilen. Wenn du meinst, dass du einen trinken musst, dann trinkst du einen. Das geht. Das musst du mit Gott ausmachen. Ex-Muslim, wir können uns auch ab und zu kennenlernen oder so. Du hörst dich sehr gut an. Bist ein guter Freund. Und ich würde dich auch gern kennenlernen. Können wir mal nach Polen einen Tag so in Stettin sein. Richtig Freude, Eierkuchen sozusagen. Verstehst du? Du wirst sehen, da sind so schöne Dings da. Ja, weißt du warum? Du kommst da aus dem Osten und dann denkst du dir, okay, Polen ist nicht so weit. Eine Stunde. Weil hier in Berlin kennen mich die ganzen Leute. Da habe ich keinen Bock auf diese ganzen Araber, die mir auch schlechtes Gewissen machen. Und dann gehe ich wieder nach Polen. Da kann ich in Ruhe feiern und da kennt mich keiner. Ex-Muslim, ich schwöre bei Gott, ja. Da sind Leute, die haben die richtige Hodja. Ich sehe die in Polen am Party feiern. Ich schwöre bei Gott. Letztens eine Frau, weißt du, was sie mir sagt? Ich sage, was ist das? Ich habe so einen gesehen mit großem Bart. Ich sage, was ist das? Guck mal, was sie mir sagt. Das ist Katastrophe. Ich schwöre bei Gott. Ich sage, was ist denn hier los? Das ist Katastrophe. Auf jeden Fall. Guck mal, ich mache heute um 22 Uhr auf. Hör dir nur an, die Beleidigung. Geh kurz rein. Hör dir nur an, wie sie sich gegenseitig fertig machen. Ja, okay, alles klar. Okay, mach's gut. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Okay, mein Bestes. Mach's gut. Danke dir für deine Hand. Gott segne dich. Hallo. Ich bin's wieder. Gott segne dich und deine Familie. Ja, dich auch. Danke. Wie geht's dir? Geht's dir ein bisschen besser? Hast du Medizin genommen? Ein bisschen besser, ja, mir geht's schon. Ein bisschen besser. Die ganzen Gebete der Geschwister haben auf jeden Fall gewirkt. Auf jeden Fall. Also erst mal King Islam. Ich wünsche dir viel Spaß beim Wodka trinken. Der King Islam geht erstmal heute den Islam weglassen und macht sich erstmal eine richtig gute Arbeit. Das ist gut, das ist gut. Und auch hier schönen Grüße an diese ganzen Warträger. Die Hotschaus und so. Ja, ich wollte einfach nochmal Hallo sagen. Ja, hi. Hallo, schöner Mensch. Grüß dich. Ja, dann bin ich wieder weg. Okay, alles klar. Weiter machen. Wenn du Zeit hast, dann lies ein wenig die Bibel. Gott segne dich, mein Lieber. Das mache ich. Alles klar. Ciao. Der Jesus Christus sei mit dir. Ciao. Das ist King. Roses. Roses. Ami, du schöner Mensch. Nein, du, Tisi, wir alle. Der Herr Jesus Christus hat sich wunderschön gemacht. Denn ihr wisst ja, der, der in euch ist, der macht euch wunderschön, ihr wundervoll. Jackie, danke dir. Und die andere habe ich nicht gesehen. Hi, alles klar. Wie geht's dir? Danke, DJ. Wie geht's dir? Gott segne dich und deine Familie. Dich genauso und deine Familie natürlich genauso. Auf jeden Fall, was mich wundert, also wundert dich das, dass die Leute über Religion reden, obwohl die noch nie im Leben die Bibel gelesen haben. Danke, Noah. Ja, es gibt natürlich sehr viele, die sich damit auseinandergesetzt haben. Aber ich komme nochmal von einer ganz anderen Perspektive und habe natürlich ganz andere Gedankengänge als die. Verstehst du? So ist das. Ja, aber zum Beispiel... Sie haben mich auch damit auseinandergesetzt. Der jetzt gerade bei dir im Live war, der irgendwas gesagt hat, Jesus ein Philosoph, wo du dir denkst, sag mal, hey, bevor du Jesus in den Mund nimmst, lies doch mal die Bibel oder... Deswegen habe ich das ja auch am Ende gesagt. Ja, das ist so auf jeden Fall. Bevor du sowas behauptest, solltest du erstmal die Worte des Herrn Jesus Christus selber mal verinnerlichen und hören, was er sagt. Selbst zu dem Thema, ob der überhaupt ein Philosoph war oder ob er mehr als nur billige Philosophie wiedergab. Danke, Peter. Jetzt wollte ich dich fragen und zwar, was war damals das allererste Mal, wo du so richtig Gänsehaut bekommen hast, wo du gemerkt hast, ey, die Bibel ist doch echt. Und ich sag dir dann gleich so eine Sache von mir, wo ich gemerkt habe, boah, scheiße. Danke, Bruno. Weißt du, wo du so richtig so Gänsehaut gekriegt hast? Ja, also ich habe das ja immer wieder erwähnt, als ich die Debatte zwischen Josh McDowell und Ahmad Didat geguckt habe, wo aus Jesus Christ crucified. Mein Vorteil ist ja, dass ich Englisch verstehe. Ich kann nur nicht perfekt so das Ganze wiedergeben, aber so verstehen tue ich sehr, sehr viel. Und durch dieses Verständnis habe ich so eine Gänsehaut nach dieser Debatte bekommen, weil der Josh McDowell eindrucksvoll bewiesen hat, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Er selber war ein Atheist und wollte quasi das Christentum widerlegen. Und am Ende sagte der, vor 5000 Menschen, sagte er so, ich wollte gar nicht Jesus annehmen, ich wollte das Christentum eigentlich widerlegen und musste mir eingestehen, dass Jesus Christus auf Anordnung von Paulus Pilatus gestorben und auferstanden ist. Somit ist der Islam eine Lüge. Und als ich das, die ganze Debatte, zwei Stunden gesehen habe, die ganzen Beweise, da war mir alles klar, was ich machen sollte. Alles. Ich wusste sofort, der Herr Jesus Christus ist die einzige Möglichkeit, um ins Himmelreich zu kommen. Es gibt keinen anderen Weg. Manche nehmen sich nicht die Zeit. Das ist das Problem. Die meisten nehmen sich nicht die Zeit, um sich das anzugucken. Aber mir lag etwas an meiner Seele. Verstehst du? Aber das Ding ist, wenn man auch so Videos sieht, oder ich zum Beispiel, dann ist es auch so, dass ich dann immer sowas nachlesen will in der Bibel. Oder ich nehme nicht, zum Beispiel wenn du jetzt was sagst, dann nehme ich das jetzt nicht einfach so hin, sondern ich will das auch hingehen und das auch lesen. Du weißt, was ich meine, oder? Ja, genau, so einen kritischen Geist, den ich auch hatte, wo ich mich damals mit meiner ehemaligen Religion auseinandergesetzt habe und wissen wollte, ob das überhaupt die Wahrheit ist. Weil jeder kann ja sagen, ja, das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Ja, wo ist denn der Beweis, dass die Wahrheit ist? Ist überhaupt Mohammed ein Prophet? Das muss man ja herausfinden. Ja, klar. Stell dir mal vor, ich sage zu euch allen, ich bin ein Prophet. Würdet ihr nicht auf den Gedanken kommen, um zu sagen, ey, prüfe die Geister, ob sie überhaupt aus Gott sind? Es sind viele falsche Propheten rausgegangen, keiner würde hingehen und zu sagen, ja, wir glauben dir einfach, Armin, das ist gar kein Problem, du bist ein Prophet, gerne, bitte schön. Also bei mir war das so, wo ich richtig, wo ich gedacht habe, okay, krass, das ist, also damals habe ich ja gar nichts von Islam sozusagen gewusst und habe ich gedacht, komm, gibt es eigentlich Jesus auch im Islam, so mäßig? Und dann, wo ich dann gelesen habe, was da alles drinsteht im Koran über Jesus, da habe ich gedacht, hä, Alter, das ist ein halber Superheld. Hammer, ne? Halber Superheld. Er macht das, was Allah macht. Er heilt die Kranken, macht die Blinden sehend, die Ausstätigen heilt er, alles. Ist der einzige Mensch, der von Leuten angefasst worden ist und so weiter und so fort, ja. Du musst dir mal vorstellen, was der Mohammed hier sagt, warte, der sagt, dass Satan niemals die Macht über Jesus und seine Mutter hat, ne? Er war ja der einzigste Mensch, der nicht vom Teufel angefasst worden ist und... Richtig. Dings, was war noch? Ich glaube, er konnte, also im Koran steht es auf jeden Fall so, ich weiß in der Bibel nicht, aber im Koran steht, der konnte sofort reden. Also als Baby hat er schon das Geist gehabt, dass er sozusagen... Warte, ja, als Baby konnte der schon reden, ja, genau, laut Dings. Und hier, Sahih al-Bukhari, 3, 2, 8, 6. Merkt euch das. Sahih al-Bukhari, danke, Glorah. Sahih al-Bukhari, 3, 2, 8, 6. Und hier heißt es, der Prophet sagte, wenn alle Menschen geboren werden, Satan kommt, um sie zu berühren. An zwei Seiten des Körpers, with two fingers, mit zwei Fingern. Außer Jesus, den Sohn der Maria, whom Satan tried to touch, but failed. Siehst du, selbst Mohammed sagt, dass Satan ihn versucht hat, aber er hat versagt. Aha! He touched the placenta cover instead, siehst du? Keiner hat eine Chance gegen Jesus. Das ist genau dieser Punkt, wo ich gedacht habe, ey, wenn sogar der Koran so krass über Jesus schreibt, dann ist das mehr als nur klar, oder? Also für mich auf jeden Fall. So sieht es aus. So sieht es aus. Darf ich ein Privates fragen noch? Ja, wenn es nicht allzu privat ist. Also, nee, nee, und zwar, okay, es ist, was heißt privat, ich weiß nicht, ob du darüber reden darfst, sondern sagen wir es mal so, es gab da mal so Versuche gegen dich. Ist das noch immer aktuell, musst du immer aufpassen, oder ist das, weil, ich meine, das, was du machst, ist ja, du hast ja, glaube ich, selber das ja öffentlich gemacht, was die Leute machen wollten. Ich will das jetzt hier nicht aussprechen. Also, ich gehe ganz normal mit meinem Leben um. Also, ich verstecke mich nirgends wo oder so. Ich gehe überall hin, das ist gar kein Problem. Ich habe ja keine Angst vor niemandem. Es ist egal, wer da kommt und wer da nicht kommt. Das spielt keine Rolle, weil, wen haben wir mehr zu fürchten? Gott oder die Menschen? Ja, Gott. Siehst du, da hast es dir schon beantwortet. Hier, lasst mich euch noch ein Hadith geben. Sahih Muslim 2366C. Der Satan berührt jeden Sohn Adams, der Satan berührt jeden Sohn Adams, on the day, when his mother gives birth to him, bei der Geburt, with the exception of Mary and her Son. Siehst du? Außer Maria und sein Sohn, und das ist Jesus. Ja, das ist wirklich ein krasser Part, auf jeden Fall. Siehst du? Auch Mohammed wurde vom Teufel berührt. Das ist krass. Auf jeden Fall, hey, ich finde es cool, was du machst. Viel Kraft weiterhin. Und, ähm, ja, auf jeden Fall, auch an alle, lest die Bibel und schaut euch nicht zu viele Videos an. Und, äh, selber lesen ist natürlich immer wichtig. Und, ja. So sieht's aus. Okay, Bro, dann vielen, vielen Dank, dass du mich reingeholt hast. Ja, ich dir auch. Schönen Tag, hau rein. Gott segne dich, tschau, mach's gut. Tschau. Tschau. Sahih Muslim, Sahih Muslim 2366C. Hier. Komm, los geht's auf die 200.000 zu. Bilal kommt. Hallo. Hi, Bilal. Gott segne dich und deine Familie. Hey. Hey. Kannst du mir mal die Bibel beatboxen? Nein, aber ich kann dir das hier mal anmachen. Guck mal hier, warte. Guck mal. Guck mal, guck mal, hier, warte. Guck mal, das ist heftig, warte. Nein, nein, wenn du mir das zeigst, kannst du mir das vorher beatboxen? Sonst kann ich... Ja, ich zeig dir jetzt. Pass mal auf. Ich warte. Ich warte. Das warst du mit Beatboxen. bist du wieder muslim geworden ja manchmal finde ich diese rezitation schön du auch bitte ja also du findest das auch schön aber kannst du mir das auch mal so sagen wie der ja aber warte mal hat sich das jetzt schön angehört für dich der koran ich würde ich würde das lieber aus deinem und hören aber das was ich dir jetzt gerade vorgespielt habe hat das dein herz berührt dieser koran vers ich müsste erst mal die bedeutung davon wissen ja aber die sowie der ausspricht guck mal hier das berührt doch das herz oder nicht guck mal was kommt bei mir auf die rezitation die schön guck mal hört sich das nicht schön an ich weiß die bedeutung nicht ja hier der zemali guck mal zemali schreibt maschallah des muslim aber hört sich das nicht schön an für dich so warte was hört sich nicht diese rezitation schön an berührt das nicht dein herz wieder das so rüber bringt wenn ich weiß was bedeutet dann kann ich sagen ich kann es nicht freestyle sagen ob das mich berührt oder nicht ich muss ja die bedeutung kennen ja gut aber du weißt ja dass die dass die klang der rezitation ja das herz berührt oder nicht ja noch mal wie findest du das ich kann dir das nicht sagen am ende ja ich kann dir das doch nicht sagen am ende ist das doch kein koran weißt du ich kenne ja den ganzen arabischen koran nicht auswendig dazu nichts sagen ja aber das klingt doch voll schön wenn jemand rezitiert oder nicht irgendwas jemand über mich so dass er hatte das jetzt gut rezitiert den koran ja oder nein keine ahnung ob das ein vers aus dem koran oder ich kann es dir das nicht sagen warum nicht weil ich denn nicht auswendig kann ja du kannst überhaupt gar kein vers aus dem koran auswendig und jetzt ja wie was bist du für ein muslim habe ich gesagt dass ich muslim bin ja ach du nennst dich einfach so bilal ich wurde so geboren ja also bist ja doch wo haben wir dann gesagt jeder mensch ist als muslim geboren dann du auch hier siehst du ich auch aber ich habe den islam verlassen aber ich dachte du bist jetzt wieder beigetreten du hast doch gerade im vorhinein ich werde niemals an einen gott glauben der sagt dass die sonne kleiner ist als die erde und sich um die erde rumdreht dank geschäft der budi warum nicht ist doch heftig es ist sehr sehr heftig ein heftig lügender gott da hast du schon recht heftig ich hätte nicht gedacht dass du mich hoch holst ne echt krass ja klar ich hole jeden hoch jede seele ist kostbar echt ja klar deine seele ist auch kostbar findest du sehr nette rot deine seele ist auch kostbar danke gott segne dich und deine familie dankeschön dich auch okay möchtest du uns noch was sagen nein aber ich habe immer noch nicht das beatboxen gehört aber ja egal kann man nichts machen wie gehe ich hier raus ich mache das so hallo amir heimann lieber gott segne dich und deine familie bei der europa die und angetan haben wir die muschlinge sagen du beleidst du die ganze zeit du fühlst du angreifst du seine gefühle die sagen immer was spiele habe eine frage aber im koran steht nichts dass jesus nur eine prophet ist ist keine beleidung für die christ als ich habe ich ja gesagt habe ich ja gestern zu dem gesagt aber die jeche das nicht überhaupt kann er bringe sowas bei dir das ist eine blasphemie eine pure blasphemie die kreuzung zu lügen ist eine große blasphemie ich liebe die klima geht nix das was lang die ganze zeit du machst du so du machst du dinge du bist italiener ja 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 handel jesus musst du sagen handel jesus ja es ist katastrophe ist ich schulde mich wie ich beleidige ganze zeit wie dich drohnen ist ja da musst du mit rechnen der jesus christus sagt freut euch und jubelt denn euer lohn ist groß wenn die menschen aus schmähen beleidigen und verfolgen ja sowieso sowieso amir aber hat irgendwann gibt eine grenze was soll das ja ja was willst du machen wir müssen da weiter weiter daran arbeiten an den menschen wir müssen sie aufklären nur wissen es macht du weißt das ne aber mir ich habe eine frage wie war diese dinge mit kamelurin wo die profete hat gemeint mit bauschmerz und dann könntest du mir kurz wie das selber habe ich wieder vergessen mit dem kamelurin meinst du ja 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 es gab so leute vom stamm von ukil die kamen zum propheten weil die hitze dort in medina oder in mecca sehr unerträglich war und der mohammed ihnen empfohlen hat kamelurin zu trinken und das haben die dann auch getan nur sie waren dann irgendwie unzufrieden und haben den schäfer dann getötet also die waren überhaupt nicht begeistert von diesen kamelurin zeugs und da hat der mohammed das mitbekommen oder hatte sie wechselseitig die hände und füße du weißt schon und hat ihre augen zugemacht mit heißen nägel voll am foltern die menschen da ist diese geschichte sind so ein bisschen wahnsinn ja ich manchmal ich weiß oft soll ich glauben oder soll ich nicht glauben ist ob du es glaubst oder nicht wenn die muslime das für authentisch befinden dann müssen wir das so akzeptieren dann müssen wir das in frage stellen müssen wir die leute das sagen und sagen guck dir das mal an der mohammed foltert und ermordet menschen aufgrund ja weil sie den schäfer jetzt ermordet haben gut dann sollen sollen die auch getötet werden wegen augen auge zahn und zahn aber doch nicht auf diese art und weise dass die wechselseitig die hände und füße abgehakt werden und dann auch noch mit heißen nägeln die augen zu gebrannt das ist ja genauso wie der islamische staat das in irak und syrien macht natürlich natürlich das sieht man immer gibt iran nordafrika zentrafrika so in pakistan hast du gesehen was ist passiert in pakistan ja ich hab das ich hab das ja auch gepostet auf meinem instagram naja wie tier mehr wie tier keine menschen die muslime sind es nichts was da passiert nur hier sind die randalieren naja naja so ich wünsche dir alles gut alles klar mein lieber gott segne dich und deine familie bei dir war danke danke okay ja 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 helen du hast keine tausend abonnenten du kannst nicht hier reinkommen hast meine tausend abonnenten hast hi mein lieber gott segne dich und deine familie gott segne dich und deine familie auch ich bin aus versehen rein ich muss wieder raus ach so okay alles klar gott segne dich mach's gut okay danke dir ja für alle diejenigen die hier reinkommen wollen die brauchen tausend abonnenten sonst klappt das nicht ja ihr müsst euch mal vorstellen das ist nicht nur die einzige geschichte die erzählt wird der mohammed hat ja noch weitaus brutalere dinge getan mit kinana arabi kennt ihr die geschichte ne von safias mann oh danke die tc jones oh wichu tc jones tc joni so warte ich zeig euch das mal ganz kurz ähm warte hm 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 m m tc m m m der Lappi. Hier, das Leben von Mohammed auf der Seite 515, pass mal auf, in Sirat Rasulallah. Kinana al-Rabbi, der den Schatz von Banu Nadir verwahrte, wurde zum Apostel gebracht, der ihn danach fragte, er bestritt zu wissen, wo er war. Ein Jude kam, Tabari sagt, wurde gebracht, der Apostel sagte, er habe gesehen, wie Kinana jeden Morgen früh um eine bestimmte Ruine herumging, als der Apostel zu Kinana sagte, weißt du, dass ich dich, also, werde, wenn wir finden, dass du es hast? Er sagte, ja. Der Apostel gab den Befehl, die Ruine auszugraben und einen Teil des Schatzes zu finden. Als er ihn nach dem Rest fragte, weigerte er sich, ihn hervorzubringen. Und so gab der Apostel Zubayr al-Awam den Befehl, foltere ihn, bis du was herausbekommst. Er hat, er hat dann, also, also entzündete er mit einem Feuerstein und stahl auf seiner Brust ein Feuer, bis er fast tot war. Dann übergab ihn der Apostel Mohammed bin Maslama und er schlug ihm aus Rache für seinen Bruder Mahmud, den, ihr wisst schon ab. Aus Gier nach Geld foltert er den Schatzmeister, den Mann von Safiyah, um, um an sein Geld ranzukommen, der Mohammed. Wisst ihr jetzt, wer Mohammed war? Wisst ihr das jetzt, dass er der König des islamischen Staates war? Und dann sagen die zu mir, foltern hat nichts mit Islam zu tun. Man darf niemanden foltern. Mohammed hat doch selber gefoltert ohne Ende, Mann. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Einmal hackt er den anderen die Hände und Füße ab und macht mit heißen Nägeln die Augen zu. Ein anderes Mal fordert er Geld von jemandem und bei Nichtbezahlung lässt er ihnen einen Feuerstein auf seiner Brust entfachen, um ihn zu quälen, um an das Geld ranzukommen. Was ist das denn für ein Mensch gewesen? Hier, kostenlose Bibel, der hat recht. Ja, da seht ihr mal, ne, was der Mohammed da getan hat. Und was sagt das Neue Testament? Erst Timotheus Kapitel 6 Vers 10 Denn die Geldgeist ist eine Wurzel allen Übels. Hä? Hier, 1. Timotheus Kapitel 6 Vers 10 Denn die Geldgeist ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. So ist das, wenn die Bibel sowas dann verurteilt. Da wisst ihr jetzt, ne, dass der Herr Jesus Christus, und dann sagt der Abu al-Badda, der Herr Jesus Christus hätte sich nicht mehr gewünscht, als ein Sahabi von Mohammed zu sein. Also Menschen zu quälen und ihnen den Schädel abzuballern, ne. Das ist dann, was Jesus sein wollte, ne, ein Sahabi, ne. Ein, ein Räuber. Das will der Abu al-Badda uns verklickern, ne. Unfassbar. Sabrina, danke. Halt. Bello, danke dir. Hallo, hallo. Guten Abend, guten Abend, mein Freund. Hi, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Dich auch, dich auch. Ich will dir nur eins sagen. Mach weiter so. Ich bin auf jeden Fall ein großer Fan von dir. Du machst gute Aufklärung. Lass dich unterkriegen. Und bleib immer stabil, ja. Das mache ich sowieso. Ich werde immer weitermachen. Danke dir, Willow. Danke dir für alles. Ich wollte dir nur das sagen, dass du, als du bleibst. Alle Ehre, dem Herrn Jesus Christus. Danke dir für deine Worte. Gott segne dich. Danke. Ich auch, mein Lieber. Ciao. Bin auch wieder direkt wieder raus. Okay, ciao. Ja, ihr Lieben. Da seht ihr mal, ne. Und dann, danke dir, Cosinus. Uh, Galaxy. Da seht ihr mal wieder, ne, dass der Herr Jesus Christus, was er gepredigt hat und was Mohammed gepredigt hat. Allein nur, wenn man diese zwei Charaktere miteinander vergleicht, wirst du sofort Mohammed ablehnen und nur Jesus folgen, weil nur Jesus Christus das vollkommene Beispiel ist, das vollkommene Vorbild für alle Menschheit. So ist das. Mohammed ist besser. Ja, nach dem, was ich dir gerade gezeigt habe. Nazdar. Das ist, das ist, das ist die, das ist die Katastrophe. Guck mal. Sie preist einen Mohammed, der gesagt hat, ein Mann sollte nicht in Frage gestellt werden, warum er seine Frau schnägt. Nazdar, guck mal hier. Was dein Vorbild sagt. Ist das dein Vorbild, Nazdar? Sondan Ibn Maja, 1986. Ich war Gast bei dem Haus von Omar. Eines Nachts, mitten in der Nacht, äh, ging er dorthin, um seine Frau zu schlagen. Und dann ging ich dorthin, um sie auseinander zu bringen. Und dann kam er und sagte zu mir, oh, Aschad, lern von mir etwas, was ich vom Gesandten Allahs gehört habe. Ein Mann sollte nicht in Frage gestellt werden, warum er seine Frau schnägt. Oh, was für ein tolles Vorbild, äh? Nazdar? Nazdar? Ist das schön? Ein Mensch, der Gott sein soll. Ein fliegendes Bein, das ihr anbetet. Ha, 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 ha. Die beten einfach ein Bein an, Leute, ne? Ihr wisst ja, das sei Burradi 7, 4, 3, 9. Da werden die Muslime sich freuen. Ha, 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 ha. Auf Allahs Bein freuen. Veronika, Mohammed ist der Bessere. Veronika schreibt, Mohammed ist der Bessere. Natürlich, klar. Der Bessere, der mehr Menschen getötet hat. Genau, der Beste in Morden. Ein Mensch, der Gott ist. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Seht ihr? Hier, guck mal, du bekommst jetzt ein schönes Paketchen für dich. Alhamdulillah, Muslime. Aber wie kannst du dich denn Muslime nennen, wenn du geschminkt bist und Augenbrauen zupfst und keinen Hijab trägst? Du bist ja durch und durch ne Kaffee da. Ha, 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 ha. Du bist einfach durch und durch ne Kaffee da. Das kann doch nicht wahr sein. Die sagen alle von sich selber, dass sie Muslimen sind und sehen aus wie, weiß ich nicht was. Geh mal und trag mal ein bisschen Niqab. Oder hier, äh, wie heißt das, was die in Afghanistan tragen. Burka, genau, Burka. Haram Samam. Sam, Sam. Das ist hier genau. Ja, da seht ihr mal, ne. Und nicht nur das, Mohammed hat Geld geliebt. Guckt euch das bitte an. Mohammed hat sowas von Geld geliebt, das war so unglaublich. Mohammed und Geld. Lasst mich euch das vorlesen. Sahih al-Bukhari, Buch 46, Hadith 771. Sahih al-Bukhari, Buch 46, Hadith 771. Merkt euch das. Überliefert von Jabir bin Abdullah. Da war ein Mann, der versprach seinem Sklaven, dass der Sklave nach seinem Tod, den Tod seines Meisters, befreit werden würde. Nachdem der Meister starb, rief der Prophet den Sklaven zu sich und verkaufte ihn. Der Sklave verstarb im selben Jahr, in dem er verkauft wurde. Ist das zu fassen? Da freut der Typ, dieser Sklave, sich endlich ein freier Mann zu sein. Und dann sagt der Mohammed, nein, komm mal her, ich verkaufe dich mal einen Nächsten. Ist das zu fassen? Wie Mohammed Geld liebt. Der verkauft sogar Grundstücke im Himmelreich. Kennt ihr das? Ein Geschäftsmann, genau. T.C. hat das erkannt, ein richtiger Geschäftsmann. T.C. hat das erkannt. Das muss ich euch zeigen, das mit den Grundstücken, das ist so krank. Das ist auch im Koran. Danke, Bobby. Oh, Roses. Bobby sent some Roses. Ach ihr Lieben, ich liebe euch, ehrlich, ihr seid die Besten, echt. Möge der Jesus Christus jeden Einzelnen von euch segnen. Ihr teilt, liked, Geschenke macht und alles. Ich bin euch sehr, sehr dankbar. Durch euch können wir auch sehr viele Menschen erreichen. Und durch euch haben wir so viele Menschen schon aufgeklärt. Einfach nur fantastisch. Gott wirkt durch jeden von uns. Das ist wundervoll. Oh, Giraffe. Au, au. Danke dir, mein Lieber. Oder meine Liebe, ich habe das jetzt gerade nicht gesehen. Welche Prophezeiung hatte Mohammed? Ja, genau, T.C. Das fragen wir uns bis heute. Das fragen wir uns bis heute, was für Prophezeiungen er hatte. Das ist ein Prophet ohne Prophezeiungen. So wie der Gründer, so wie der Sohn vom Gründer von Hamas das sagt. Er ist einfach ein Prophet ohne Prophezeiungen. Also ich muss euch das vorlesen. Das ist echt wichtig. Der verkauft einfach Grundstücke im Himmel. Das ist so krank. Oh, danke, Rudolf. Wie süß immer diese Dinge aussehen, ne? Danke, Tim Fahner. Ihr Indianer, Jones, Acker, Dr. Schäger, wo haben wir? Warte. Ich muss euch das zeigen, warte mal. Das ist sehr wichtig. Warte mal, ich gucke. Ich muss hier 500.000 Blätter hier durchgehen. Ich muss hier 500.000 Blätter hier durchgehen. Danke für eure Gebete. Heute geht es mir schon viel, viel besser. Hier, Mohammed verkauft Grundstücke im Himmel, Leute. Sichere dir eine Residenz im Himmel, Ackerland inklusive. Guckt mal hier, Koran, Surah 64, Vers 17. Merkt euch das. Surah 64, Vers 17. Und jetzt die Auslegung dazu. Wer Allah einen guten Preis zahlt, dem wird er diesen verdoppeln und euch vergeben. Denn Allah ist antwortennachsichtig. Das Buch von Al-Kurto beinterpretiert Koran, Surah 64, Vers 17 folgendermaßen. Achtung. Abu Ad-Dahda sprach, O Gesandte Allahs, du sagst uns, dass Allah will, dass wir ihm etwas zahlen im Austausch für etwas? Er, Mohammed, sprach, ja, Abu Ad-Dahda. Darauf sprach Abu Ad-Dahda, reich mir deine Hand, ich gebe Allah etwas, eine Farm mit 600 Palmen. Und er ging zu seiner Ehefrau auf die Farm und rief, O Mutter von Ad-Dahda, mein Eheweib. Sie sprach, ich bin hier für dich. Er sprach, komm heraus, ich habe die Farm mit den 600 Palmen meinem Gott Allah, dem Allmächtigen, übergeben. Und es ist überliefert von Said. Das ist unglaublich. Said Ibn Aslam, dass als der Vers, wer Allah einen guten Preis zahlt, offenbart wurde, sprach, Abu Ad-Dahda, ich opfere meinen Vater und meine Mutter um deines Willen, um deines Willen, O Gesandte Allahs. Aber braucht Allah als jemand, der reich ist, eine Bezahlung unsererseits? Der Gesandte antwortete, ja, durch diese Bezahlung will er Allah dich in den Himmel eintreten lassen. Schaut euch das an. Der hat die Muslime der damaligen Zeit so abgezockt, die hat nämlich Land und Ackerland und sowas gehabt, hat er das schön von ihnen genommen und hat gesagt, ja, ja, du kriegst, du kannst, schön, ich verspreche dir einen Platz im Himmel, so ganz riesig. Schaut euch das an. Ja, durch diese Bezahlung will er Allah dich in den Himmel eintreten lassen. Abu Ad-Dahda antwortete, also wenn ich Allah etwas von mir gebe, wird mir dadurch ein Teil des Himmels mir und meinen Kindern im Paradies zugesichert. Der Gesandte antwortete, ja. Absoluter Wahnsinn, ne? Das ist nichts anderes als Enkeltrickbetrug. Kennt ihr den sogenannten Enkeltrickbetrug? Du kommst als so Adretter Typ dahin, oder was? Das ist der Wahnsinn, Mann. Voll der... Ey, das ist nicht mehr normal, ne, Leute. Das ist Abzocke pur, Mann. Abzocke. Mohammed verkaufte ein Stück Land im Himmel an einem Mann namens Abu Ad-Dahda. Der Preis für das Stück Land im Himmel war eine Farm mit 600 Palmen. Mohammed erzählte Abu Ad-Dahda, dass er diese Farm für Allah versteuern kann. Und für diese Farm versprach er Abu Ad-Dahda ein Stück Land im Paradies. Dieselbe Geschichte ist zu finden in Interpretation von Ibn Kathir, Band 8, Seite 14, 2000er Auflage im Arabischen, zu Koransuche 2, Vers 245. Interpretation von Ibn Kathir, Band 1, Seite 663. 1999er Auflage, Königreich Saudi-Arabien, Abtabarani in Al-Muajjem Al-Kabir, Band 22, Seite 301. Ständig hören wir, wie die Muslime den römisch-katholischen Papst dafür kritisieren, dass er den Menschen gegen Bezahlung einen Platz im Himmel versprochen haben soll. Ob das nun stimmt oder nicht, Christen wissen, dass dies ein Verbrechen in Form von Betrug und Diebstahl ist. Es geht gegen die Lehre Jesu Christi. Mohammed hingegen brachte einen Mann dazu, sein Land für einen Platz im Himmel einzutauschen. Wie sieht es dann für die armen Leute aus, die kein Land oder Geld für einen Platz im Himmel anaufbringen können? Bedenke, dass Mohammed das Land für sich nahm. Er machte dieses Tauschgeschäft nicht, um das Land den Armen zu geben. Schaut euch das an! Aber du... Danke dir, Rudolf. Wins, siehst du, Dr. Sherawami Wins? Ist das zu fassend? Das ist das. Und deswegen hatte Mohammed auch die ganze Zeit sowas erzählt in Sahih Bukhari. Und wir können ja heutzutage sofort feststellen, ob er überhaupt ein Prophet war oder nicht. Und er war kein Prophet. Stellt euch mal vor, die Leute würden mir vertrauen und ich würde denen sagen, Ja, mein Lieber, meine Liebe, du musst mir erst mal deinen ganzen Besitz geben. Verkauf dein Haus und so. Und ich werde dir auf jeden Fall bei Gott Fürsprache für dich halten, dass du sicher ins Himmel kommst. Du hast dir einen Platz im Himmelreich reserviert. Danke, Nora. Was wäre ich in dem Moment, ihr Lieben? Was wäre ich in dem Moment, wenn ich sowas sagen würde? Hand aufs Herz! Was wäre ich für ein Mensch, wenn ich sowas jemandem versprechen würde? Dass ich so die Autorität hätte, durch irgendwie weltliche Dinge, dir das Himmelreich zu versprechen. Bin ich Gott oder was? Das ist Abzocke pur. Korrupter Immobilienmakler wärst du. Ja, genau. Deutsche Fachkraft der Zukunft, ja. Der beste Mensch der Welt. Ja, laut Muslim ist er der beste Mensch der Welt. Das ist unfassbar. Das ist so krass. Das ist so schlimm. Schlimmer als Deutsche Bank. Leute, ich zeige euch eindeutig, warum ich so, das sind zig von Beweisen, danke dir, Nora. Das sind so zig von Beweisen, warum ich überhaupt den Islam so überhaupt in Frage gestellt habe. Unzählige, durch die ganzen Videos, die ganzen Beweise, die ich gebracht habe. Eigentlich müsste jeder Muslim ja austreten aus dem Islam. Nein, sie lieben die Lüge mehr als die Wahrheit. Ja, guck mal hier, Johannes 1, Vers 1 bis 14. Sie haben die Lüge mehr geliebt als die Wahrheit. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und seinen Namen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahm, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, als das Eingeborene Vater voller Gnade war. Warte, wo ist das denn? Wartet mal einen Moment. Sie liebten die Lüge mehr. Warte. Sie liebten die Lüge mehr. Sie liebten die Lüge mehr. Zweite Thessaloniche 2, genau. Zweite Thessaloniche 2. Sie liebten die Lüge mehr. Warte, dass ich euch das mal kurz vorlese. Sie liebten die Lüge mehr. D reliably ennobachten. Auch. Sie liebten die Lüge. Die Lüge mehr. Vielen Dank. Jetzt tue ich die Endscheine noch mal herkommt. Jetzt tue ich die Endscheine noch mal. Jetzt tue ich die Endscheine noch mal herkommt. Jetzt tue ich die Endscheine noch mal herkommt. Jetzt tue ich die Endscheine noch mal herkommt. Hammer, ne? Das ist unglaublich, ne? Da sehen wir, dass er Geld mehr geliebt hat als Gott, dass er diese ganzen falschen Dinge behauptet hat, kein Prophet war, nur behauptet hat, ein Prophet zu sein und schon gibt der Herr mir den Vers. Ist das nicht wundervoll? Habt keine Angst, was ihr in dem Moment sagt, sondern der Geist Gottes wird sprechen. Seht ihr? Und wieder ist unser Gott lebendig. Und wieder macht der kurzen Prozess mit dieser Religion. Und, 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 und. Guckt euch das bitte an. Aus Neid heraus befiehlt Mohammed den Mord an einem großartigen Gläubigen. Sayy al-Bukhra, die Buch von Al-Fatuh, Hadith 4599, überliefert von Anas bin Malik. Unter uns befand sich ein demütiger junger Mann mit großem Drang zur Verehrung und zum Glauben der Gute, dem Glauben dienliche Arbeit tat. So erwähnten wir seinen Namen dem Propheten gegenüber, doch er wusste nicht, wem dieser Name gehörte. Dann beschrieben wir ihn, den Propheten, doch er wusste immer noch nicht, wer der junge Mann war. Dann sagten wir zum Propheten, oh, da ist er. Dann sprach der Prophet, sein Gesicht hat das Antlitz des Satans. Also die Sahaba sagen, dieser junge Mann, der ist ein rechtschaffender Junge, der ist voll in Ordnung, voll korrekt. Die haben gut über den gesprochen. Und Mohammed hat direkt so einen Neid herausgehabt, hat gesagt, oh, ich sehe in seinem Gesicht den Satan. Pass mal auf. So kam der junge Mann herbei und sprach, viele seien mit euch allen. Der Prophet sprach zu ihm, hältst du dich für den besten Mann hier? Er, der junge Mann, sprach, Ba'allah, ja, das tue ich. Dann ging er und betrat die Moschee. Der Prophet sprach, wer würde diesen Mann töten für mich? Guckt euch das bitte an. Abu Bakr sprach, ich würde. So folgte Abu Bakr dem jungen Mann in die Moschee und fand ihn in Gebetshaltung vor. Abu Bakr dachte sich, der Prophet verbietet es uns, einen Muslim zu töten, während er betet. Dann sprach der Prophet erneut, wer würde diesen Mann töten? Oma sprach, ich werde es tun. Prophet, so betrat Oma die Moschee und sah den jungen Mann dabei, wie er sein Gesicht für das Gebet zum Boden senkte. Und so sprach Oma, der Prophet verbietet uns, einen Muslim zu. Während er betet, ich komme wieder, um ihn zu töten, wenn er sein Gebet beendet hat. Dann sprach der Prophet, wer wird den Mann töten? Dann sprach Ali, ich werde ihn töten, Prophet. So betrat Ali die Moschee und stellte fest, dass der junge Mann verschwunden war. Dann sprach Mohammed, wenn dieser Mann getötet werden würde, dann, wenn nicht einmal zwei meiner Nationen im Streit miteinander. Dann wäre nicht zwei meiner Nationen im Streit miteinander. Wie im Märchen, genau, ich gucke direkt, ja ehrlich. Nasdar, komm hier, ich will dir ein Stummschaltpaket geben. Ich will dich ruhig machen. Bitte ruhig, ruhig, komm hier. Text mir ein Messer, das ich dir nicht sehen kann. Ist das zu fassen, wie oft muss ich noch beweisen, wie oft, wie oft, warum wachen diese Leute nicht auf, das ist so krank. Christen haben sich 30 Jahre getötet und haben 6 bis 10 Millionen Juden auf dem Gewissen und Kreuz getötet. Nee, der nächste Atomwissenschaftler, Wahnsinn. Da hast du vollkommen recht, mein Muslim. Da hast du sehr scharf sindig, warst du da. Hast du mal bitte auch. Wo sind diese Leute hier? Wie heißt das? Alexa antwortet, wo bist du? Alexa! Ach, Itikula ist wieder da. Itikula! Itikula! Komm rein, Itikula, ich muss ein wenig mit dir über die Hadith gegenüber den Frauen reden. Itikula, zeig auch deinen schönen Niqab. Itikula! Stumm war hier, diese, hier, Nasdar. Nasdar, Stummschaltpaket, an! Alexa antwortet, wo ist mein Bruder, Abo-Hetzerei? Itikula! Johannes 3, Vers 19, ja genau, sehr gut. Was hast du? Hast du Jibri gesehen, oder was? Habt ihr gesehen? Die hat Jibri gesehen! Die hat Jibri gesehen! Itikula, komm her! Itikula, komm her! Itikula, komm her! I want to talk to you! Ruf Abo-Hetzerei an, okay. Ja, warum kommt der denn nicht rein, äh, 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 Alexa antwortet. Was heißt Inshallah, so Gott will. Er Knuttschaltpaket... Ich bin, äh, 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 äh... Es ist ein Knut, äh, 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 äh. Mal gucken, ob Aboezerei rangeht. Alexa antwortet, das war eine Falschinformation. Aboezerei ist ja gar nicht da. Aboezman, wo ist der Typ? Wo ist dieser wundervolle Aboezman? Oder drückt er sich wieder? Aboezerei, wie geht's dir? Ich bin live, oder ist er? Du bist alive? Ich bin alive. Du bist lebendig, oder was? Ja, komm mal mit deinem Account hier rein. Nein, ohne Geld ist es nicht. Willst du auch Grundstücke verkaufen im Himmel? Nein, aber ich bin sehr, sehr müde. Ich musste viel, viel arbeiten, was du ja nie in deinem Leben getan hast. Ich arbeite doppelt so viel wie du, ey. Und deswegen bin ich müde. Du bist immer fit, weil du nie arbeitest, deswegen. Ich bin immer on point. Immer am Arbeiten. Immer fleißig. Ja, du bist am Arbeiten mit Hetzerei. Das ist keine Arbeit. Die normale Menschen... Ja, weißt du, was das für eine Arbeit ist? Die ganze Zeit mit allen Leuten zu reden, ey. Das ist Wahnsinn. Eigentlich musst du dich auch mal bezahlen lassen, für deine psychische Therapie dann. Um mit diesen ganzen Leuten da zu reden. Ja, eigentlich brauche ich echt mal so eine Reinigung, ey. Deshalb komm rein hier in den Streamy. Wer ist denn alles da? Ja, viele Geschwister, viele Muslime, viele, alle. Ist Arafat Abu Dhabi auch da? Ja, wir können ihn einladen. Ja, wenn er nicht da ist, dann hab ich keinen Bock. Wenn er da ist, komm ich auch. Danke, Gypsy. Ja, ruf den mal an. Ich hab seine Nummer nicht, sonst würde ich ihn anrufen. Ja, über Instagram. Mach einfach so 6 Millionen Mal immer ihn anrufen. Irgendwann mal sieht er das. Ach so, ja. Okay. Ne, ich bin wirklich total glatt hier von der Woche. Du weißt ja selber, wie hart die Woche war jetzt auch. Und die Nacht. Das fühl mich glatt. Das wäre ich auch reinkommen. Ja, okay. Kein Problem. Ja, aber ich kann trotzdem mal ein bisschen dazukommen oder was, ne? Ja, sag ich ja. Du kannst ja normal über deinen Account ein bisschen reinkommen. Genau. Ich kann reinkommen und schlafen einfach während du da bist. Ja, genau. Du kannst einfach schlafen ein wenig. Ich leg dich dann schlafen. Ja, okay. Alles klar. Ich komm rein und schlafe dann. Okay. Dann komm rein und dann lege ich dich schön mit Decke zu, is A. Ich schlafe und unterstütze dich immer in Schlafen. Beim Schlafen unterstützt du mich, is A. Ich unterstütze dich beim Schlafen. Ja, dann komm rein, du Schlafender. Wo ist denn? Wo bist du denn? Ja, ich bin hier auf dem Hauptaccount live. Müsst du bei diesem Willi-China-App drehen wieder, oder was? Ja, Tiki-Toki. Die Zeit rennt, ne? Tick-Tack, Tick-Tack. Ja. Tick-Tack. Danke, Aleko. Komm jetzt, Dessa. Beeil dich. Ich leg jetzt auf. Ja, okay. Tschüss. Ja. Der Abo-Heads-Man kommt jetzt auch rein. Dann ist, äh, die Headstreet-Boys sind dann vollkommen. Hahaha. Die Headstreet-Boys sind dann da. Was hab ich gestern auch immer gesungen? You are mein Hetzer. Hahaha. Hahaha. Die beste Hetze. I wanted it. Heads away. Hahaha. Hahaha. Ja, Mann. Headstreet-Boys. Ja, genau. Musselmann-Stummen. Ja, ich denke hier ist so. Musselmann. Wie oft willst du das noch schreiben? Müslimann. Hahaha. Müslimann. Hahaha. Hetzfieber. 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 Lass uns ein bisschen hetzen. Hahaha. Mit Müslimann. Müslimann, komm rein. Ich will ein bisschen mit dir Headstreet-Boys singen. Ich lach auch. Ja, natürlich du liebst doch deinen Doktor-Sheikh. Ja, der lacht sich kaputt. Lacht dich mal lieber unter Schienbein von Allah kaputt. Dann lacht er, dann lacht er da. Ey, das ist doch nicht normal, ey. Das kann doch alles nicht mehr wahr sein. Jetzt kommt auch noch... was reicht das nicht oder mit zeit bist du hier was was los wie geht es dir was allerdings mal mit der gegessen hat deine familie nicht zu essen gemacht oder was ja okay du bist ein sehr bescheidener mensch ich weiß nicht so wie mohammed ja ich war doch schon langsam wie langsam soll ich noch sein ja mohammed dein prophet dann sagt sallallahu alaihi wassallam ja was bedeutet denn salla ja du weißt was salla bedeutet ne allahs gebete auf seinen propheten sallallahu alaihi wassallam ja ich weiß der gott des islam betet zu mohammed der gott des islam ist mohammed selber ich bin ich bin marokkaner türkisch bei diesen alles in einem kommt zu mir kommt zu mir kommt zu mir nein du musst du in jesus kommen mann du brauchst die liebe gottes was du hast doch letztes mal erst vorgebetet wieder ja du darfst nicht sagen dass ich als imam in der moschee alter vorbeter bin auf damit die leute kriegen noch schock auf damit denn die kasse an mir zitieren kann ich stelle mir vor ich habe die leute lassen mich deinen moschee auf einmal den vorbeter machen was meint wie krass das wäre und da komme ich so mit so ein bad oder mache ich so was salamu alaikum barakatuhu 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 my dear brothers let's go und dann meine all die dinge wie heißt das mit diesem scheikhanzug und dann denke ich wäre so ein imam auf einmal drehe ich mich so um auf einmal sagen die ach du heilige da ist ja der größte der hetzmann ist ja da Taitana Torgi bist du. Einfach Vorbilder. Ich kriege den Schock ihres Lebens, wenn ich als Vorbilder da ankomme. Oh, du bist zu krank. Ich sag dir ehrlich, du hast gemerkt, ich war lange nicht immer der Livestreams, gell? Ja, du warst lange nicht mehr da. Wolltest du sagen, warum? Hast du Dirba gemacht? Nein, ich hatte... Guck, hör zu. Ich hatte eine Chaya, gell? Die sagst du, hör auf mit Mami zu reden, der ist zu attraktiv und so. Du bist ein bisschen geil auf den und so. Hör auf mit dem Blödsinn. Danke dir, Diego. Der hat mich erwischt, die wollten mich blockieren und so. Die wollten mich blockieren, ne? Ich hab gesagt, der Armin gefällt mir mehr als du, mach dich ab und so. Und danach sind wir jetzt Schluss gekommen. Sag mir, du musst umkehren von deinem jetzigen Leben. Du musst zum Herrn kommen. Rette deine kostbare Seele. Welchen Herrn? Jesus Christus oder? Du musst Christ werden. Du musst den Herrn Jesus Christus als Herrn und Heiler sein. Du bist Moske. Aber Allahs Bein anbeten, das geht? Was für Beine, Bruder? Was redest du, Junge? Der hat doch ein Schienbein. Na, Sahabe. Oh, da hab ich schon scheiße, Junge. Der Mohamed sagt doch selber, dass er ein Schienbein hat. Guck dir das mal an. In Freitagsgebet hast du was anderes erzählt. Hier, guck dir das an. Allah ist Allahs Schienbein. Sahih Bukhari, 7, 4, 3, 9. Ich geb dir gleich Schienbein. Shati, danke. Ich hab auch ganz wilde Schienbeine. Ja, Allah hat ein sehr, sehr schönes Schienbein. Ja, natürlich. Sind da Haare dran oder ohne Haare? Wie macht das denn Allah da mit seinem Schienbein? Ist denn sein Schienbein rasiert? Ist es beharrt oder was ist das? Das ist wie Audi. Das fährt auf Schienen. Wie Audi? Das fährt wie auf Schienenbein. Wie auf Schienen. Fährt dieses Schienenbein wie Audi auf Schienen. Rieser. 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 Ja, wie Audi. Dieses Schienenbein fährt so genau wie Audi auf Schienenbein. Auf Schienen. Audi auf Schienenbein, ja. Ich bin wie betrunken. Man merkt, Bruder. Ich bin richtig müde. Naja, aber wenn man sehr müde ist, das ist so ungefähr wie Alkohol getrunken. Das darf man normalerweise im Straßenverkehr auch nicht fahren. Rieser hat getwurkt in unserem Club. Rieser hat getwurkt. Ich war der schlimmste Disko-Tänzer damals. Ich war der schlimmste Disko-Tänzer im Club. In welchen Club warst du? Der schlimmste Disko-Tänzer. Rieser ins Club. Heute macht er nur Hetzfieber, Hetzfieber. Hetzfieber? Hetzfieber. Hetzfieber ist gut. Hetzfieber hält jung und gesund. Ja, das ist doch was ich für Songs entwickelt habe, das ist nicht mehr normal, ey. Mach doch mal eine CD mit zwölf Songs. Mit den Greatest Hats, ne? Die Hats. Greatest Hats Alive. Mach Playlist auf Spotify. Ja, genau. Greatest Hats. Ich dachte, die Leute, die würden das supporten, die würden sagen, Dr. Scherer, aber mir muss man in allem supporten. 1 zu Amour. Das wird richtig gehen, das wird Album Charts Nummer 1 sein, vor Farid Bang und Ralf Camorra. Mach Album mit Elgier. Ralf Camorra. Sag dir, Bruder Ivi, Ralf Camorra. Reza, was meinst du, woher die diesen Titel haben, Palmen aus Plastik, Reza? Ja, Plastik. Reza, Palmen aus Plastik, sagt dir das etwas? Ja, das ist dieses islamische Paradies, ne? Dass der Penis des Moslems so lang wird wie eine Palme, ne? Richtig. Sehr gut, mein Schüler. Du bist sehr gut. Ja, ich habe einen Palmen-Penis, Junge. Palmen-Penis? Du bist auch ein Palmen-Penis, Junge. Ja, sag mir, willst du auch einen haben? Junge, die eine oder andere Damen hier in Deutschland benutzen Akelaum Plastik. Das ist Schwanz aus Plastik. Da fallen die Kokosnüsse immer davon runter. Die Marokkaner sind die Heftigsten, ehrlich gesagt. Reza, die sind Hammer, ne? Die Marokkaner sind auch heftig, ja. Wie die Tunesier und so. Ich lache mich immer tot mit denen. Ja. Warte. 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 Warte, wir müssen erstmal, müssen wir den Leuten das zeigen. So. Imam al-Khutubi sagte in seinem Buch, Tochfat al-Habib al-Shal al-Khatib auf der Seite 353, ich zitiere, Im Himmel dürfen Männer mit allen Frauen SEX haben, die ihnen auf der Erde verboten sind. Außer mit ihren Müttern und ihren Töchtern. Dadurch werden keine Kinder gezollt. Somit ist dieser SEX vergleichbar mit Analverkehr. Und nicht verboten. Nur seine Töchter und seine Mütter darf einen Mann nicht Punktpunkten. Und es wurde berichtet, dass jedem Mann im Himmel ein PENIS gegeben wird, der einer endlos langen Palme gleicht und dazu eine Vulva, die ausreichend Platz für einen solchen PENIS bietet. Und man darf mit zwei Schwestern gleichzeitig schlafen. Wow! So gut! Wer will nicht in Allas Himmel reichen? Leute! Wollt ihr nicht in Allas Himmel reichen? Lasst mich euch zitieren. Wir machen jetzt schöne Khutba halten hier. Guckt mal. Im Himmel ist es dem Mann erlaubt mit allen Frauen SEX zu haben, die ihm auf Erden verboten sind. Mit Ausnahme der eigenen Mütter und eigenen Töchter. Das heißt mit der Oma, mit der Tante, mit der Cousine, mit den Nichten. Kein Problem in Allas Himmel. Da kannst du das schön ausleben. Und der Mann darf SEX mit zwei Schwestern gleichzeitig haben. Und es besteht keine Schande darin, SEX mit jemandem ANUS zu haben. Und es wurde berichtet, dass jedem von euch im Himmel ein PENIS gegeben sein wird, der einer endlos langen Palme gleicht. Wo finden wir das? In Al-Bujerimi, Al-Khatib, Band 4, Seite 78. Ist doch gut, Bruder. Aber jetzt eine Sache. Du musst so denken. Auf der Welt gibt es Menschen, die schon deren Mutter SEX haben. Verstehst du, was ich meine? Ja, natürlich. Das ist was Schlimmes, ne? Das ist auch nicht erlaubt. Guck mal, wie krass. Ist das okay damit, die Schwester dann zu machen? Ich habe gehört. Die haben schon deren Mutter geballert. Ich finde das geil. Weißt du, was ich meine? Sag mal, hör auf damit. Also ist das nicht schlimm mit seiner Schwester zu machen? Deine Schwester? Ja, da steht doch. Man darf mit zwei Schwestern gleichzeitig machen. Ich muss meine Schwester aussuchen. Ja, du kannst mit zwei Schwestern gleichzeitig machen. Alle Ballern, Junge. Alle. Du kannst mit zwei Uchtis gleichzeitig machen. Uchti. 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 Komm ins Bettchen. Ucht im Bettchen. Warte mal, Amir. Ja. Aber das Paradies muss ich auch verdienen, oder nicht? Ja, du kannst dir das ganz einfach verdienen. Kannst du das einfach verdienen? Ganz einfach. Komm doch ins Paradies. Der Mohammed hat gesagt, wenn ihr jeden Tag so paar Sätze aufsagt, dann kommt ihr sicher ins Himmelreich, ne? In Sahi Bukhari. Tja Allah. Tja Allah. Tja Allah. Tja Allah. Wer will denn in so ein Himmelreich? Sag mir mal bitte. Jeder, Junge. Jeder. Du brauchst nicht lügen. Du findest das geil. Deswegen liest es die ganze Zeit. Du denkst dir, boah, geil. Da hab ich schon einen Palmenpenis, Junge. Hab's gekascht, Junge. Wo da immer Kokosmüsse voll runterfallen. Reza, wie sieht das denn dann aus, wenn er zum Beispiel ein Haus in Allahs Himmelreich bekommt? Er bekommt ja ein Haus. Ist er dann mit so einer Dauererektion dann die ganze Zeit am rumwedeln, ne? Ja, genau. Ja, wenn du im Schlafzimmer schläfst, wenn du im Schlafzimmer nachts schläfst, dann guck dein P-E-N-S aus dem Küchenfenster raus. Das funktioniert so. Reza, bei mir ist es jetzt schon so. Verlass den Islam. Der Islam ist das aller Grausamste. Wenn das jetzt schon so ist, dann was brauchst du denn da im Himmel? Dann hast du schon Himmel auf Erden, wenn dein Schlafzimmer aus der Toilettentür rauskommt. Mein Sipp kommt aus Fenster raus. Mein Sipp schlägt. Das ist unglaublich, ey. Unglaublich. Ja, ihr Lieben, ihr müsst euch mal vorstellen, ihr bekommt eine Dauererektion und mit dieser Dauererektion seid ihr die ganze Zeit auch in eurem Haus. Das heißt, der Dach von eurem Haus ist die ganze Zeit auf dem P-N-I-S. Was ist, wenn das so schwer wird und dann ja, das Haus zusammenbricht, weil die Wände alle zusammenfallen? Der P-N-I-S hält das alles aus, weil Allah das ja macht. Mit Sony Erektion im Himmel. Du bekommst eine Sony Erektion. Sony Erektion, du bist der genialste. Sony Erektion war doch so eine heftige Erektion. Das könnte die Marke von Allah sein, Sony Erektion. Das ist ein bisschen witziger. Das glaubst du doch nicht, oder lieber marokkanischer Freund? Du glaubst doch nicht sowas. Wenn euch keine Hölle zu brennen, boah. Das gibt's doch nicht solche Sachen mit Himmel, mit solchen Sachen. Das ist doch, du glaubst das doch nicht. Sei mal ehrlich. Ihr lacht hier jetzt am Tag. Zum jüngsten Gericht wird hier nicht mehr lachen. Der Himmel, was der Herr Jesus uns verspricht, ist ganz rein. Jesus ist ein Prophet. Wer sagt, dass Gott ist jung. Du hättest geflaxt. Jesus hat selber zu Gott gebetet. Aber wer ist sein Vater? Wer ist sein Vater? Jesus hat keinen Vater. Amateur, Junge. Ja, aber wer hat ihn gemacht? Was hat ihn gemacht? Gott. Ja, also der Vater ist Gott. Die Mutter ist Maria und der Vater ist Gott. Ist Gott dein Vater? Nein, von Jesus der Vater ist Gott. Ich bin von einem menschlichen Vater, habe ich. Jesus nicht. Sein Vater ist Gott. Seine Mutter ist Maria. Sein Vater ist Gott. Es macht keinen Sinn, was du da laberst, Junge. Du hast doch selber gerade gesagt, dein Vater ist nicht ein menschlicher Vater. Reza. Ja. Du sagst ja, Jesus hat einen Vater, okay? Ja. Aber nicht menschlich. Und wer ist der Vater von dem Vater von Jesus? Ist der ewige Gott. Willst du denn jetzt auch einen Vater geben? Ne. Es gibt nur einen Vater, der ist ewig. Unser Gott, Vater, der ist im Himmel. Merk selber, dass es keinen Sinn macht, das Ganze. Ja, du hast doch gerade gesagt, Jesus Vater ist nicht menschlich, also ist jemand anders. Das macht so komische Sachen, Junge. Das ist nur Kacke, Junge. Du hast doch selber zugegeben. Du hast doch selber zugegeben. Nein, ich laufe nicht weg. Ich sitze wie eine Eins mit meinem Palmen-Penis. Assach, wir hören nochmal. Ja, ja. In Ture 4 an Nisa 171 steht, dass Jesus das Wort von Allah und sein Geist ist. Wo war dieses Wort, das in Maria eingehaucht wurde? Wo hast du diese Informationen? Aus Koran. Dann lese mal. Wo, wo? Zeig mal. Ja, okay, kein Problem. Alles mit Beweis. Ohne Beweis, von lieber kleiner Zeige. Ohne Beweis, nichts glauben. Jetzt kann ich irgendwelche Hadithe raus und so, wie immer. Nein, nein, das ist Koran, was der Ex-Muslim dir gleich zeigt. Wir wollen mir Zeige. Surah 4, 171. Oh Leute, der Schrift übertreibt nicht in eure Religion und sagt gegen Allah nur die Wahrheit aus. Al-Masih Isa, der Sohn Mariams, ist nur Allas Gesandter und sein Wort, das er Mariam entbot und Geist von ihm. Siehst du? Wo war dieses Wort, das in Maria dann eingehaucht wurde? Was? Das kann doch nicht wahr sein. Bruder, ich check gar nichts, Bruder. Der hat ja auch noch nie den Koran gelesen, das ist ja das Problem, der weiß ja von nichts. Sag Allah. Sag Allah, ich hab noch nie gelesen. Wollah. Alleine Asch-Shetan, Bruder. Schau ich aus wie ein Horster, Bruder. Wenn ich einen Imam nicht gelehrt hab, Bruder. Aber hast du schon mal den Koran gelesen? Bruder, aber ich weiß nicht alles vom Koran. Ich lese... Hast du den Koran gelesen? Ja. Nein, hat der nicht einmal gelesen. Aber weißt du nicht alles vom Koran? Du lügst mich gerade an. Junge, sag Hullah. Hullah. Hullah, du lügst. Hullah sogar. Hullah, was? Nee, ist in Hölle. Ist sowieso in Hölle, wo rede ich da? Die sagen, Hullah, tick eh nicht. Ja komm jetzt, Asta hab ich schon jetzt den Nächsten. Komm, hör auf mit dem Quatsch. Kann doch nicht wahr sein, ey. Kannst du Johannes 3 Vers 19 vorlesen? Aber klar doch. Das Wort hat immer Vorrang. Was heißt denn überhaupt der Name Johannes, beziehungsweise Johannand? Warte mal. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht, also den Herrn Jesus, und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Aha. Die Muslime möchten nicht, die Muslime möchten nicht zum Licht kommen, zum wahren Licht. sie wollen lieber in der Finsternis bleiben. Traurig. Hallo mein Lieber. Wer ist da mit uns? Hamid. Hallo. Hamid 1. 1, 2, 3. Hamid 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 1, 2, 3. Hamid. Hamid. Polizei kommt. Schnell. Polizei kommt. Schnell. Hallo. Hi. Siehst du, wenn jemand sagt Polizei zu Ausländern, dann sind die sofort wach. Ne, ne, mein Handy war aufstumm, deswegen ja. Also, okay. Danke dir, Werdo. Kann ich euch nur etwas sagen? Ja. Alter, ganz TikTok ist voll mit euch, mit Ex-Muslims und Christen und dies und das. Das ist doch schön. Hamid. Das ist doch schön. Habt ihr gesehen, ihr Lieben? Hamid. Wir bringen Jesus Christus wieder zurück auf die Landkarte und müssen wir wie Sklaven Einheit gebieten. Wo ist denn? Jetzt ist er raus. Seht ihr, ihr Lieben? Habt ihr gesehen? Liken. Wir müssen likey, likey machen. Komm jetzt. Einen. Ich hatte gestern 2,2 Millionen Likes. Unglaublich. Das, was die großen TikToker so schaffen, also fast nicht mal schaffen, das mache ich hier in einem Livestream. Ist das krass mit den Geschwistern? Ja, die Geschwister haben dich sehr gepusht. Hammer, ey. Deswegen sage ich auch immer auch einen großen Dank an die Wundervollen hier im Chat. Ne, auch an die, die jetzt zwar nicht im Glauben sind, aber dennoch die Gefahren des Islams muss ich trotzdem, danke dir Isabel, trotzdem im Hinterkopf haben. Mein Kopf ist immer noch Matsch von 10 Stunden Streamen. Ja, heftig. Das war gestern heftig. Ich habe nur noch gedacht, jeden Moment mein Kopf, der fliegt auseinander. 10 Stunden. Warum hast du den überhaupt so lange gemacht? Ich weiß nicht, ich konnte auf einmal nicht mehr raus, weil man die ganze Zeit so in diesem Ding drinne war. Man wollte das Ganze noch mit sehr vielen Leuten. Ja, da kann immer wieder was Neues, verstehst du? So war das. Ja, schön auf jeden Fall. 2 Millionen Likes ist Hardcore. Ja, das ist heftig. Auch jetzt geht es wieder ab. Guck mal da oben, wie das da oben abgeht. 200.000. Das ist so Hammer. 200.000 sofort. Wir haben fast gleich wieder die halbe Million geknackt. Seht ihr ihr Lieben, wie heftig das ist? Solange ihr das teilt und mit diesen ganzen Sachen und Tippen und alles Mögliche. Wir kommen auf allen For You Pages. So Hammer ist das. Das ist sehr schön. Das ist so genial. Das ist sehr schön, dass dieser Hetze auf allen YouTube Pages ist. Danke, bitte. Danke auch für den Hut von ihm. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Riza, ich hatte gerade einen Vers vorgelesen. Ich hatte ja Mohammed als einen, als jemanden gezeigt, der ja nicht von Gott ist, der das Geld mehr geliebt hat als Gott. Und dann auf einmal gibt der Herr mir erst Johannes 4. Riza, pass mal auf. Ja. Danke euch, Johann Brate und für das Herz. Guckt mal hier, das ist 1. Johannes 4, Abvers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon in der Welt ist. Wahnsinn, ne? Ja. Danke, Mama. Ja. Wie das perfekt passt auf den Mohammed, ne? Der geleugnet hat, dass Christus ins Fleisch gekommen ist, dass er ihn nur als Propheten abgestempelt hat und nicht der Sohn Gottes ist, der Gott selber ins Fleisch gekommen ist. Wahnsinn, ne? Ja. Wie die anhand der Bibel die Schablone auf Mohammed anwenden und sehen, dass er niemals ein Prophet war. Ja. Ja. Das sind die Warnungen von der Bibel eben, dass da Jahrhunderte später eine Religion kommen wird, der eben nicht bezeugt, dass Gott im Fleisch gekommen ist, also dass Gott Mensch wurde. Ja. Und das ist der Geist des Antichristen. Ganz einfach. Und Islam fällt halt unter dieser Bezeichnung. Und was habe ich euch gerade vorgelesen aus Sura 4, 171, wie dieser Gott des Islams auf einmal sagt, oh Leute der Schrift, damit seid ihr gemeint. Ahlul, wie heißt das im Arabischen? Ahlul Kitab. Ahlul Kitab, Leute der Schrift, genau. Übertreibt nicht in eurer Religion und sagt gegen Allah nur die Wahrheit aus. Al-Masih Issa, der Sohn Mariams, ist nur Allahs Gesandter. Siehst du? Nur ein Gesandter. Und sein Wort, das was er jetzt falsch gemacht hat, weil wo war denn das Wort von Allah? Das ist doch schon in Ewigkeit mit ihm, oder nicht, Reza? Ja, ja, klar. Natürlich das Wort Gottes ist ja mit Gott, ewig. Dass er Mariam entbot und ein Geist von ihm. Darum glaubt an Allah und seine Gesandten und sagt nicht drei. Hört auf damit, seht ihr? Seht ihr, ihr Lieben, der Geist des Korans? Das ist besser für euch. Allah ist nur ein einziger Gott. Preis sei ihm. Und erhaben ist er darüber, dass er ein Kind haben sollte. Ihm gehört alles, was in den Himmel und was auf Erden ist. Und Allah genügt als sagt, mir kommt das so, als würde der Teufel hier reden, um Jesus klein zu machen. Merkst du? Ja, natürlich. Klar. Habt ihr eigentlich auch das Gefühl, dass der Teufel hier gerade spricht, um Jesus so klein zu machen, wie es nur geht? Und glaubt nicht an den dreieinigen Gott. Nein! Ja. Das Heftige ist, wie gesagt, wenn wir die Warnung haben von der Bibel Jahrhunderte früher und genau Jahrhunderte später kommt so eine neue Religion und fällt genau unter diesem Urteil, wovor wir gewarnt worden sind in der Bibel. Dann sollten halt die Anhänger dieser Religion, dieser neuen Religion eben sich darüber Gedanken machen, dass eine andere Religion, die davor war, davor gewarnt hat. Heftig, ne? Weil wenn jemand mit solcher Lehre kommt, dann wisst ihr, dass das eine bösartige Geist dahinter steckt, ne? Ja. Ja. Ne? Ein liebevoller Vater warnt ja sein Kind, bevor das Kind von einem fremden Menschen eben zu Schaden kommt. Richtig? Richtig. Der liebevolle Vater sagt für das Kind, für das Leben des Kindes, pass auf, das wird das und das und das auf dich zukommen. Das ist böse, mach das nicht, mach das nicht, ja? Und dann entlässt der Vater das Kind halt in die Freiheit. Aber es wird gewarnt vorher, dass sowas passieren kann, dass sowas kommen kann. Und so ist das auch mit dem Gott der Bibel. Der liebevolle Vater warnt seine Kinder, dass später böse Sachen kommen können und da muss man eben vorsichtig sein und sich davon fernhalten. So wie ein Kind, ja? Wenn der Vater sagt, mach das nicht, sprich nicht mit Fremden, da kommt Warnung vorher und dann kommt der Fremde später, ne? Richtig. Erst kommt die Warnung und dann kommt der Fremde, der Böses vorhat später und das Kind ist dann gewarnt. Und das Kind, das auf den Vater hört, auf den liebevollen Vater hört, ist dann geschützt. Und das Kind, das nicht auf den Vater, auf das Wort des Vaters hört, das fällt diesem Fremden dann zum Opfer. Zum Opfer, ja, da hast du recht. Immer kommt die Warnung, bevor etwas Schlimmes passiert, vorher. Du brauchst 1000 Abonnenten, Anastasia. Hast du 1000 Abonnenten? Nein, du hast 198. Leute, nochmal, damit ihr versteht. Danke, Sammy. Wer hier reinkommen will, der braucht 1000 Abonnenten. Das ist das Problem bei TikTok. Ich weiß, dass viele am liebsten hier reinkommen würden, aber sie haben leider die 1000 Abonnenten nicht. Ja. Ja. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wo war denn dieses Wort von Allah im Anfang? Genau. Johannes nimmt uns direkt mit diesen Worten direkt zu Anfang der Schöpfung, wo Gott sprach, das Wort sei, es sei Licht. Und Gott sprach, es sei Licht und es wurde Licht. Das heißt, Johannes führt uns direkt an zu Beginn der Schöpfung, im Anfang, dass Jesus Christus alles erschaffen hat. Das Wort Gottes, Jesus Christus, hat alles erschaffen, das Wort Gottes. 1. Mose 1, 1. Amen. So wie im Kolosserbrief. Im Anfang schließt Gott durch die Himmel und die Erde. Wodurch hat denn Gott alles erschaffen? Durch? Durch sein Wort. Amen. Guck mal hier, Kolosserbrief, Leute. Damit wir verstehen, wieder geistige Nahrung aufnehmen. Mit dieser Trading Schablone. Mein Gott, es sind Leute mit Trading Made, das ist doch nicht normal. Jeden Monat ein Passiv Christi durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus an die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolosse. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Hören. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben. Da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. Amen. So habt ihr es ja auch gelernt von Hippaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu aller Standhaftigkeit und Langmut, mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Herbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Deshalb weißt du noch, wo haben die zu dir gesagt, wo sagt Apostel Paulus, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist? Heftig, ne? Ach, jeder zweite Satz im Neuen Testament, die ganzen Briefe sprechen immer wieder von der Lösung durch das Blut des Lammes. Immer wieder. Auch die Offenbarung. Auch die Offenbarung spricht sehr oft dann halt durch das Blut des Lammes. Reingewaschen. Herr Ratz, hör zu. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene. Der Erstgeborene. Der über alles Schöpfung ist. Jesus Christus. Denn in ihm ist alles erschaffen worden. Der ist der Eben. Wenn Jesus Christus nur ein Geschöpf ist, wie kann der Gott durch ein Geschöpf alles erschaffen? Das ist doch Quatsch. Der muss durch sich selber alles erschaffen. Das wäre ja Blasphemie, sowas zu behaupten. Oder dieser... Wenn das steht, alles ist durch Christus erschaffen worden. Das schließt eben aus, dass nicht, also beziehungsweise etwas erschaffen wurde, was nicht durch Christus erschaffen worden ist. Ja. Ja, alles ist durch ihn erschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Das heißt also, Christus ist der Schöpfer, ist der Gott. Amen. Der alles erschaffen wird. Ja, Amen. Danke, Andi. Heftig, ne? Hören wir weiter. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Seht ihr? Seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen worden. Für Jesus Christus. Und er ist vor allem. Und er ist vor allem. Alles hat seinen Bestand in ihm. Andi. Und er ist das Haupt des Leibes. Er ist das Haupt des Leibes. Er, der der Anfang ist. Er, der der Anfang ist. Er ist geboren aus den Toten. Damit er in allem der Erste ist. Damit er in allem der Erste ist. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Aha. Und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Seht ihr, Gott hat durch sich selber alles mit sich selber versöhnt. Seht ihr, wie Jesus Christus ist Gott im Fleisch? Lasst euch nicht von diesen Antichristen betrügen und verführen, dass Jesus Christus nicht Gott ist, Leute. Das ist doch nicht normal. Ich bitte euch, falls hier jemand drin ist, der behauptet, dass Jesus nicht Gott ist, der sollte nochmal Buße tun und wirklich in sich hineingehen und sich eingestehen, dass Jesus Christus mehr ist als das, was ihr denkt. Ja genau. Im Strafrecht haben wir ja auch dann eben den Fall, dass wenn der Schuldige stirbt, dass dann eben die Strafe aufhört. Man holt den Toten nicht nochmal hoch und bestraft ihn dann. Er stellt ihn nicht nochmal an die Wand und erschießt ihn nochmal. Nein, mit dem Tod ist alles vorbei. Die Strafe ist dann verhängt, ist schon vorbei. Ja, das sieht man auch zum Beispiel von Mafia-Leuten oder so. Ja, wenn du die Mafia-Leute etwas schuldest und du zahlst das nicht zurück und du hältst die hin und du verarschst sie, ja, dann erhöht sich der Zorn von der Mafia über dich, weil du schuldig bist und du diese Schulden nicht zahlst. Da kommen die und dann töten die dich. Und sobald der Tod von dir eingetreten ist, ist die Schuld bezahlt. Dann ist der Zorn abgewendet. Der Zorn ist dann gestillt. Ja, sobald die Mafia dich tötet, dann hat die Mafia auch keinen Zorn mehr über dich. Du bist tot. Das ist mit dem Tod ist der Zorn des Gläubigern, ja, wie beim Schulden, Gläubiger gestillt. Und wenn die Menschheit sich über dieses Thema ein bisschen Gedanken macht, warum Christus unbedingt sterben müsste für die Schuld, dann könnte es sein, dass dann eben ein paar Neuronen und ein paar Synapsen sich zusammenbilden und man das erkennt dann plötzlich, dieses Prinzip. Die Welt, beziehungsweise inklusive die ganze islamische Welt, versteht nicht, dass etwas sterben muss, damit die Schuld getilgt ist. Dabei haben sie tagtäglich im Strafrecht damit zu tun. Sie sehen, sobald ein Mensch stirbt, ist die Strafe auch vorbei. Das heißt, die Strafe ist schon erledigt. Aber es muss mit dem Tod erst die Strafe vorbei sein. Solange er denn noch lebt, derjenige, muss er die Strafe tragen. Und so hat auch Gott dieses Strafrecht auch in die Welt hineingegeben, damit der Mensch dadurch erkennen kann, dass mit dem Tod dann der Zorn des Gläubigers, dem er noch was schuldet, so lang ist es. Er schreit hier in mein Ohr, der hat doch gefallen an seiner Stimme. Der denkt, der ist voll der so hier Pavarotti. Der denkt echt, der ist Pavarotti. Danke, 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 Edi. Ja, das bitt ihr mal, dass der Apostel Paulus berregt und sagt, wer der Herr Jesus Christus ist. Denn durch ihn ist alles geschaffen worden. Für ihn und durch ihn. Er ist der Erstgeborene aus allem. Hören wir weiter. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er nur versöhnt in dem Leib seines Fleisches. In dem Leib seines Fleisches. Um euch heilig und tadellos und unverkündbar darzustellen vor seinem Angesicht. In der Stellung, oder? Wenn ihr, der mich im Leben gegründet und fest bleibt, und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, wie ich um eure Twillen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Reibes willen, welcher die Gemeinde ist. Deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, aber bei den Königen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Reiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Genau, das war ein Geheimnis im Alten Testament. Was sagst du? Ja, das war ein Geheimnis im Alten Testament. Die Braut Christi wurde ja nicht angekündigt im Alten Testament. Ja, dass der Bräutigam, dass Gott als Bräutigam also in seiner Braut wohnt. Und so sieht man ja auch, dass wenn ein Mann sich eben mit einer Frau eben körperlich, dass sie dann eins werden. Ja. Und zwei werden eins. Sie gehen ineinander. Und dann werden die eins. Und das ist eben das Ziel Gottes mit uns. Das ist die höchste Form einer Beziehung, wenn beide eins werden, wenn sie ineinander übergehen. Und das ist eben das Höchste, was man erreichen kann. Coach, Frankie, wir two. Coach, komm, ein paar Fitnessfragen beantworten. Das ist da mal ne heftig. Das ist auch ne heftig. Aber das ist auch, Apostel Paulus sprach da von der Haushalterschaft Gottes, die Hausverwaltung. Ja. Nach den verschiedenen Dispensationen, Haushalterschaft. Wie wundervoll. Wie wundervoll. Wollen wir weiter? Wollen wir planen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür behalte uns auch gemäß seiner wildsamen Kraft, die in mir wirkt, mitmachen. Wenn du versuchst, diese Werbung, ne, schmerzenlos zu werden, dann hör bitte sofort, Kapitel 2. Kapitel 2. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen am Rand, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden. Zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Viel, viel Dankesagung. Habt acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Aha. In dem Herrn Jesus Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig? Ja, genau. Aber Jesus ist nicht Gott? Aha. Ja. Ihr werdet noch einen hohen Preis bezahlen, ihr Jesus Gottesleugner. Ja. Das ist grausam. Also diese ganzen falschen Fünfziger, die sich auch in die Christenheit hineingeschlichen haben, die sich als Christ bezeichnen und eben die Lehre vertreten, dass der Herr Jesus nicht Gott ist. Das ist der Geist des Antichristen. Das heißt, also der Satan hat auch seine Leute in die Christenheit hinein manövriert, damit er eben Leute fischt, die nicht vorsichtig sind. Das ist so grausam und traurig ist er, ne? Ja, Wölfe im Schafspitz, aber wie... Als ich damals angefangen habe, die Bibel zu lesen, ich habe sofort erkannt, dass Jesus Christus mehr behauptet hat, als nur so ein normaler Prediger zu sein oder nur der Sohn Gottes oder was. Ich habe das sofort erkannt, dass er auch behauptet hat, etwas eine pöttliche Natur zu haben. Nicht nur das, sondern auch wirklich behauptet hat, der Allmächtige zu sein. die ganze Zeit, ne? Ja, genau. Genau. Wenn die Leute unbedingt den Herrn Jesus als Mensch sehen wollen, klar, da haben wir auch eben Verse, wo der als Mensch bezeichnet wird. Ja. Genau. Und die Leute, die den Herrn Jesus nur als Gott sehen wollen, dass er kein Mensch ist, nur Gott, dafür haben wir auch Verse. ne? Ja. Es kommt darauf an, ob du das Wort Gottes ganzheitlich betrachten willst oder nur schübchenweise. Stückchenweise, ja. Gott segne euch auch und eure Familie auch. Guck mal, ich war ja vor Moslem und jetzt habe ich, ich habe mich auf keine Demonstration eingelassen, ne? Ich bin auch noch nicht getauft, weil ich der Taufe nicht würdig bin, aber ich habe jetzt, ich habe die Zeugen Jehozas Bibel analysiert, ich habe HFA Bibel analysiert, Menge Bibel, Schlachter und die Luther, ne? Aber in der Bibel Warte mal, warte mal, bist du nicht derjenige gewesen, der die Gott hat, das Herrn Jesus leugnet? Ich sage, also ich sage, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Aber nicht Gott selbst, obwohl du gerade gehört hast, was der Apostel Paulus sagt, ne? Nee, nee, ich bin neu reingekommen. Unglaublich, ey. Ich kenne den noch von früher. Ja, der ist schon seit langem. Ja, ja. Der ist schon seit Monaten. Ich kenne den schon von früher. Sein Bruder war auch irgendwie Christ und der hat ihm das alles beigebracht und so, ne? Ja, 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 ja. Ja, auch eine verlorene Seele, ne? Kannst du mich taufen? Natürlich kann ich euch taufen. Aber es ist natürlich schwierig, Aufruf zu starten, ne? Gottes Segen, meine Lieben. Gottes Segen, auch dir. Gott segne dich und deine Familie. Bruder, ich muss sagen, also ich bin jetzt schon seit, ich sag mal, ich kenne dich schon seit einer ganzen Weile, ne? Schon seit vielen, vielen Jahren kenne ich dich und deine Videos, ne? Von YouTube noch damals. Ja. Und ich habe mir immer auch schon damals gedacht, Bruder, ich habe mir, also das war, wie gesagt, es war vier, fünf Jahren, dachte ich mir, Bruder, der ist, also ich war schon seit von Geburt, ich bin Kurde, ja? Aber ich war von Geburt an, sage ich jetzt mal, ja, in Anführungszeichen Christ, ja? Aber ich habe halt nie wirklich an den Worten des Herrn geglaubt, beziehungsweise nicht das getan, was er will von mir, ja? Ich habe halt mein entzündenhaftes Leben gehabt und habe dann vor sieben Monaten circa einen kompletten Sinneswandel gehabt, beziehungsweise ich habe Wunder am eigenen Leib durch den Herrn Jesus Christus erlebt und bin dann wiedergeboren als Nachfolger von Jesus Christi und Bruder, was soll ich sagen, also jetzt verstehe ich ganz genau, wie, ich sage mal in Anführungszeichen jetzt, fanatisch du bist, weißt du? Und ich bin eins zu eins genauso, Bruder. Also... Ja, so musst du eigentlich... Aber natürlich in Liebe und gute Werke, ne? Ja, eh klar, eh klar. Aber im Endeffekt meine ich halt nur, dass du, was du auch tust, Bruder, du machst das alles richtig. Also es ist mir... Amen. Es ist mir so komplett egal, was andere machen und ich hoffe wirklich, dass du dafür deinen Lohn im Himmelreich kriegst vom Herrn. Amen, Amen. Selbst mit Erkältung und alles komme ich rein. Aber Bruder... Selbst mit Erkältung gehen wir nicht auf. Bruder, von... Wo bist du nochmal? Ich bin mir nicht ehrlich gesagt nicht sicher. Wie meinst du? Also was für ein Landsmann du bist? Achso, ich komme aus Iran. Aus Iran, okay. Hättest du, ich sorge schon um Arme. Danke irgendwie. Ah... Du bist Kurde, aus Irak oder was? Aus Irak, ja, Bruder. Ja, sehr schön. Spruchst du Arabisch? Nee, Bruder, nicht wirklich. Nicht wirklich, also Kurmanji, eh? Genau, Kurmanji. Danke, Nati. Ja, sehr schön. Chewani, Chitki. Porschem, Bruder. Paka. Porschem, Bruder. Sehr schön, sehr schön. Ja, aber genau... Okay, mein Lieber. Vor allem, wenn ich da mit irgendwelchen anderen Kurden... Danke dir, Nati. Ja, aber... Und ich rede da mit denen, sagst du, ja, guck mal, Jesus Christus ist Herr, alles, ne? Und dann, guck mal, entweder lachen die mich aus, weil die jetzt, sagen wir mal, an den Jesiden-Glauben festhalten, ne? Sorry, ne? Aber Schwachsinn. Danke dir, Nati. Das ist absoluter Schwachsinn, das mit den Jesiden, ja? Ich kenne mich da ziemlich gut aus, ja? Und das ist der größte Schwachsinn, ja? Und das ist der größte Schwachsinn. Und auch wenn ich jetzt, sagen wir mal, früher muslimische Freunde habe, ich habe denen auch gesagt, boah, schon mal, also vor mir der Bekehrung, ja? Da habe ich eh gewusst, Jesus Christus ist Gott, ja? Und das habe ich auch schon früher gewusst. Aber ich habe nicht nur mit den Worten gelebt. Aber ich finde das halt traurig, ne? Weil vor allem nach der Bekehrung hat sich, ich sage mal, ein komplettes Weltbild verändert, ja? Er sagt, aha, keine Beleidigung an Jeside. Ich sage es mal so, ja? Sehr, sehr viele von meinem Stammbaum, ja, sind Jesiden. Genau, das ist es, ja. Ich meine, ich sage mal so, streng genommen, vom Volk her bin ich auch Jeside, ja. Vom Irak, streng genommen. Aber den Glauben vom Jesiden, das habe ich noch nie in meinem Leben praktiziert. Und das wird niemals passieren, bis zu meinem Tod. Auf keinen Fall. Also lieber, du kannst ruhig ein Messer meinen Hals halten, ja? Durchschneiden, sagen, guck mal, nimm anderen Glauben an und verleugne, Herr Jesus Christus, niemals schneid man den Hals ab. Ist mir doch egal. Der Tod ist Sinn und Gewinn für mich, ja? Ja, Amen, sehr gut. Ja, wir müssen zum Herrn stehen, ne? Alles andere ist natürlich nicht die Wahrheit, ne? Und wie, Bruder, also, wenn ich jetzt anfange würde zu erzählen, was bei mir passiert ist, Bruder, viele sagen so, sie haben so einen leichten Sinneswandel gehabt, was auch immer, ne? Bruder, ich habe Visionen gehabt, ich hatte Träume mit dem Herrn Jesus Christus, so, wie soll ich sagen? Und bei der Wiedergeburt von mir, ja, das war dieses Jahr, Anfang dieses Jahres, da hatte ich so einen Sinneswandel, wie als ob jetzt ein Zimmer dunkel ist, ja? Und du schaltest einfach das Licht ein, ja? Einen kompletten Sinneswandel. Und viele würden mich deswegen auslachen, sagen, guck mal, das hast du dir eingebildet, das ist keine Einbildung, ja? Jesus Christus selbst, Gott selbst, ist mir erschienen. Es gibt keinen Muslimen, es gibt keinen Andersgläubigen, der mir sagen kann, guck mal, Bruder, das ist das und das. Es ist mir egal, Gott selber, ja, ist mir erschienen. Wer bist du, Mensch, dass du mir irgendwas weismachen könntest? Ja, genau. Wenn Gott einmal sich offenbart hat, dann kann kein Mensch mehr das Ganze verrücken. Das ist vorbei dann. Stell dir mal vor, Gott offenbart sich Abraham und dann kommt ein Mensch zu Abraham und sagt, komm, dein Gott ist nicht der wahre Gott. Komm, wir müssen den Elefantengott von mir anbeten. Verstehst du? Oder Mose, mit dem brennenden Dornbusch, wo der Gott des Universums sich ihm offenbart hat, und dann kommt ein anderer Gott und sagt, komm zu mir. Der Mose hat schon erlebt, den wahren Gott. Da kann ihn kein Mensch mehr von ihm wegbringen. Vor allem, ich habe schon mit so richtig vielen Schwestern und Brüdern im Glauben geredet. Die haben ebenfalls Wunder am eigenen Leib erlebt. Und dann kommen irgendwelche dahergelaufene Muslims und sagen, na schau mal, Bruder, das ist, Mohammed hat das gemacht, guck mal, das ist Update an Bibel, was auch ich denke mir, Bruder, schau mal, du hast keine Ahnung, wovon du redest, ja. Du hast dich niemals mit deinem beschäftigt, ja, geschweige denn mit der Bibel, sage ich jetzt mal. Ja. Bruder, das ist, wenn ich, ja, Jesus, Gott selbst ist mir erschienen, hat mich von Grund auf verändert. Ich war eine komplett andere Person, ja. Und dann kommt der Muslim, ja, und sagt, guck mal, Bruder, stimmt nicht. Das hast du nicht zu sagen, was war denn der ausschlaggebende Grund, warum du zum Herrn Jesus gefunden hast, was war der wichtigste Punkt? Boah, so ich sag mal, es sind zwei Punkte, ja, also, ich sag's mal so, Ende Jänner dieses Jahres hatte ich den tiefsten Punkt meines Lebens, also ich war sozusagen, wie soll ich sagen, schon depressiv, hatte leider auch irgendwo ab und zu Suizidgedanken, ja, weil das Leben mir einfach, ja, keinen Sinn mehr gemacht hat. Ich hab mich wirklich immer gefragt, wo ist der Sinn des Lebens? Was mach ich hier überhaupt, ja? Ja, sehr gut. Und dann, ähm, kurze Zeit danach habe ich gefragt, Gott, ich bitte dich, ich weiß, dass es dich gibt, bitte, zeige mir dich, zeig mir, was die Wahrheit ist, warum ich lebe, ja? paar Tage danach habe ich einen Traum gesehen, wo ich den Herrn Jesus Christus oben am Kreuz sehe. Ich gehe zu ihm, sage zu ihm, mein Herr, ich bitte dich, entferne das Böse von mir. Er ist vom Kreuz, voller Blut, ja, am Kreuz genagelt, kommt er runter zu mir und sagt zu mir, mein Sohn, ist es Zeit, mir zu folgen. Und ab diesem Traum habe ich mir gedacht, was war das bitte? paar Tage später, ich lese ein bisschen mehr die Bibel, ich bete mehr als vorher, und dann sehe ich den einen Traum, der mein komplettes Leben verändert hat, bis jetzt noch. Und zwar, es war so im Traum, als ob ich ganz normal wach bin, ja, so wie ich es jetzt auch bin. Und dann höre ich so, wenn meine Familie mich ruft ins Wohnzimmer, ich bin dann unterwegs, ja, plötzlich öffnet sich die Decke über mir, alles reißt, alles bricht auseinander, und die sieben Trompeten stoßen und ich sehe oben den Herrn Jesus Christus und er sagt, es ist Zeit, dass meine Kinder zu mir jetzt kommen. Und ich sehe nach oben, ich sehe ein goldenes Portal, ich fange an zu schweben und ich fliege wirklich schnell nach oben und ich bin durch das Portal durchgeflogen und, ja, so bin ich aufgewacht und habe auf meiner Sprache siebenmal Hwade, Hwade, also Gott auf Kurdisch gesagt, ja, Hwada, Hwada, ja, Hwada, 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 habe ich siebenmal geschrien, ja, und Bruder, an dem Abend habe ich gesagt, mein Herr, mein Gott, wenn du willst, dass ich irgendwas für dich tue, wenn du mich als Gefäß benutzen willst, ja, dann bitte, lasse mich deinen Willen ausführen, egal was es ist, mein Leben hat so oder so ohne dich keinen Sinn mehr. Und im selben Moment habe ich, ich sage mal, einen ganz großen Strom an Tränen, ich sage mal, geweint, meine Hände sind automatisch nach oben gegangen, gesagt, mein Herr Jesus Christus, du bist mein Ein und Alles. Und im selben Moment hatte ich dieses Klick in meinem Kopf, einen kompletten Sinneswandel, ja, ich habe dann im selben Moment bei meiner Freundin Schluss gemacht, mein Musikgeschmack, ja, bis heute nichts von erdlicher Musik mehr gehört und auch nicht das Verlangen danach, ab da keine perversen Gedanken mehr, alles was perverser passiert ist, ist von mir absolut verschwunden. Der Herr Jesus Christus hat mich wiedergeboren lassen und ich werde ihm bis zu meinem letzten Atemzug dafür dankbar sein. Ja, sehr schön, danke mir. Dein Traum erinnert mich natürlich an Hiob 33. Hast du das Buch Hiob gelesen? Nicht zur Gänse, Bruder. Okay, ja gut, kannst du anfangen, das ist ein sehr, sehr schönes Buch. Hiob 33, ab Vers 14, sondern Gott redet einmal zum zweiten Mal, aber man beachtet es nicht im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt und sie auf ihren Lagern schlummern. da öffnet er das Ohr der Menschen und besiegelt seine Warnung an sie, um den Menschen von seinem Tun abzubringen und den Mann vor dem Hochboot zu bewahren, damit er seine Seele vom Verderben zurückhalte, also, dass da seine Seele dann in der Hölle landet, damit er seine Seele vom Verderben zurückhalte und sein Leben davon in den Wurfspieß zu rennen, also in sein Verderben zu rennen. Und das sage ich ja immer wieder, wenn ich sage, Muslime, ihr lauft auf das scharfe Messer zu und ihr werdet Verderbung haben. Die Prophezeiungen sind ja ganz genau. Und die Muslime denken immer, dass ich sie so fertig mache, dabei setze ich hier alles ein, damit die Muslime die Chance haben, das alles so zu sehen, wer Mohammed war, was der Islam ist, der Ursprung. Ich werde von allen Seiten angegangen, obwohl wir die Beweise haben, dass Mohammed niemals ein Prophet war und der Islam nicht von Gott ist. Das ist unglaublich. Ja, das hat der Herr Jesus ja auch vorausgesagt, dass wir verfolgt werden. Alle, die gottselig leben wollen, werden Verfolgung leiden. Das hat der Herr Jesus alles vorausgesagt. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt, sagt der Herr Jesus. Heftig. Also es läuft alles nach Plan. Aber Gott sei Dank bekomme ich auch Nachrichten und sehe, dass sehr viele Muslime aus dem Islam ausgetreten sind. Das gibt mir sehr viel Kraft. Die Leute, beziehungsweise die Muslime, die wirklich sich eingestehen, dass da irgendwas nicht stimmt, die schicken mir Nachrichten und die wissen ganz genau, dass der Islam niemals von Gott ist und sie auch eine Entscheidung rausgetroffen haben und eine Entscheidung für den Herrn getroffen haben. Halleluja. Amen. Amen. Aber ich bin auch sehr viel auf TikTok unterwegs, ja, und debattiere mit sehr, sehr vielen Muslimen, ja, und die bringen halt immer wieder das Gleiche, ja, wieso wusste Jesus den Tag des jüngsten Gerichts nicht, du weißt schon die Standardfragen, ne. Ja, Markus 13, 32, ne. Du widerlegst das perfekt, ne, und die kommen, ja, Bruder, guck mal, das stimmt nicht, ja, und dann sagst du, ja, Sachen, die offensichtlich in dem Koran, sagen wir mal, jetzt die Iddah oder die Mutdah, Bruder, du bringst solche Beispiele, ja, und die sagen immer auch, ja, was ist falsch damit? Bruder, dir ist alles recht, das ist das Problem, dir kann man einfach nicht mehr helfen, ja, man kann vielleicht einen Samen bei dir reinpflanzen, ja, aber den Rest muss der Herr Jesus Christus machen, man kann in diesem Moment nichts mehr machen, es ist, vor allem, du bringst das Beispiel mit Aisha, ne, und die sagen so, ja, was ist so schlimm daran? Ja, Bruder, das kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Ich spreche mit einer Wand hier, ohne Spaß, man spricht wirklich mit einer Wand. Ja, natürlich, wenn derjenige da auf stumm geschaltet ist, dann kannst du ihm die allerheftigsten Beweise bringen, der wird es nicht akzeptieren, der muss offen sein für das Ganze, das ist das Problem. Viele sind halt sehr, sehr in ihrer eigenen Welt gefangen und möchten da in ihrer Lüge lieber weiterleben, ne? Eine Wahrheit kann ja auch sehr unbequem werden, verstehst du? Lieber in einer bequemen Lüge leben, als eine unbequeme Wahrheit annimmst. Immer schon so. Ja, Bruder, wenn die von Jung auf das von den Eltern, von deren Imams, von den Muschelen eingetrichtert bekommen in den Kopf, ja, da und gesagt haben, dass wir Christen dreckig sind, dass wir Schweine sind und was auch immer, dann denke ich mir auch, ja, komm, irgendwo verstehe ich, dass das schwer zu verstehen ist, ja, aber wenn du ein Mensch mit einem teils, ja, gesunden Menschenverstand bist, dann verstehe ich nicht, wie du das wie gut heißen kannst, was Mohammed alles gemacht hat, ja, von seinem Rassismus, von seinem Sklavenhandel, von seinem Pädophilie her, aber Menschen werden alles gut reden, das ist einfach so, das ist die Natur des Menschen, einfach das gut zu reden, was wir von Jung auf gelernt haben. Ja, da war Christ, das stimmt nicht ganz, dass der Herr Jesus nicht voraus, genau voraussagt, wann er zurückkommt, ne, in Markus 13, da ist im Markus Evangelium stellt den Herrn Jesus ja als den Menschen, als den vollkommenen Menschen da, und da sagt er eben, dass der Sohn des Gottes als Mensch das nicht weiß, aber in Matthäus 24, als Sohn Gottes Gott, da weiß er es, und da sagt er genau, ich habe nicht gesagt, dass er es nicht weiß, ich meine, dass sie es das Argument bringen, aber ich habe nicht gesagt, dass es nicht so ist, im Ende versteht den griechischen Urtext, es liegt ja an dem Vater, das zu offenbaren, ja, der Sohn selber weiß es auch, Matthäus 24, da sagt der Herr Jesus als Sohn Gottes, Gott, wann er zurückkommen wird, welche Ereignisse genau passieren müssen, und dann er zurückkommt, da sagt, da weiß er es, als Sohn Gottes. Ja, Bruder, das weiß ich ja das ist mir klar, ich habe dir gesagt, dass er es nicht weiß, das ist mir ja klar, nur, ich glaube, du hast Log tritt, dann muss man ihm sagen, ja, Markus Evangelium als Sohn Gottes Mensch, da weiß er es nicht, weil er Mensch wurde, er hat sich eingeschränkt, aber als Sohn Gottes Gott, im Matthäus Evangelium, Kapitel 24, da weiß er es, und da sagt er es ganz genau, weil eben der Vater, Sohn und Heiliger Geist in der Gottheit alle drei es wissen. Amen, ja, in jeder Meinung bin ich hier sowieso, also, ich glaube, du hast mich vielleicht ein bisschen falsch verstanden. Ja, okay, kein Problem, nur, also, wenn man mit Muslimen in Dialog tritt und dann die immer das Argument bringen, dann einfach schnell zu Matthäus 24, zum Beispiel ab Vers, lass mich mal schauen, die Hälfte des Matthäus Kapitel 24 ist das Zurückkommen des Herrn Jesus Christus, die Wiederkunft, ihr werdet vom Krieg Gerüchten hören und alles, ja. Genau, aber ohne Spaß, wenn du das jetzt an Muslimen erklärst, du zeigst ihm, guck mal, offensichtliche Beweise und du kommst doch mit Urtexten, ja, du gehst etwas tiefer in die Materie rein, kommen die entweder mit, guck mal, ja, Allah weiß am besten, nicht die Augen sind besonders die Herzen oder die sagen, die verlassen einfach das Stream. Das ist, es sind einfach drei Fluchtwege, ja, für die. Oder sagen, ja, Bibel-Update. Bruder, guck mal, im Toten Meer wurden die Schriftrollen entdeckt, ja, von dem Alten Testament, von dem Tora genauer gesagt, ja, da steht offensichtlich, da gibt es sogar den Hebräer 1,8, wo Gott selbst, ja, wo Yahweh selbst Jesus als Gott bezeichnet. Du zeigst das denen, die sagen, ja, guck mal, ich glaube daran nicht. Ja, Bruder, man kann mit dir reden, wie man will. Ja, ich will. Armin John, kannst du bitte Matthäus Evangelium Kapitel 4, Kapitel 4, Abvers 3 lesen, damit die Leute wissen, dass der Herr Jesus als Gott genau weiß, wann er zurückkommt. Und er gibt detaillierte Beschreibungen von den Ereignissen, die passieren müssen und dann kommt der Herr Jesus zurück. Und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg und sein Junge kam herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht, dass dies alles war, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende der Weltzeit sein? Und jetzt sagt er Jesus, genau was kommen muss, bis er zurückkommt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Sleuschen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird euch der Drangsal preisgegeben und dann wird man euch der Drangsal preisgegeben und euch töten und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Islam, Mohammed. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber aushat bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt. Werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Weiter, weiter. Der Herr Jesus gibt weitere Details, wann er zurückkommt. Also, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, der es liest, der achtet darauf. Dann flieh auf die Berge. Wer in Judäa ist, wer auf dem Dach ist, der steigt nicht hinab, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um seine Kleider zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillen in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter noch im Sabbat geschieht. Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten, Mohammed, und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus, siehe, er ist in den Kämmern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohn sein. Denn wo das A ist, da sammeln sich die Geier. Und wo das A ist, da sammeln sich die Geier. Genau. Und weiter. Noch weitere detaillierte Beschreibung der zukünftigen Ereignisse, wann der Herr Jesus zurückkommt. Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttern werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Daniel 7,14 Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her. Von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Von dem Feigenbauen aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht so erkennt, dass er nahe vor der Türe ist. Wahrlich, ich sage euch dieses Geschlecht wird nicht vergehen bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen aber meine Worte werden nicht vergehen. Genau. Da spricht er als Gott. Immer. Als Gott, als Mensch. Als Gott, als Mensch. Du musst nur schauen, wann der Herr Jesus als Mensch spricht wann der Herr Jesus als Sohn Gottes Gott spricht. Das wechselt sich immer wieder ab. Meine Worte werden nicht vergehen. Das spricht er wieder als Gott. In der ganzen Ausführung bis jetzt hat der Herr Jesus als Gott gesprochen. Deswegen sagt er zum Schluss, damit wir wissen, aha, okay, da spricht gerade Gott. Meine Worte. Himmel und Erde werden nicht vergehen, aber meine Worte werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Da sagt er, ah, da sieht man, ah, okay. Und da spricht der Herr Jesus gerade als Gott. Das wechselt immer wieder nacheinander. Mensch Gott, Mensch Gott. Halleluja, gepriesen sei der heilige Name des Herrn Jesus Christus in Ewigkeit. Das wird heftig werden, wenn die Muslime das selbst in ihrer Sunder drin haben, dass der Herr Jesus Christus zurückkommen wird, aber ein verzerrtes Bild darüber haben. Und wir dann auf einmal zurückkehren müssen zur Bibel, um wahrhaftig zu erkennen, wer der Herr Jesus Christus ist und wie er zurückkommt. Das ist Wahnsinn. Ja, genau. Aber es werden eben schreckliche Dinge passieren. Der Herr Jesus sagt ja selber, es wird so schrecklich sein, wie es noch nie in der Weltgeschichte so etwas gegeben hat. Von der Wucht her, von der Dramatik her, also Weltkriege, Seuchen, Hungersnöte, dass da, wenn der Herr Jesus dann sein Zurückkommen sich verzögern würde, dass kein Mensch überleben würde. Musst du dir mal vorstellen, wie schlimm es werden würde. Heftig. Und das haben die Leute noch alles vor sich. Die müssen alle dadurch, durch diese Hölle auf Erden. Alle, Atheisten, Buddhisten, Muslime, Hinduisten, alle müssen durch diese Hölle auf Erden durch, weil sie eben die Wahrheit nicht angenommen haben, auf das sie hätten errettet werden können. Wie sie hätten errettet werden können. Zwei Thessalonicher. Zwei, genau. Das ist die Konsequenz, wenn du nicht auf den liebevollen Vater und seine Warnungen hörst, sondern einfach deine eigenen Sachen machst. Ja, meine Lieben, ich glaube, ich gehe jetzt mal wieder raus. Gott segne euch. und danke noch für's, 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 Bruder. Halt da mir Jesus Christus fest und lass dich nicht von irgendwelchen Religionen irgendwie beeinflussen oder irgendwie leere Philosophien. Niemals, Bruder. Gottes Willen. Bis zum letzten Mattenzug werde ich für Jesus Christus leben. Amen. Das gleiche wünsche ich auch allen christlichen Geschwistern. Amen. Danke dir. Gut, meine Lieben. Ja, Gottes Segen. Ciao. Gottes Willen. Ciao. Und den Herrn Jesus anbefohlen. Ciao. Ja, wundervoll, ne? Ja. Aus allen verschiedenen Richtungen kommen sie, ne? Das ist so heftig. Ja, der Herr Jesus sagt ja, wer kläglich sät, wird auch kläglich ernten. Ne? Wenn du zum Beispiel dann so viel sehst, das Wort Gottes, natürlich wirst du auch groß ernten, dass da Leute auch durch dich, ne? Dass der, dass der Herr durch dich eben auch viele Leute zur Bekehrung bringt. Risa, warum hast du nie, äh, warum hast du niemals so ein Zeugnis, äh, rausgehauen, also als Videoform? Wie ich zum Herrn gekommen bin? Ja, mein ganzes Zeugnis, ist meine ganze Arbeit. Wenn man meine Arbeit guckt, dann weiß man, ah, okay, ja, okay, alles klar, dadurch ist er zum Glauben gekommen. Meine ganze Arbeit ist mein Zeugnis, wie ich zum Herrn gefunden habe. Da braucht es nicht noch ein extra Zeugnis. Weil ein extra Zeugnis, wenn ich das zeigen würde, da sind nur Fünfe und Sechsen. Risa, wir reden hier gerade über die Wiederkehr des Herrn Jesus Christus. Was mache ich auf? Die Wiederkehr des Messias, Risa. Hammer. Ja, das ist ein kleines Zeichen, ne? Siehst du, dass der Herr Jesus immer lebendig ist und einem kleinen Zeichen gibt. Ist das krass? Ja, ja, ja. Das kann doch nicht mehr wahr sein, ey, ich gehe doch einfach nur noch kaputt. Wie lebendig bist du, Herr? Ja, er ist ein lebendiger Gott. Amen. Und dann, was habe ich gerade gesagt über den Hadith, wo der Herr Jesus Christus im Islam beschrieben wird? Allahs Gesandter sprach, ich schwöre bei dem, in dessen Hand mein Leben liegt, der Sohn Marias wird bald hinabsteigen und unter euch sein, als ein gerechter, als ein gerechter und der Herrscher, Richter der Welt, Cezar. Wer richtet als das Richten von Gott? Er wird Kreuze zerbrechen, das Schweinschlachten und die Jizia hier abschaffen und der Reichtum wird fortwährend fließen in solcher Menge, dass niemand zögern wird, dies anzunehmen. Und dann heißt es weiter, hier sehen wir ein neues Bild Christi im Islam. Wir denken, Mohammed ist der größte von allen Propheten Allahs. Der größte Prophet aller Zeiten. Allerdings ist der Tod. Jesus ist ein Prophet, doch sein Buch wurde verfälscht. Esa, der muslimische Jesus, konnte nicht einmal eine Person in der heutigen Welt dazu bringen, seinen Lehren zu folgen. Er rannte davon, um sein Leben zu retten und bat einen anderen darum, seinen Platz am Kreuz einzunehmen und an seiner Stelle zu sterben. Nach all diesen üblen Dingen, die man Esa vorwerfen kann, ist er dem Koran zufolge der vorher bestimmte Retter und Erlöser der Welt, Esa. Er wird als der Herrscher der Welt zurückkehren. Wie du siehst, sagte Mohammed, Esa wird als ein Gerechter und der Herrscher Richter für sie kommen, für die ganze Welt. Dann fragen wir uns, wieso war Mohammed nicht der Messias? Selbst in Filmen sterben meist die wichtigsten Charaktere, mit Ausnahme der Helden. Der Held ist es, der die Guten am Ende rettet und ihnen den Sieg bringt. Laut dem gezeigten Hadith ist Jesus Christus, der den Sieg bringt und nicht der tote Prophet Mohammed. Demzufolge machen wir die Christen das Logische und das Richtige. Wenn dir jemand sagt, wir haben hier zwei Männer und wir müssen uns entscheiden, welchen wir folgen wollen. Wem würdest du folgen? Wenn Jesus ein Gerechter und der Herrscher Richter sein wird, macht das Jesus dann nicht zu Gott? Kein Mensch ist gerecht, nur Gott, so Koran Zuge 6, 57. Ich für meinen Teil habe einen klaren Beweis von meinem Herrn. Doch ihr verwerft, was ich bei mir habe, was ihr gerne so dringend bezüglich Urteil und Strafe sehen wollt, habe ich nicht bei mir. Die Befehle liegen einzig in der Hand Allahs. Er urteilt anhand der Wahrheit und er ist der beste Richter von allen. Widerspruch, wenn Jesus Christus als gerechter Richter zurückkommt und Allah in Suche 6, 57 sagt, dass es kein gerechtes Richten gibt als das Richten von Allah. Jesus ist Allah. Ganz einfach. Du kannst ja nicht das Gericht über die Menschen... Du kannst ja nicht das Gericht über alle Menschen einem Menschen überlassen, weil der kann ja nicht perfekt... Nachher macht er einen Fehler und Gott musste dann ja den korrigieren. und er muss sagen, ey, Moment mal, da hast du nicht gerecht geurteilt bei diesem Fall. Ja, heftig, ne? Das war für einen Riesenwiderspruch. Was für einen Riesenwiderspruch. Der Richter über alle Menschen ist Gott selbst, weil Gott alles weiß. Amen. Und Gott, der das absolute Maß ist. Und deswegen kann Gott nicht einem unter Gott oder einem unter seinem Niveau stehenden Wesen das Gericht überlassen. Da musst du ja korrigieren manchmal, wenn er Fehler macht, andere. Nicht mal ein Engel kann das machen. Wie widersprüchlich ist der Islam, bitte? Das ist doch krank. Ja, oberflächlich gesehen, ja, hört sich der einigermaßen schön an. Ein Gott, man kann ihn nicht sehen, man kann ihn anbeten und so weiter. Aber in der Tiefe, da liegt der Hund begraben. oberflächlich hört sich und ist alles schön auf der Erde. Wenn du zu einem Autohändler gehst und seine Autos hat er schön geputzt und dann von außen so oberflächlich sehen seine Autos alle top aus. Aber innen, wenn du dich richtig da mit den Sachen beschäftigst, dann siehst du, dass sie alle Fehler haben. Ja, dann kommt die Katastrophe erst zum Vorschein. Hallo? Versteckte Reparaturen. Hört ihr mich? Nein, mein Junge. Gott segne dich und deine Familie. Dann geht's durch. Gut, gut. Dann haben wir jetzt. Alhamdulillah, Bruder. Mir geht's gut. Was ist denn das Thema gerade? Wo kann ich einspringen? Weil ich habe Fragen am Christen. Das Thema ist alles möglich, aber jetzt speziell haben wir über die Gottheit des Herrn Jesus gesprochen, dass der Herr Jesus Gott ist, der Mensch wurde. Ja, ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Ihr kennt euch aus dem Thema Christentum, oder? Bisschen, ja. Okay. Und zwar frage ich mich, das Gotteskonzept von Vater, so ein Heiliger Geist. Ich verstehe das nicht. Ich kann das auch überhaupt nicht verstehen oder nachvollziehen. und zwar, wie kann ich das jetzt miteinander vereinbaren? Wenn Vater, es sind drei Personen, aber es ist ein Gott. Das geht doch nicht klar. Das muss doch irgendwie doch so sein, dass es nur ein Gott gibt. Ja. Du bist ja ein Mensch, richtig? Ja. Du bist ja nicht drei Menschen. aber du bestehst aus Körper, Seele und Geist. Alle drei Komponenten sind voneinander zu unterscheiden. Dein Körper ist nicht dein Geist. Dein Geist ist nicht deine Seele. Deine Seele ist nicht dein Körper. Und doch bist du ein Mensch. Aber wir reden hier nicht von einem Menschen, wir reden von drei verschiedenen Körpern im wahrsten Sinne des Wortes. und wir reden von einem Menschen. Ja, genau. So wie du aus drei verschiedenen Ebenen bestehst, aber trotzdem ein Mensch bist, so ist Gott eins, aber er besteht aus drei verschiedenen Personen. Also zu wem betet ihr jetzt? Betet ihr zum Vater, zum Sohn oder zum Heiligen Geist? Genau. Also die Bibel sagt uns ganz klar, dass wir durch den Heiligen Geist, den wir empfangen haben, zum Herrn Jesus und zum Vater beten können. Also zu beiden. Ja. Danksagung an den Vater. Danksagung, nee, auch keine zwei Götter. Danksagung an den Vater, zum Beispiel, dass er uns seinen Sohn gegeben hat, der uns erlöst hat. Der selber auch Gott ist, der Sohn. Hast du das gerade mitbekommen, wenn man dich zum Beispiel als Muslim fragt, weil du bist ja Muslim, richtig? Ja. Wenn man dich fragt, dass Gott sein Gericht einem Menschen übergibt, würdest du nicht sagen, das ist ein Widerspruch, denn allein Gott kann nur richten? Da habe ich nicht verstanden. Kannst du es wiederholen, Bruder? Ich habe dich gefragt, du weißt ja, dass Gott der perfekte Richter ist, weil er alles ja kennt, oder? Ja. Nur Gott kann ja perfekt richten. Es kann ja nicht ein Mensch, weil ein Mensch würde ja Fehler machen. Ja, kommt drauf an, was für ein Sachverhalt das ist. Ich kann ja auch richten, wenn ich sehe, dass du was klaust. Ich meine damit, dass er die Welt richtet. Er gibt sein Gericht nicht irgendjemanden, außer das gerechte Richten von Gott, denn nur Gott ist ja gerecht im Richten. Ja. So. Wie kann es sein, dass aber Jesus Christus zurückkommt, um der gerechte Richter zu sein? Aber im Koran steht, in Zuge 6, 57, es gibt kein gerechtes Richten als das Richten von Allah. Ich sage dir ganz ehrlich, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Da hast du leider den falschen Koffen. Ich kenne mich eher so Thema... Ja, aber auch wenn du dir das jetzt nicht auskennst, wir führen ja keine Debatte, es sind nur Fragen, die ich dir so stelle, dass du dir Gedanken machst darüber. Klingt das nicht irgendwie widersprüchlich, dass Gott sein gerechtes Richten mit einem Menschen einfach nur teilt? Boah, äh, wie hieß du nochmal? Amir, ne? Amir, es tut mir leid, bei allem Respekt, aber bei so einem Thema kann ich nicht einfach von Schnauze raus eine Antwort geben. Ich muss mich da schon sehr tief... Ja, aber was sagst du denn dazu, wenn du sowas hörst? Würdest du nicht sagen, das passt doch nicht zu sagen. Das ist doch ganz einfach zu sagen, nein, du hast recht, nur Gott kann ja perfekt richten, weil kein Mensch kann ja irgendwie gerecht richten. Ist doch Quatsch. Hier schreibt einer, er will es nicht beantworten. Ja, ich will es auch nicht beantworten, weil ich da weder den Tepsir kenne, noch irgendeine Erklärung kenne. Ich kann doch nicht... Lass mal jetzt bitte den Chat, lass mal bitte den Chat beiseite. Wir reden doch gerade miteinander. Ich versuche den nur, anhand eines Beispieles, ein wenig deine Sichtweise zu ändern und den Koran auch mal zu hinterfragen und zu sagen, ja, warte mal, in Zuge 6, 57 steht, dass der Allah der gerechte Richter ist. Wie kann es sein, dass Mohammed auf einmal sagt, dass Jesus zurückkehrt, um gerecht zu richten? Ist er Gott oder was? Boah, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich bin da nicht. Guck mal, ich habe auch eine Frage an dich, Amir. Ich gehe mal davon aus, dass du für mich wünschen würdest, dass ich zum Christentum konvertiere, oder? Ich wünsche mir nicht, dass du zum Christentum konvertierst. Ich wünsche mir, dass du dem lebendigen Gott Jesus Christus folgst und deine Seele in Sicherheit bringst. Ja, so. Also, dementsprechend müsste ich dann zum Christentum konvertieren. Würde es dir reichen, wenn ich dir zeige, dass Mohammed gelogen hat, dass du den Islam verlässt? Nein, nein, darum geht es mir ja nicht. Du willst mich ja vom Christentum überzeugen. Wenn du mir zeigst, wenn du mir zeigst, dass Jesus Christus gelogen hätte, oder was, dann hätte ich gesagt, okay, das ist natürlich heftig. Das muss ich selber mal überprüfen und alles Mögliche. Würdest du da nicht genauso vorgehen? Natürlich würde ich das selber überprüfen. Ich kann doch aber jetzt nicht, wenn du sagst, ja, schau mal hier, Mohammed hat gelogen. Okay, ich bin raus vom Islam. Ja, okay, nee, deswegen sage ich dir, ich bringe die Beweise und zeige dir, aha, guck mal hier, der Mohammed sagt durch die Hadith heraus, dass Frauen Spermien haben, das dünn und gelb ist und dass der Mann Spermien hat, das dick und weiß ist und wer auch immer zuerst kommt, dem wird das Kind ähnen. Hast du schon mal sowas gehört? Nein, ich sag dir ganz ehrlich, nein. Was meinst du, wenn du damit zu einem Biologen gehst und ihm erklärst, dass Mohammed ein Prophet ist und dass Gott ihm diese Sachen gesagt hat? Verstehst du? Ja, aber ich sag dir ehrlich, unser Prophet Spermien hat auch sehr, sehr, sehr vieles Richtiges gesagt, vor allem auch in der Wissenschaft. Mein Lieber, du verstehst immer noch nicht, die Gelehrten sagen, dass Mohammed nicht einfach aus sich selber spricht. In dem Hadith heißt es, dass sie ihm die Frage gestellt haben. Drei Fragen, um ihn als einen Propheten zu erkennen und er sagt, ja, Jibril kam zu mir, weil Gott mir die Antwort gegeben hat und auf einmal sagt er, ja, die Frauen und was die Ähnlichkeit des Kindes anbelangt, ist es so, dass wenn, wer zuerst auch immer kommt beim Geschlechtsakt, dem wird das Kind auch ähnen. Ist das zu fassen? Das hat ja von Allah, das ist doch Quatsch. Ich kann dazu nichts sagen, ich kenne mich da nicht. Da gebe ich ehrlich zu. Das hat doch nichts mit damit zu tun, dass du nichts dazu sagen kannst. Das ist doch Quatsch. Ich weiß weder, ob es stimmt oder ob du jetzt lügst. Ich weiß nichts. Gehen wir mal davon aus, du bist doch ein sunnitischer Muslim. Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim sind doch für dich das Authentischste überhaupt nach dem Koran. Ja. Also, und er sagt in Sahih al-Bukhari, dass Gott Jibril gesandt hat, um ihm die Antwort zu geben. Und dann sagt auf einmal der Jibril dem Mohammed, weil er das von Allah hat, und dann sagt er, geh und sag den Leuten, als beweis, dass du ein Prophet bist, dass wer auch immer zuerst kommt, dem wird das Kind ähneln. Das ist eine Quatschaussage überhaupt. Ja, Bruder, aber ich würde mich mein ganzes Gotteskonzept danach orientieren. Ich habe doch meine Überzeugung nicht von einem Hadith, den du jetzt so rausgezogen hast. Ich habe dir nur ein Beispiel genannt. Ich kann dir Tonnen von Hadiths zeigen, wo Mohammed nur gelogen hat. Was würdest du von jemandem denken, der zum Beispiel deine Frau ausspannt und du musst ihm seine Frau geben? Du musst dich scheiden lassen, damit Mohammed sie heiratet. Ist das ein Prophet Gottes? Ich kann, Bruder, ich kann zu nichts was sagen, sag ich ganz ehrlich. Wenn ich mich da aus... Geh doch mal rein hypothetisch aus, dass Mohammed dich auf der Straße sieht, wie du mit deiner geliebten Frau langläufst. Auf einmal fallen die Augen des Propheten, deines Propheten, auf deine Frau. Dann musst du dich laut Zure 33 Vers 50 scheiden lassen, damit Mohammed sie heiraten kann. Ist das ein Prophet? Sag es aus dem aufrichtigen Herzen. Ich kann dazu nichts sagen. Ich weiß nichts, Bruder. Dein Herz. Merkst du, wie du stockst? Dein Herz will es nicht zu, dass du weißt, du weißt, dass Mohammed kein Prophet ist. Du weißt, dass der Mohammed kein Prophet ist. Wer gibt denn seine geliebte Frau, mit der der Kinder hat, einem Mann, der behauptet, ein Prophet zu sein? Das kann doch nicht wahr sein. Ich weiß, Bruder, der Prophet Mohammed aus Zalem ist der einzig wahre Prophet. Das ist der einzig wahre Prophet. Der einzig wahre Prophet, der deine Frau ausspannt. Alle Achtung. Alle Achtung. Der ist der wahre Prophet, der die Ahlus Sunnah wal Jamaah geleitet hat. Alle Achtung. Der sagt, der ist der einzig wahre, der seine Frau ausspannt. Wundervoll. Weißt du, was der Herr... Weißt du, dass der Mohammed... Weißt du, mein Lieber, mein... Ja, kannst du gleich. Weißt du, dass der Mohammed in der Bibel prophezeit wurde? Mohammed, unser Prophet aus dem Jahr, als Ahmed wurde der prophezeit. Ja, warte, ich zeige dir, wie der Herr Jesus Christus über ihn spricht. Matthäus 7, 15. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Und weiß, wo der Platz von Mohammed und Allah ist? Offenbarung 20, 10. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier Allah ist und der falsche Prophet Mohammed und sie werden gepeinigt werden von Tag und Nacht bis Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist es, was die Bibel über Allah und Mohammed sagt. Die sprechen doch aber vom selben falschen Propheten, vom falschen Messia, oder nicht? Vom Dajjal. Nein, hier geht es um Propheten, die Quatsch erzählen. Und ich habe dir gerade gezeigt, was für Sachen er erzählt hat. Es gab, aber ich küsse sein Herz, Bruder, es gab doch sehr viele Propheten, die behauptet haben, sie seien ein Prophet. Ja, und wenn jemand, und deswegen sagt die Heilige Schrift, wenn jemand zu euch kommt und ein anderes Evangelium verkündigt, was wir euch nicht verkündigt haben, der sei verflucht. Denn Christus kam ins Fleisch und jeder, der bekennt, dass Gott im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott geboren. Hat Mohammed bekannt, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist? Keine Ahnung, wo du sehr ehrlich bist. Ja, keine Ahnung, ja, ich weiß. Das Ding ist, guck mal, du denkst, ich wäre ein Gelehrter, boah, ich kenne mich überhaupt nicht. Das hat schon gar nichts mehr mit Gelehrter zu tun, und dein Herz will es einfach nicht tun lassen. Ich merke das schon. Wenn ich dir jetzt sage, wenn ich dir jetzt Beweise zeige, wo ich zeige, hier, guck mal, der Christentum ist komplett falsch. Du glaubst das doch auch nicht direkt. Du würdest doch auch erst mal recherchieren wollen. Guck mal, du hast jetzt mein Interesse geweckt. Du hast jetzt 100% mein Interesse geweckt. Ich werde, ich werde, dieser Interesse nachgehen und ich werde auch recherchieren über den Islam jetzt, über diese Verse, die du mir gerade gesagt hast. So, ich kann, ich kann doch aber jetzt nicht auf Knopfduch einfach eine Überzeugung, die ich seit Jahren aufgebaut habe, einfach verlassen. Das erwarte ich auch nicht von dir. Das ist mir schon bewusst, aber wenn du auf einmal so etwas hörst, wie zum Beispiel, Mohammed war Sadr al-Amin, er war der Vertrauenswürdige, er war der beste Mensch, der je gelebt hat. Weißt du, was dieser beste Mensch alles getan hat? Er war der beste Mensch, der je gelebt hat. Ja, ist das der beste Mensch, der ein sechsjähriges Kind auseinander nimmt und sie mit neun Jahren, also mit sechs Jahren heiratet und sie mit neun Jahren entjungt war? Ja, jetzt wieder dieses Thema. Guck mal, ähm, Ja, wieder dieses Thema, das ist doch kaputt, das ist doch krank. Das ist krank von einer Perspektive, wie wir es jetzt betrachten. Das ist aber nicht krank, aus einer jetzigen Perspektive, aber damals war es in Ordnung? Nein, nicht dieses Argument, nein, du musst verstehen, dass Aisha Radialaouan kein sechsjähriges Kind oder kein Baby war oder kein... Ah, also ein sechsjähriges, also eine sechsjährige, zu damaligen Zeit war eine Frau? Zur damaligen Zeit, du kannst, das sind, Amir, das sind 1400 Jahre, ich küsse es dann her, okay, also vor 1400 Jahren waren auf einmal sechsjährige Frauen, Nein, habe ich nicht gesagt, ich habe aber gesagt, dass 1400 Jahre eine sehr, sehr lange Zeit sind, wo sehr vieles passieren kann und wo nicht nur, nicht nur moralisch oder nicht nur, äh, kritisch Dinge anders betrachtet werden, sondern auch rein biologisch, beziehungsweise so, dass Aisha Radialaouan, sie war 3400 Jahre, kann ich mir es einfach nicht vorstellen, dass sie keine Frau war. Okay, also, äh, du willst den Leuten hier, vor 316 Leuten, willst du sagen, dass Aisha schon reif war, richtig, dass Mohammed mit dir geschlafen hat, richtig? Ja. Okay, Sahih al-Bukhari, 6130, ich zitiere, ich spielte in der, ich spielte mit Puppen in der Gegenwart des Propheten und meine Freundinnen spielten auch mit meinen, mit den Puppen und als der Gesandte Allah zu uns kam, ähm, haben die sich versteckt, aber der Prophet hat sie gerufen, um mit mir zu spielen. Kennst du Imam Ibn Hajar al-Asqalani? Nein, ich kenne mich nicht so gut am Tor. Das ist der große Hadithgelehrte, der Fatal Bari geschrieben hat, der kommentiert Sahih Bukhari, pass mal auf, er sagt, das Spielen mit den Puppen und, äh, vergleichbaren Dingen sind verboten. Aber es war Aisha zu der Zeit erlaubt, da sie ein kleines Mädchen war, das noch nicht das Alter der Pubertät erreicht hat. Der wird zur Hölle fallen, ich sage es dir. Nur der heiße Ort wartet auf diesen, diesen Mann. Auf den Propheten, zu Jerusalem? Ja, natürlich auf den, genau auf den, wo, nein, wo offenbar um 20, ihm wurde das Paradies versprochen, oder ihm wurde das Paradies versprochen. Ihm wurde das Paradies versprochen. Weißt du, was der Herr Jesus Christus sagt? Wenn du Kinder anfasst, pass mal auf. Es wäre besser, dass eine Hügelin... Aber, ich will ja nicht sagen, aber im Christentum, eure Priester, ich kenne keinen einzigen Priester, der nie ein Kind nicht angefasst hat. Ja, da hast du Richtung, die werden zur Hölle fahren. Ja, der Ruf, euer Priester an sich, ist doch voll mit Kinder anfassen. Ja, aber der ruft doch nicht von, ja, aber der ruft doch nicht von Jesus Christus, der nie ein Kind angefasst hat. Dein Prophet hat doch das vorgelebt. Ja, aber eure Vorbilder jetzt... Wer sind denn eure Vorbilder jetzt? Mein Vorbilder ist ein Priester oder wer? Wer ist mein Vorbild? Ich bin Christ. Wer ist mein Vorbild? Jetzt, jetzt. Wer ist dein Vorbild? Wer ist dein Vorbild? Wer ist dein Vorbild von den Christen? Außer Jesus. Außer Jesus gibt es kein Vorbild. Die Christen nennen sich Christen, weil sie Christus folgen. Und ihn als Vorbild nehmen. Aber wen fragst du, wen fragst du, wenn du dich nicht auskennst oder wenn du gerade einen Rat brauchst, als Christ... Den Heiligen Geist, der in mir ist, der mich in alle Wahrheit führt, so wie die Bibel mir sagt. Okay, okay, Bruder, wenn es so ein komplexes Thema ist, wie soll ich diese Frau heiraten oder nicht, soll ich einfach auf mein Gefühl hören? Nee, da schlage ich die Bibel auf und gucke nach, was geschrieben besteht. Was redest du da, Mann? Ich muss kurz jetzt mich dazwischen schalten. Ich bin später wieder da, ja? Ja. Ich muss jetzt wieder rauskommen. Ich sagte mal was. Amir, ja? Wenn du den Koran fährst, es sind nicht die Augen, die blind sind, sondern die Herzen. Das Herz, ja genau, richtig. Dein Herz ist blind für die Wahrheit. Danke, der lehnt sich. Das trifft bei dir. Das trifft genau auf dich zu, dass du nicht erkennst, dass Mohammed dich angelogen hat und du für alle Ewigkeiten in die Hölle fährst. Genau so sieht es aus. Dein Herz ist verschlossen. Wallahi, er hat mich weder angelogen, noch werde, noch wird er für alle Ewigkeiten in die Hölle. Guck mal, was Jesus Christus zu Mohammed sagt. Es wäre, es wäre für ihn besser, wenn ein großer Mühlenstein um seinen Hals gelegt wird und er ins tiefste Merv geworfen würde, als dass er einem dieser Kinder einen Anstoß zur Sünde gibt. So wird das sein. Das sage ich dir heute, so wie ich hier sitze. Wirst du mit dem Islam in den Tod gehen, war es für alle Ewigkeiten. für dich. Jesus Christus warnt auch die ganzen Priester und Pastoren, die Kinder anfassen. Wenn ihr das macht, werdet ihr zur Hölle fahren. Und jetzt sag nochmal, dass das Christen sind. Nein, ich werde mit dem Islam in Scha Allah sterben. Und ich sage dir, du hast doch gar keine Vergebung im Islam. Erklär mal den Leuten, wie du Vergebung im Islam bekommst. Wenn ich aufrichtig bereue. Nein, das reicht bei Allah nicht. Erklär du es mir mal. Wie soll ich... Allah sagt, Allah sagt in Sura 66 Vers 8, vielleicht werde ich eure Missetaten zudecken. Vielleicht. Allah ist sich noch nicht sicher. Vielleicht, wenn er einen guten Tag hat, dann vergibt er dir. Vielleicht aber auch nicht. Die einzige Möglichkeit, den Islam sicher ins Himmelreich von Allah einzutreten, ist sein Leben im Dschihad zu geben. Du tötest dich selbst und wirst getötet. Das war's. Das stimmt doch nicht. Okay, das stimmt. Es gibt so viele Hadithe. Alles klar. Okay, ein Moment. Lass mich mal aussprechen, Amir. Okay. Lass mich mal aussprechen. Du sagst, dass ich lügen würde. Es gibt so viele Hadithe, wo unser Prophet SAW gesagt hat, dass der Mensch eine Garantie bekommen kann, wenn er dies und das tut. Ins Paradies. Okay, was ist denn wichtiger? Gottes Wort, also Allahs Wort oder Mohammeds Tundada? Beides ist gleichwertig, weil beides von Allah kommt. Ah, jetzt auf einmal ist beides gleichwertig, also ist diese Lügen-Aussage von Mohammed richtig? Okay, eine Frage. Siehst du, wie ich dich immer wieder bekomme? Sobald du redest, sobald du redest, merkst du, wie ich dich immer wieder bekomme? Nein, merke ich gar nicht. Aber eine Frage. Die ganze Zeit wirst du von mir vorgeführt. Du merkst es noch nicht mal. Wie ist es denn mein Christentum? Wie bereut man denn mein Christentum? Nehmen wir mal an, ich habe geklaut oder ich habe nur Sünde gemacht. Wie folgt es da auch ab? Du wirst dem Herrn Jesus Christus deine Schuld bereuen und wirst es nicht tun. So einfach ist das. Denn der Herr Jesus Christus wird aus Alt neu machen. Siehe, das Alte ist vergangen und das Neue ist geboren. Hast du jetzt gerafft? Und wenn ich nicht bereue und es einfach fallen lasse, also einfach vergessen? Wenn du nicht deine Schuld vor dem Herrn Jesus Christus bereust, wirst du für alle Ewigkeiten verloren gehen. Das heißt, Buße tun. Also, jetzt eine wichtige Frage, weil ich muss das wirklich verstehen. Ich habe ein Kaugummi geklaut. Ich bereue es nicht. Komme ich in die Hölle? Natürlich bekommst du in die Hölle. Wenn du klaust, bekommst du natürlich in die Hölle. Wo gehen denn Diebe hin? Ich dachte, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Das ist das. Nimm ihn an, bereue deine Schuld und hör auf damit. Ja, aber warum soll ich bereuen, wenn er doch eh für meine Sünden gestorben ist? Das kann doch nicht wahr sein. Der Herr Jesus Christus kann doch deine Schuld tragen, wenn du ihn um Vergebung bittest oder nicht. Oder willst du einfach weitermachen und dann sagen, ja, Jesus ist für meine Schuld gestorben. Du musst ihn doch annehmen. Das ist doch eure Definition. Ja, wie das eure Definition? Dass der Herr Jesus für meine Sünden gestorben ist. Das heißt, und was verlangt der Herr Jesus von dir? Was verlangt der Herr Jesus Christus von dir? Gar nichts. Er ist am Kreuz für meine Sünden gestorben. Achso, der ist einfach nur so gestorben und dann kannst du jetzt machen, was du willst. Aber was ist das für ein Verständnis? Das ist euer Verständnis. Ich habe dir das gerade eben erklärt. Sag mal, hast du noch irgendwas hier oben? Geht es noch irgendwie gut hier oben? Alles gut. Ja, weißt du, was ich jetzt sehr interessant finde, Armin? Und das ist mir sehr, sehr oft aufgefallen. Was denn? Es gab noch ein Gebot von Jesus und zwar, liebe deine Nächsten so wie dich selbst. Also eure Nächsten. Ich liebe dich doch, aber ich frage dich, ist hier oben alles noch in Ordnung? Du verdrehst ja alles und du becheckst ja gar nichts. Ich merke bei dir, du folgst ja Jesus, hast ja selber gerade gesagt, ich merke bei dir keinerlei Nächstenliebe, Bruder. Ach, keinerlei Nächstenliebe, wenn ich dir ein wenig etwas zeige und mein Leben hier einsetze, damit du das auf erster Hand erfährst. Du hast mich gerade beleidigt. Du meinst gerade, ich wäre dumm und habe nix im Gehirn. ich habe gesagt, ist hier oben noch irgendwas, ist hier noch alles dicht in der Bühne oder was? Das ist doch eine Beleidigung. Ja, wenn das für dich eine Beleidigung ist, okay, ja gut. Aber da muss man sich fragen, wenn du solche Aussagen tätigst, ist bei dir hier alles noch oben gut? Bruder, Nächstenliebe heißt, egal wie komisch und dumm ich wäre, ich würde trotzdem mit jeder Nächsten... Mein Lieber, wenn du solche Aussagen tätigst, da muss ich dich ja fragen, ist alles hier oben okay? Ich habe nicht zu dir gesagt, du dummer Idiot, du Esel, was redest du da? Du hast ja indirekt gesagt. Du meinst ja indirekt zu dumm. Nein, ich habe gesagt, ist hier oben alles noch richtig? Du hast doch kein Nächstenliebe. Das ist eine Frage, die ich dir stelle. Das ist eine Frage, die ich dir stelle. Ich habe nicht gesagt, du, 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 du. Ich habe gesagt, ist hier oben noch alles in Ordnung? Eine Frage. Liebst du Muslime? Nein, jetzt bleiben wir erst mal beim Thema. Wenn du in deinem Leben gesündigt hast und eines Tages vor dem Herrn Jesus Christus stehst und nicht den Herrn Jesus Christus angenommen hast, wirst du für alle Ewigkeiten verloren gehen. Die Rettung liegt in Jesus Christus, sein Werk am Kreuz. Du kommst vor ihm, trittst in einem Gebet zu ihm und sagst, Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich habe ohne dich die ganze Zeit gelebt. Ich war ein unwissender Mensch. Ich habe gemerkt, dass ich dich brauche, weil ich ungerecht bin. Du bist der Gerechte. Komm in mein Leben und vergebe mir alle meine Schuld, die ich auf mich geladen habe. Trage du meine Schuld, Herr Jesus Christus. Ich glaube an das, was du für mich am Kreuz getan hast. Sende mir deinen Heiligen Geist und lass mich von neuem geboren werden. Ja, und wenn ich nicht bereue, dann Jesus, der so liebevoll ist. Andersrum. Wenn ich nicht bereue, schickt er mich in die Hölle. So ist das. Andersrum. Wenn jemand nicht bereut und den Islam annimmt, was passiert mit ihm? Ganz einfache Frage. Wie meinst du? Ich habe es nicht verstanden. Kannst du das Wort? Wenn jemand den Islam nicht annimmt, wo geht der hin? Den Islam nicht annimmt? Ja. Er geht in die Hölle. Also, wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht annimmt, wo geht der hin? Nicht annimmt, das weiß ich nicht. Das weißt du auf einmal nicht, ne? Merkst du, was für ein Gehirn du jetzt hast? Guck wieder. Jetzt gehst du schlafen. Erstmal schlafen. Hast du gesehen? Jetzt gehst du schlafen. Habt ihr das gesehen? Das kriegt er auf einmal nicht hin. Wenn man den Islam annimmt, sagt er eindeutig, dann fährst du für alle Ewigkeiten in die Hölle. Aber wenn ich ihm dann auf einmal sage, wenn du den Herrn Jesus Christus nicht annimmst, sagt er, das weiß ich aber nicht. Ei, ei, ei. Und dann sagt er, warum beleidigst du mich? Deswegen habe ich gesagt, Leute, zu ihm, hast du überhaupt noch hier oben, ist da noch irgendwas? Merkt ihr? Danke, italienischer Christ. Gott segne dich. Gott segne euch alle. Wie fertig muss man sein? Das stimmt doch irgendwas hier oben nicht. Jetzt sind seine Neuronen überfordert. Ja, ja, genau. Italienischer Christ, danke dir. Ich habe ihm versucht, anhand eines Beispiels zu erklären. Du kannst ja nicht einfach in den Tod gehen und sagen, Herr Jesus, du bist über deine Sünden gestorben, als ihn vorher in deinem Leben anzunehmen. Das ist doch Quatsch. Deswegen habe ich ihn als letztes gefragt. Ja, was passiert denn mit Menschen, die den Islam nicht annehmen? Ja, die fahren zur Hölle. Ja, was passiert denn mit Menschen, die den Herrn Jesus Christus nicht annehmen? Das weiß ich nicht. Ich bin im Ehrenhaus. Ehrlich, ey. Boah. Es kann doch nicht mehr normal sein, Leute, oder? Psychiatrie, genau, right? Gott segne euch, ihr Lieben. Komm, lass uns eine Runde beten, die wundervollen. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich danke dir für diesen wundervollen Tag. Ich danke dir, Herr, dass du uns alle benutzt für deinen Himmelreich, Herr Jesus Christus. Lass das so viele Menschen wie möglich sehen, dass sie deine Herrlichkeit erkennen, Herr Jesus Christus, dass die Antworten einiger Muslime katastrophal sind, Herr. Dass der Islam ihnen nichts bringt, als nur Verderben, Herr. Denn ohne dich geht jeder Mensch für alle Ewigkeiten verloren, Herr. Hab Dank für jede Seele, die hier drin ist, Herr Jesus Christus, und deinen Namen hört und das sieht, was du für Menschen am Kreuz getan hast, Herr Jesus Christus, dass du dein heiliges Blut vergossen hast, damit jeder, der an dich glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat, Herr Jesus Christus. Ich danke dir für jeden einzelnen Bruder und Schwester und Mitstreiter hier, dass du ihn segnest, Herr, dass du ihn behütest und beschützt und deine Sorgen annimmst, Herr Jesus Christus, dass du, immer für sie da bist, Herr Jesus, dass du uns immer Stärke, Mut und Kraft gibst, Herr, bei all unserer Nachfolge, Herr Jesus Christus. Bitte, Herr, segne auch unsere Geschwister, die tagtäglich, ja, leiden müssen, Herr, wegen dieser Religion namens Islam, Herr, dass wir wissen, dass der Ursprung des Islams etwas Bösartiges ist, denn du hast uns schon gewarnt vor dieser Religion, Herr, dass sie kommen wird und die Gemeinde Christi verfolgen wird, Herr Jesus Christus. du bist unser Herr und Gott und auf dich vertrauen wir, denn in dir leben, weben und sterben wir, Jesus Christus. Erhöre mein Gebet und dies alles erbitte ich in deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Ja, das ist unglaublich. Ja, das ist ehrlich, sehr, 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 sehr krank. Auf einmal schaltet er auf stur. Ah, wenn man den Islam nicht annimmt, dann fährt man zur Hölle. Aber wenn man Jesus Christus annimmt, kann man machen, was man will. Das ist doch Wahnsinn. Jesus, King of Kings, yes. Jesus, König der Könige. Marik und Luke. Jesus, König der Könige. Jesus, König der Könige. Was kosten 1.000 Rosen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das sind 5 oder 6, 7 Euro oder sowas. Keine Ahnung. Eine Rose ist, glaube ich, sowas wie 2, 3 Cent oder sowas. Oder keine Ahnung, 4 Cent. König der Könige. I don't know. König der Könige. Gesegnet seist du, o Herr, unser Gott. König der Welt. König der Welt. Einer Eva. Das ist mein Blut des Neuen Testaments, das für euch vergossen wird. Gesegnet seist du, o Herr, unser Gott. König der Welt. der das Gewächs des Weinstocks zeugt. Trinket. Das ist mein Blut des Neuen Testaments, das für euch vergossen wird. Und für viele. Zur Vergebung der Sünden. Untertitelung des ZDF, 2020 Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Aber ich sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand. Keinen Widerstand. Danke. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das rate ich den Leuten auch, um herauszufinden, ob der Islam die größte Lüge der Menschheitsgeschichte ist und ich gebe euch die Garantie, ihr werdet so viele Widersprüche finden, das ist unglaublich Es sind meine Sünden, was interessiert dich das? Mich interessiert das nicht, das ist dein Vorbild, der das sagt Eine Frau, die ihr Gesicht zeigt, wird das Paradies in 500 Jahren nicht mal riechen So eine Entfernung ist das Paradies für dich Schön hast du gemacht, in den Islam einzutreten Das hast du sehr gut gemacht Ja, bist du eine Frau, die Tabarutsch begeht, die ihr Gesicht zeigt, die sich schminkt Das Höllenfeuer ist dir schon mal sicher, laut deinen Propheten Du hast nur Angst, somit würdest du heute zu Rayan gehen Wer ist Rayan? Wer ist Ryan? Soldat Ryans James, oder was? Eieieiei, das ist der Zustand der heutigen Muslimas WDA Muslim TV, was ist das? Meine Liebe, ist dir das eigentlich noch bewusst, was du eigentlich da noch sagst Und was du hier so, wie du dich so präsentierst? Einfach so mit gezupften Augenbrauen geschminkt und so schämst du dich gar nicht Dich da auch noch Muslima zu nennen Du hast nichts mit dem Islam zu tun Du bist doch gar nicht frei Die Muslime werden dir schon zeigen, was abgeht Danke dir Du bist laut deinen Propheten eine Kaffee da Das ist so einfach, ist das Soll ich dir das zeigen, dass du zur Hölle fährst, so wie du aussiehst? Machen wir das Ganze mal Du bist ja so, wie sie in den Augen der Muslime ein Hund und ein Esel Weil du wirst ja gleichgestellt mit deinem Hund und einem Esel Wir gehen mal auf sunat.com und suchen das mal kurz raus für die Gute Und dann Das Ganze mal kurz raus für die Gute Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Um Allahs Schöpfung kaputt zu machen. Ja, es ist so grausam. Du tust mir so leid. Du bist bei deinem Gott eine Verfluchte. Es müssen alle Kriterien zusammen sein. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch nicht mehr normal. Wenn auch nur eine dieser Kriterien erfüllt wird, bist du eine Heuchterin. Was redest du da für ein Quatsch? Du kannst doch nicht so in einem islamischen Staat rumlaufen. Keiner lässt dich so. Danny. Keiner lässt dich so rumlaufen. Das weißt du doch. Natürlich begehrt sie laut Islam öffentlich Sünde. Natürlich. Das weiß sie auch. Heute um 22 Uhr überzeugt euch selbst. Komm raus aus dem Islam. Du bist eine Frau und hast dich für den Islam entschieden, wo dein Prophet selber sagt, ein Mann sollte nicht in Frage gestellt werden, warum er seine Frau schlägt. Ist das schön? Ist das ein Prophet Gottes, meine Liebe? Trekkuni? Sonan Ibn Maja 1986. Ist das ein Prophet Gottes? Der sagt, ein Mann sollte nicht in Frage gestellt werden, warum er seine Frau schlägt. Umar hat seine Frau kaputt geschlagen, sodass Aschars dazwischen gehen musste. Um sie auseinander zu bringen. Hat er mit einem Misswag drauf gehauen, wie ihr das immer sagt. Ihr seid ein Haufen von Heuschlern, um diese Religion mit Lügen auszuschmücken. Ihr müsst lügen, um diese Religion so schön aussehen zu lassen. Warum darf in der Bibel ein Mann seine Frau töten, wenn er nur ahnt, dass sie ihn betrügt? Ja, wieso darf denn, wenn sie ahnt, wenn er ahnt, wo steht sowas denn, wenn er ahnt? Oder braucht es wirklich Zeugen dafür? Soll ich dir mal zeigen, dass ein Mann einfach seine Frau tötet, aufgrund einfach einer Aussage, dass die sagt, die hat Mohammed beleidigt? Ohne Zeugen, ohne nichts? Hä? Möchtest du das? Kein Problem. Ohne Zeugen? Also das ist für dich dann ein Grund, den Islam dann, oder beziehungsweise, Danny, danke dir, zu glauben, dass das dann nicht von Gott wäre? Ja? Okay, dann gucken wir mal, was Mohammed hier sagt. Okay, dann gucken wir mal, was ich mit einer Frau.. Das war's. Vielen Dank. Achtung, Treconi, guck dir das mal an. Als der Morgen kam, war mit dem dort befindlichen Blut verschmiert. Als der Morgen kam, wurde der Prophet darüber informiert. Guck mal jetzt, was dein Prophet macht, anstatt den Mann zu verurteilen, ihn auch auf diese Art und Weise umzubringen. Pass auf, wer dein Prophet ist. Er versammelte das Volk und sagte, ich beschwöre bei Allah den Mann, der diese Tat begangen hat. Und ich beschwöre ihn bei meinem Recht, dass er aufstehen soll. Der Mann sprang über die Hälse der Menschen und stand zitternd auf. Er saß vor dem Propheten und sagte, Gesandter Allahs, ich bin ihr Meister. Sie hat dich immer beschimpft und verunglimpft. Ich habe es ihr verboten, aber sie hat nicht damit aufgehört. Und ich habe sie zurecht gewesen, aber sie hat ihre Gewohnheit nicht aufgegeben. Ich habe zwei Söhne wie Perlen von ihr und sie war meine Begleiterin. Letzte Nacht hat sie begonnen, dich zu beschimpfen und herabzusetzen. Bemerke, es ist kein Zeuge. Er sagt nur aus seinem eigenen Mund. Also nahm ich einen Dolch, legte ihn auf ihren Bauch und drückte darauf hin, bis sie killte. Daraufhin sagte der Prophet, oh seid meine Zeugen. Für ihr Blut ist keine Vergeltung zu bezahlen. Das ist Islam. Ohne einen einzigen Beweis hat er den Mörder der Frau einfach gehen lassen. Und jetzt geh raus und geh zu deinem Islam und zu deinen Raya, die dich von morgens bis abends anlüge. Richtige Euroshisha-Muslimer. Was ist das? Das sind diese armen Seelen, die sich nie mit dem Islam auseinandergesetzt haben. Greifen die Bibel an, obwohl das in ihren eigenen Schriften vorhanden ist. Traurig, traurig, traurig. Das befindet sich in Sunan Abidawud 4361. Ich schreibe euch das hier auf. Sunan Abidawud. Sodass ihr das auch nachschlagen könnt, damit ihr seht, dass euer Dr. Scheer aber mir nicht Lügen erzählt. Aber ihr wisst ganz genau, dass ich niemals hier lüge. Gebt das bei Google ein und dann kommt ihr direkt auf diese Seite sunan.com. Dann könnt ihr den Hadith für euch selbst lesen. Hier, ich hab den für euch fixiert, Leute. Entweder schreibt ihn euch auf oder macht einen Screenshot oder was. Amir wusste, dass der Schätan alle Moslem-Baby berührt. Ja, der Schätan, der ist ja von Allah auf die gesamte Menschheit losgelassen worden. Und er ist derjenige, der die ganzen Babys berührt und deswegen weinen sie auch. So sagt der Mohammed das. Außer Maria und Jesus. Danny, danke dir. Die strahlenden Hände. Gott segne dich auch. Hai, die Witzka. Ja, das ist das, wenn auf einmal solche Leute wie sie reinkommen. Das hab ich sofort gemerkt, dass sie sich null auskennt. Dass sie sich veräppeln lässt von diesen Euro-Shisha-Tik-Tok-Muslimen, die ihr Unwesen hier treiben und einen auf Hoja machen. Versteht ihr? Die selber überhaupt gar keine Ahnung vom Islam haben. Die so nur oberflächlich gekratzt haben am Islam. So ist das. So ist das, ihr Lieben. Habt ihr gesehen, wie sie die Bibel angegriffen hat, ohne irgendeinen Beweis zu liefern? Redet einfach nur. Und sofort hab ich gescheitert. Ey, warte mal. Du hast gerade deinen eigenen Propheten verurteilt. Wenn du also irgendwas gefunden hast, was du da von dir gibst, was angeblich in der Bibel stehen sollte, dann hast du aber ein Riesenproblem mit deinen Propheten. Weil er hat wirklich eine Frau, ein Mann hat eine Frau umgebracht, ohne Zeugen. Und er wurde sogar freigelassen. Danke, Danny. Oh, Roses. Da mach ich lieber Oh, Roses. Danke dir für deine Aufklärung über den Islam. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Alles ja. Ja, ihr Lieben, ich helfe euch, damit ihr das auch habt. Falls so diese Leute kommen und euch in die Ecke drängen wollt, dann sagt ihr, ah, du willst mich in die Ecke drängen? Hat dein Prophet nicht aber wirklich solche Schandtaten begangen? Ganz einfach. Lasst euch nicht von Muslimen hereinlegen, ihr Lieben. Lasst euch nicht von Muslimen hereinlegen. Sie haben keine Ahnung von ihrer Religion. Sie haben nur oberflächlich gekratzt. Lernt von Dr. Sheikh Abu Amir. Und macht euch selber ein Bild. Wo ist Rob Christian? Macht er Urlaub? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der wurde schon wieder gesperrt hier auf TikTok. Ja, sie zeigt ihr Gesicht, obwohl Mohammed gesagt hat, eine Frau, die ihr Gesicht zeigt, sie wird niemals das Himmelreich erben. Die ganzen Beweise sind da. Man muss nur wissen, wo man sucht. Das ist das. Hier, Achtung. Der Gesandte Allah sagte, die schlimmsten Frauen, die schlimmsten Frauen sind diesejenigen, die Tabalutsch begehen, ihre Schönheit zeigen vor anderen Männern, also ihr Gesicht und alles mögliche. Who strut around in ignorance. They are the hypocrites. Eine Heuchlerin. None from among them will enter paradise. Keine von denen wird ins Himmelreich eingehen, sagt ein eigener Prophet. Wo finden wir das? In Al-Bayhaqi. Band 7, Seite 82. Authentisch. Bei Al-Albani. In As-Sahiha. Band 4. Hadith 1, 8, 4, 9. So sieht das aus. Ja, in der vorislamischen Zeit, die Jahiliya, haben die so gelebt. Weil die Frauen in Freiheit gelebt haben. Die haben ja gemacht, was sie wollten. Ihr habt ja gesehen, Khadija war eine reiche Kauffrau, die mehrere Männer hatte. Keiner kam auf die Gedanken, sie zu steinigen oder umzubringen oder ihr zu verbieten, das Haus zu verlassen. Nein, sie hatte Arbeiter. Sie hatte Männer, mehrere Männer. Und Mohammed war einer von ihren Männern. So waren die Frauen damals zu der Zeit bei den Quraysh. Mächtig. Und jetzt seht ihr, als Mohammed Prophet wurde. Also nachdem er dann sein Prophetentum angestrebt hat. Da seht ihr mal, was hier abgeht, ne? Alle Musliminnen, die ihr hier seht, ohne Niqab und sowas, das sind alles Heuchler-Muslimers. Die haben gar keine Ahnung von ihrer Religion. Wo ist die hin? Amir, wo steht das mit Frauen schlagen? In Sunan Ebn Majah, Hadis 1984, hier. Assad antworten. Ebn Majah. Ebn Majah, 1986. Das bitte eingeben, Ebn Majah. Ich hab den wieder fixiert. Ja, das ist das. Ich kläre sowohl die Muslime auf, die überhaupt keine Ahnung von ihrer Religion haben, aber als auch euch, meine lieben Geschwister, damit ihr gewappnet seid vor diesen Angriffen der Muslime, ne? Die dann versuchen, euch in die Ecke zu drängen, ne? Ich weiß ja, wie die sind. Wie teuflisch die drauf sind, ey. Null Geist, null Liebe, null Verstand. Einfach. Ich hab das ja gesehen, wie die, wie die, äh, drauf sind und die Christen da behandeln, ne? Wie Müll, ey. Das ist unfassbar. Nur der Herr Jesus Christus ist der Allergrößte und er gibt uns Kraft weiterzumachen, ihr Lieben. Ob mit Erkältung, ohne Erkältung, mit Fieber, ohne Fieber, völlig egal, ey. Erkältung kommt, auch bei dir? Ich glaub, einige sind auch ein bisschen, äh, erkältet, oder was, ne? Ich glaub, das ist die neue Variante, die rumschwirrt. Pokémon, oder wie die heißt, ne? Oder wie hieß der eine, der hier sein Unwesen getrieben hat? Osmon, genau, Osmon. Osmon, du bist dran! Dein Bart, Arme, ja, wo ist mit meinem Bart? Hatte ich da irgendwas, oder was? Ja, Spuck, okay, Entschuldigung. Euren Doktor Scherer, aber mir geht's natürlich den Umständen entsprechend, aber da kommt immer einiges noch raus. Ich denke, alle wart ihr mal krank, oder was? Ne? Baklava ist auch ein Pokémon, ja genau. Wo ist Baklava, wenn man ihn braucht? Hast du keine Wohnung? Doch, ich hab ne Wohnung, aber bei mir wohnen keine, was weiß ich so, Familien, wo man schreien kann. Bei mir wohnen nur so ganz, ganz normale Menschen. Wenn ich dann anfange, laut zu werden, dann kommen die und klopfen und sagen, hey, was ist da los? Deswegen mach ich erst mal hier im Hetzmobil weiter. Und das ist ja auch mein Hetzmobil. Von daher, die beste Hetze gibt's immer hier im Hetzmobil. Alia, danke dir. Hast du keinen Luftbefeuchter im Auto? Ne, ich hab doch die Fenster auf. Vitamin D, hab ich genommen. Vitamin D, K2 und Vitamin C. Dann wirst du nie krank. Das nehm ich ja. Aber es ist nicht so wie immer. Vorher, bevor ich das nicht genommen habe, war natürlich dieser Virus, der dann in dir ist und diese ganzen Sachen verursacht, viel schlimmer. Aber selbst mit, also jetzt mit dieser D3, K2 und Vitamin C, fühlt der Körper sich immer noch besser als vorher. Das ist Hammer. Mit Schätanantrieb. Das Auto ist gepanzert, aber fragt mich wie. Mit göttlicher Kraft, mit göttlichem Panzer. Zieht die Waffenrüstung Gottes an. Einfach Kamelurin trinken. Ja, genau. Vielleicht bekomme ich dann Heilung. Komm ihr Lieben, wir müssen Tipico machen, ihr Lieben. Wir müssen wieder einiges schaffen. Komm. Wir haben gestern schon alles zerfetzt und demoliert, deswegen müssen wir heute wieder ein wenig reinhauen. Ich muss euch wieder animieren, ihr Wundervollen. Ihr seid Hammer. Ihr seid Hammer, nicht ich. Ihr seid die Besten. Also der Herr Jesus Christus ist der Beste. Und wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Armin, ich glaube, du hast ein Shadow-Band. Immer. Dr. Scherer, bei mir ist es irgendwie immer ein Shadow-Band. Genau, für diejenigen, die nochmal wissen wollten, der Prügel-Vers in der Sumna. Hier, ich habe den Kommentar von Phenomeno angepinnt. Armin, wann kommt dein YouTube-Video? Ich denke, nächste Woche, wenn ich mich wieder besser fühle. Ich habe keinen Bock, mit so einem Kopf dann die ganzen Sachen durchzugehen. Und ich habe mir gesagt, komm, machst du diese Woche nochmal ruhig oder was. Dann versuchen wir am Samstag dann das Ganze dann durchzuziehen. Habt ihr diesen Typen gestern gesehen, der reingekommen ist, der Englisch mit mir gesprochen hat und mich dann so beleidigt hat, weil ich Iraner bin. Und die Iraner sind ja zu 90% alles Schia. Und die Iraner, also beziehungsweise die Schiiten, nach wie vor diese Zeitehe praktizieren, laut Sura 424. Das ist ja, bei denen ja Gang und Gebe. Weil das ja ein Befehl Allahs ist. Und das ist das Heftige, danke, italienischer Christ. Das ist das Heftige, wenn die Muslime, also wenn die Sunniten dann hier reinkommen und dann sagen, ah, du bist, du warst aus Schia-Familie, habt ihr also Mutter praktiziert? Das ist für sie so das allerletzte Mutter-Ehe. Weil sie ja genau wissen, dass das eigentlich Prostitution ist. Das ist nichts anderes als Prostitution. Du befriedigst dich an einer Frau, gibst ihr ein bisschen Geld und dann gehst du wieder von ihr weg. Du kannst auch ins Bordell gehen. Das ist nichts anderes. Aber sie verstehen nicht, dass Allah selber der Urheber von dieser ekelhaften Anordnung ist. Wenn diese Sunniten also ein Problem haben mit Mutter-Ehe, dann haben sie ein Problem mit Allahs Befehl. Versteht ihr? Deswegen praktizieren die Schiiten das nach wie vor. Weil sie das nicht als aufgehoben sehen. So wie die Sunnis. Aber die Sunniten, die das angreifen, greifen ihren eigenen Gott an. Das ist das Kranke. Ohne es zu verstehen. Und dann, als ich ihm dann gestern gesagt habe, aber das steht doch im Koran, dass man das praktizieren soll. Wo steht das? Where, where? Hat der eine auf Stumm, also hier Durchzug gemacht, ey. Wo steht das? Das ist echt heftig. Ja, das ist das, ne? Die verstehen es nicht. Das ist das. Die verstehen es nicht. Man kann so viel reden und machen und tun, ey. Sie wollen einfach nicht. Sie wollen einfach nicht. Lass uns ein bisschen das Wort Gottes hören, ey. Danke dir. Danke dir, italienischer Christ. Matteo will rein, aber er ist nicht mehr da. Oder funktioniert das nicht? Danke, David. Danke für die Erinnerung, Bello. Ich vergiss das immer. Matteo, du musst noch mal eine Anfrage schicken, wenn du hier rein willst. Danke dir, Jesse. Ah, mir mehr atmen. Ja, meine Nase ist doch verstopft, ey. Das ist das Problem. Isabel fragt, ob du gegessen hast. Ja, ja, ich habe vorhin gegessen. Macht ihr euch Sorgen, um euer Dr. Cheikh oder was? Beste. Like a family, ey. Heißen Zitronen trinken. Ja, genau, wenn ich zu Hause bin, mache ich mir auf jeden Fall so eine leckere, heiße Vitamin-C-Bombe, ne? Aber lasst mich euch das mal kurz vorlesen, wie viele Ehen eigentlich die Sonniten haben. Das ist so krank, Leute. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich hatte das schon mal vorgelesen gehabt. Aber das, das für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, das ist so krank. Das ist so krank. Guck mal hier, die Arten der Nika, pass auf. Die nennen Nika E, obwohl das SEX ist. Pass mal auf. Eine der bekanntesten arabischen SEX-Traditionen aus jener Zeit stellte der Wechsel oder Austausch von Ehefrauen dar. Zum Beispiel, wenn jemand von seiner Ehefrau gelangweilt war und auch die Ehefrau keine Lust mehr auf den Mann hatte, so fragte der Mann einfach seinen Nachbarn oder sonst wen, ob er für einen festgelegten Zeitraum von einigen Tagen oder gar Monaten mit ihm die Frau tauschen würde. Natürlich drehte sich hierbei alles einzig und allein um SEX-Zuelles Vergnügen. Eine Ehe war das nicht. Jetzt die nächste. Nika Al-Istibda. Bei dieser SEX-Praktik würde der Ehemann nach einem Mann suchen, der in der Gesellschaft sehr angesehen ist, zum Beispiel einen Krieger, einen Dichter oder einen Mann von nobler Abstammung. Diesen Mann würde er dann darum bitten, seine Ehefrau zu sich zu holen und so lange SEX mit ihr zu haben, bis sie von ihm schwanger wird. Sinn und Zweck ist es hierbei, ein Kind zu haben, welches von besserem Geblüht ist als man selbst. Nika Al-Modammada. Hierbei konnte eine verheiratete Frau sich immer einen zusätzlichen Mann für SEX zu ihrem Ehemann beigesellen. Es ist anzunehmen, dass arabische Frauen dies praktizierten, um ihre Ehemänner eifersüchtig zu machen oder diese zu bestrafen. Nika Al-Modammada. Diese Art der Beziehung ist dem Namen einer Mätresse gleichzusetzen. Der Koran sagt hierzu, Heute habe ich euch alle guten Dinge erlaubt. Die Speise derer, denen die Schrift gegeben wurde, ist euch erlaubt, wie auch eure Speise ihnen erlaubt ist. Und ebenfalls erlaubt sind euch rechtschaffende Frauen der Gläubigen und rechtschaffende Frauen derer, denen vor euch die Schrift gegeben wurde. Solange ihr ihnen ihre geltliche Entlohnung gebt und er aber mit ihnen lebt, lebt mit ihnen weder in Unzucht, noch nehmt sie euch als heimliche Konkubinen. Wer den Glauben verleugnet, dessen Werke sind vergebens. Und so wird er im Jenseits zu den Verlierern zählen. Koransuche 5, Vers 5 Da diese Praktik von der arabischen Gesellschaft vor dem Islam nicht gerne gesehen wurde, war sie auch niemals so weit verbreitet, wie die anderen Praktiken, die ich hiervor bereits genannt habe. Hier, Fahnenfrauen. Hier haben wir etwas, das bis heute in jedem Winkel der Erde gefunden werden kann. Als Fahnenfrau bezeichnet man Prostituierte, die entweder einzeln oder als Gruppe ein Freudenhaus verwalten. Diese Frauen befestigen eine für gewöhnliche rote Fahne auf dem Dach ihres Hauses. Diese Fahne sagt aus, welche Art von Geschäft in diesem Haus betrieben wird und verrät der Kundschaft den genauen Standort des Hauses. Und jetzt heißt es Nika al-Shukra. Diese Praktik ist recht simpel. Sie besagt, du gibst mir deine Tochter und ich gebe dir meine. Natürlich für SEX, es ist so, als würde man Warengüter austauschen. Und da es sich hierbei um ein geldfreies Tauschgeschäft handelte, konnte dies auch von den ärmsten Männern praktiziert werden, die gar kein Geld hatten. Arten von Ehe im Islam, also Arten von Ehe vor dem Islam. Das Wort Zawaj bedeutet Ehe. Zuvor zählten wir Begriffe auf, die das Wort Nikah beinhalten. Welches sinngemäß Geschlechtsverkehr bedeutet. Unter der Zawaj al-Marid muss man sich folgendes vorstellen. Starb der Familienvater, so würde sein Sohn für gewöhnlich die älteste Witwe seines verstorbenen Vaters heiraten. Und für gewöhnlich hatte der Sohn im Rahmen dieser Ehe niemals Sex mit der Witwe seines Vaters. Diese Ehe hatte lediglich den Zweck sicherzustellen, dass die Witwe nicht einfach die Familie verlässt und mit dem Geld des verstorbenen Vaters verschwindet. Zawaj al-Jahat, die Gruppenehe. Bei dieser SX-Praktik teilt sich eine Gruppe von mehreren Männern ein und dieselbe Frau und hat regelmäßig SX mit ihr. Die Maximalzahl der Gruppe konnte gut und gerne zehn Männer überschreiten. Wurde die Frau schwanger, so teilte sie dies jedem der Männer mit. Jetzt kam das Kind zur Welt, so würde... Einen Moment. Also Nase putzen, ey. So würde sie sich... Einen der Männer aussuchen und zum Vater des Kindes ernennen. Dieser Mann galt dann als der sogenannte ernannte Vater. Die Männer mussten die Entscheidung der Frau ohne Widerspruch, ohne Widerworte akzeptieren. Mohammeds Mutter praktizierte diese Gruppenehe. Dies erklärte ich bereits in meinem Buch, ersten Buch Allahs Täuschung. Am Ende dieser Zusammenfassung der vorislamischen SX-Praktiken auf der arabischen Halbinsel stellten wir eines fest. Nirgendwo ist davon die Rede, dass einzelner Mann mehrere Frauen heiraten kann. Das ist eine geläufige Praktik. Das liegt daran, dass zumeist die arabische Frau vor dem Islam das Kommando hatte. Eine erwachsene Frau konnte selbst bestimmen, mit wem sie schlief. Und das Nehmen von Mätressen und Konkubinen wurde von der Gesellschaft verpönt. Dann als der Islam kam, wurden die Rollen vertauscht. Den Frauen wurden jegliche Selbstbestimmung entrissen und sie wurden unter die Kontrolle der Männer gestellt. Von da an hatte der Mann das Sagen über die Frau. Er trifft gänzlich allein alle Entscheidungen in den Bereichen SEX, Ehe und Scheidung. Und die einzige Regel, die dem Mann durch das islamische Recht aufgezwungen wird, ist, dass er die Frau mit Nahrung, Kleidung und einem Dach über den Kopf zu versorgen hat. Und das ist die Katastrophe. Habe ich euch das nicht gesagt? Als Mohammed Prophet wurde, wie sich die Lage der Frauen verändert haben? Danke dir, Gerni. Gerni. Habe ich euch das nicht gesagt? Mohammed wurde Prophet auf einmal, wurden die Frauen wie Dreck behandelt. Deswegen sage ich dir, meine liebe Euro-Muslimer, die du mir zuhörst. Sollte eines Tages der Islam über dich herrschen, wirst du deine Religion vom Allerfeinsten zu spüren bekommen. Dann kannst du nicht mehr deinen Mund aufmachen. Du wirst so weggeboxt werden, das glaubst du gar nicht. Du wirst so kaputt geballert werden, das glaubst du gar nicht. Die werden dich auf den Boden der Tatsachen holen. Jetzt siehst du einen verwetzerten Islam. Jetzt können sie noch nicht die Wahrheit sagen. Sobald der Islam herrscht, siehst du das, die böse Fratze des Islams. Und dann siehst du die Muslime, wie sie auf einmal die Wahrheit über ihre Religion sagen. Und dann ist es zu spät. Und dann sagst du, oh mein Gott, was habe ich da getan? In was für eine Religion bin ich da eingetreten? Die haben mich ja von morgens bis abends belogen, dass das Paradies liegt unter den Füßen der Frauen. Und hast du nicht gesehen? Unglaublich. Unglaublich. Schaut euch nur Afghanistan an, wenn die Taliban herrscht. Und Taliban sind ja Hanafis. So die mildeste Version von Scharia. Und das ist schon für uns brutal, ne? Die folgende Hanafitischen Rechtsstudie, die Taliban. Danke dir gern. Ja, das ist das Traurige. Das ist das Traurige, was ich nicht verstehe. Und genauso ihr auch wenig, ne? Wie kann eine Frau sich bewusst für den Islam entscheiden? Es muss pure Ignoranz und Dummheit sein. Ohne Spaß. Nach dem, was ich alles präsentiert habe, keine normal denkende Frau will sich für den Islam entscheiden. Deine Meinung zu der Lage in Mekka? Das ist der Zorn Gottes. Das ist eindeutig der Zorn Gottes, Felicia. Habe ich auch heute gepostet. Was will Gott den Muslimen sagen? Ich habe das meinem Vater gezeigt, ne? Und dieses Video geht ja eine Minute. Ich habe euch ja erzählt, dass mein Vater in Mekka war. Und dann hat er mir erzählt, vor 30 Jahren, 40 Jahren, keine Ahnung, wann er da in Mekka war. Er meinte, damals, wo ich noch in Mekka war, habe ich ihm das erste Video gezeigt, wo die Stürme und alles war. Er meinte, genauso war das auch, als ich da in Mekka war. Auf einmal fing das an, so richtig zu blitzen und Regen und hast du nicht gesehen. Und dann meinte er, ja, das habe ich schon damals mitbekommen und selber mit meinen eigenen Augen gesehen. Und dann habe ich ihm gesagt, guck dir das an, Papa, was da jetzt abgeht hier mit den Kakerlaken und so. Da war der erstmal ruhig. Meinst du, gab es das auch damals mit Kakerlaken und sowas? Auf einmal siehst du ein Schaf voller Kakerlaken? Meinte er, nein, sowas habe ich noch nicht gesehen. Da war der ruhig. Da war der auf einmal ruhig. Heftig, ne? Ja, ihr wisst ja, dass der Zorn Gottes, die Plagen, die damals dem Pharao aufgezwungen war, wird Saudi-Arabien, dem Mutterland des Islams aufgezwungen, wegen dem Götzenschrein dort. Die Muslime wollen es nicht raffen, die wollen es nicht verstehen. Ja, aber da war mein Vater erstmal so still und hat erstmal so nachgedacht, ne, sowas habe ich noch nicht gesehen. Sowas gab es noch nicht. Diese Kakerlaken-Schwarm. Meine Mama habe ich das auch gezeigt. Meinte die, das ist ja heftig. Die waren irgendwie so ein bisschen so fassungslos, ne? Aber das Gericht des Herrn wird kommen, Amen. Damit kannst du heute Abend live bleiben. Ja, abends bin ich immer so K.O., ihr Lieben, ne? Ich versuche immer so von morgens bis mittags so live zu kommen und mit euch Gemeinschaft zu haben. Abends fährt man dann runter, ne? Da kommt der Prozessor erstmal runter, so. Euer Dr. Scherer, aber Amir ist ja auch nur ein Mensch und keine Maschine, ey. Amir ist Tattoo eine Sünde? Ja, absolut. Wenn du Tätowierungen hast, dann lass das einfach so und geh dich nicht nochmal neu tätowieren. Aber, ja, du weißt ja, dass der Apostel Paulus gesagt hat, uns ist alles erlaubt, nur ist alles auch nützlich. Das musst du dich selber mal fragen. Verloren gehst du nicht, wenn du dir jetzt ein Tattoo stichst, weil der Herr Jesus Christus hat ja auch dafür bezahlt, ne? Aber frag dich einmal selber, ob du das machst, ne? Lasst euch einfach gar nicht tätowieren, ihr Lieben. Aicha, wie alt war sie bei ihrer ersten Periode? 15 Jahre alt. Aicha war 15 Jahre alt. Unglaublich, ne? Aicha war 15 Jahre alt. Bei ihrer ersten Menstruation. Warte, wir können das mal kurz. Aufschlagen. Hallo, Herr Jesus Christus zu all. Du weißt, du weißt, ein Freund, er fragt mich über die Ässe von Aicha. Warte, das? Wenn sie get married. Und, you know, for sure we have many hadiths speak about that, especially in Sahih al-Bukhari, which is a very authentic and approved hadith by Muslims. But for sure the Muslims now standing in Sahih al-Sahih al-Bukhari. And this is the book of Fath al-Bukhari. Fath al-Bukhari. The interpretation of Sahih al-Bukhari. The book of Polite. We go down. And we read together the following. And you will see the good thing, it shows even the pages. Seite 544. And I want to say, like, this does not exist, not true. You know, look what it says in here. In here, it's speaking about Aicha. After the attack of Tabukhari and Khaybar. It's mentioned the hadith where Aicha, she was playing with little girls. And she had a horse with two wings. I don't know if you know the hadith in English, but we can grab it for you. That is the hadith, actually. You know. And it exists, too, I think, in Sahih al-Bukhari. As we saw. We can get from Sahih al-Bukhari if you want. But anyway, it's the same. So in here, Muhammad, he came to Aicha. And he found her playing with some girls. And he found her playing with a horse, have two wings. And so Muhammad, he told her, what is that? She said, she replied, Haven't you heard that Suleiman had horses with wings? And actually, this is where Muhammad got the story. Of a salmon horse flying with wings. And where he got his story of Al-Buraq flying to the heaven. However, I'm just mentioning this to you, so you know what is the hadith there in Arabic is speaking about. This is the story, as we see it. So now we go back to the hadith in Arabic. So we go back to this hadith in Arabic. And as we said, we remind you that this is the official government website of the Kingdom of Saudi Arabia. All right? QuranIslam.com And this is the book of Fath al-Bari, Explanation of Sahih al-Bukhari. And you can read it from page 544. You can see here, it says, they are talking why the Prophet allowed Aisha to play with those dole, who have... Also, here it is now spoken, why Aisha is still allowed to play with dogs. And you can see here, it says, they are talking about the problem. Thank you. God bless you, Amir. How do you go? God bless you, Amir. God bless you, Amir. Just in Teheran is running the hell out of here. I have found out of my husband. What was it was? In Teheran ist gerade die Hölle los schon wieder Ehrlich? Ja, mein Schwager kommt hier aus dem Iran und hat gesagt da war in Teheran, da ist gerade die Hölle los Ja, die Leute wollen ihre Freiheit zurück, ne? Ja Habe ich euch das nicht gesagt ihr Lieben, mein Land ist durch die Islamisierung gegangen und die haben die Schnauze voll vom Islam und von der Bevormundung die wollen in Freiheit leben, genau wie ihr Die schlagen die Frauen auf der Straße Das ist so krank Einfach nur krank Ja, weil die Elite um sich schlägt die wollen die Machtposition nicht verlieren sie halten mit Gewalt und Schrecken das Land in Schacht Ja, das ist aber gerade überall so in den islamischen Ländern Ich war ja überall in diesen Ländern da ist überall da ist überall die Hölle los Die Leute haben keinen Bock mehr auf den Islam sogar viele habe ich gesehen, die haben keinen Bock mehr Ja, sag ich doch selbst im Iran sind die da ganz ihre Kopftücher am abnehmen und rebellieren gegen das System Im Libanon hat eine Frau Und hier und hier nehmen die Muslimas frei und hier nehmen die Christinnen oder auch Andersgläubige freiwillig den Islam an Schau dir das an wo wir gelandet sind Die sind krank die nehmen hier in Europa sind frei und die entscheiden sich für sowas Das ist heftig, ne? Ja Das ist so als würde sich ein Huhn zu KFC bekennen Alter, das ist nicht mehr normal Ist das nicht so? Ja Das ist in etwa so als würde sich ein ein Hühnchen zu KFC bekennen und sagen KFC ist voll der coole Laden Kann ich euch nur empfehlen Das ist so krank Das ist genauso krank Oder eine Kuh die sich zum McDonalds bekennt Die sagt Oh, die Burger dort schmecken sehr gut Ich sag dir probier mal ein bisschen Geh und mach mal ein bisschen Rinderburger Das ist doch einfach nur krank Leute, wo sind wir gelandet? Wo ist unser Verstand hin? Wo ist der Verstand dieser Menschen hin? Sehen sie denn nicht? Sehen sie nicht? Das ist doch krank Ja Sehen sie nicht? Sind sie blind? Vor allem diese europäischen Frauen so Deutsche oder so die plötzlich einen Moslem heiraten dann nehmen sie seine Religion an Total verrückt Ja Das ist das Der Yasser Khadi hat doch gesagt schaut euch nur um meine lieben Brüder wer nimmt den Islam an? keiner nimmt den Islam an es sind nur die Frauen unserer Brüder die den Islam annehmen Beste Ja Yasser Khadi hat die Wahrheit gesagt Yes Also vor zwei Wochen Ja vor zwei Wochen hatten die Libanesien eine Muslimin den Koran verbrannt Ehrlich? Ja Die wird jetzt die wird jetzt von der Scharia-Polizei also von Hezbollah die wollen sie töten aber sie wird aus dem Land ausgebracht jetzt Wahnsinn siehst du siehst du was abgeben Ja meine Tante hat auch den Islam verlassen die wollten sie auch umbringen Also mein eigener Onkel wollte sie umbringen Gott segne deine Ja Gott segne sie Also sie lebt jetzt im christlichen Viertel sicher jetzt gerade Aber es gab vier Anschläge auf sie vier Anschläge Wo lebt sie in Sinjar? Die lebt nein die lebt in Libanon Achso bei den Christen also bei dem Christenviertel von Libanon Da ist sie gerade geschaut Absoluter Wahnsinn Mein Onkel der ist Deutschland der hier in Deutschland lebt der ist extra extra abgereist ausgereist nach Libanon um sie zu töten Der hat gesagt die hat die Ehre verletzt Ja der hat gesagt die hat die Ehre verletzter Familie Wenn er wüsste dass ich auch den Islam verlassen habe also Siehst du das das ist die Religion des Friedens die ihre Anhänger mit Frieden und Liebe im Islam behalten möchte Ich sag die haben von der Kranke Absolut geistenskrank Freiwillig den Islam in einer freien Gesellschaft anzunehmen Das musst du erstmal hinbekommen Den tödlichsten Satz auszusprechen die Schahada weil ohne deinen Kopf kommst du dann nicht mehr raus Ja das sind europäische Frauen die sich eben in so einen Muslim verlieben und denken alles gut wird einfach alles gut Es ist immer das gleiche immer das gleiche immer das gleiche Ja vor allem in einem christlichen Land also wollen wir eine Christin töten also Libanus ist ja noch christlich der Präsident ist ein Christ was meinst du warum immer diese ganzen Muslime hier so laut nach Scharia schreien weil wenn die Scharia eingeführt wird dann ist das so sehr schön für den Mann er kann mit seiner Frau machen was er will wenn sie nicht gehorcht kann er sie wegboxen er kann seinen Dingen nachgehen er kann bis zu vier Frauen nehmen ohne dass die Frau irgendwas sagt das wird ja alles abgedeckt unter einem Kalifat danke dir Ja sie fragt in den Kommentaren fragen sie gerade welcher Präsident ist Christ also der Präsident von Libanon ist ein Christ das weiß man Ja ich frage mich warum er nicht sofort diese Leute zur Rechenschaft zieht die versuchen diese Frau die jetzt den Koran verbrannt hat umzubringen das ist krass Ja das kommt das kommt ja von das kommt ja von von Ding von Hezbollah Hezbollah hat gerade die Macht die sind ja stärker als die Regierung in Libanon Also Paramilit sind das paramilitärische Einheiten Die gelten noch als Terroristen eigentlich die Hezbollah Die stehen auf Terroristen Ich glaube sehr viele von ihnen haben gegen den islamischen Staat gekämpft Ja auch aber das ist ja nur wegen wegen dieses Schiiten Sunniten Ding Ja Ja ist recht Aber ganz ehrlich ich sag nur so für mich sind Schiite oder Sunnite das gleiche Ja Da kommt das gleiche raus Ja wenn du zum Beispiel einen Schia triffst der hier so reinkommt und sagt ich bin Schiite sowas so Terrorismus und Töten und sowas befindet sich nur bei den Sunniten und so dann frag ihn mal wirst du bereit mit deinem Gesicht die Hezbollah zu beleidigen und zu sagen ihr seid eine Terrororganisation mal gucken ob er das macht Ja haben wir krank Und vor allem die Regierung vor allem unsere Regierung unsere Regierung gibt ihnen noch den roten Teppich die ganzen Muslime hier Ja das alles muss geschehen das weißt du doch Dahinter steckt ein Plan also auf jeden Fall Dies alles muss geschehen sagt der Herr Jesus Christus der Wundervolle der Heilige der Gerechte der da ist Gott der Allmächtige der zu leist Ich kenne so viele Leute die sind gerade aus dem Islam ausgetreten was würde hier passieren wenn diese Leute wenn man sie erwischt ich kenne so viele Ex-Muslime Ja Vor allem vor allem Leute aus den arabischen Ländern kommen gerade sehr viele aus den Ägypten und so Ex-Muslime Ja die meisten trauen sich das nicht so öffentlich zu machen du weißt ja darauf gibt es ja die Todesstrafe das ist das Problem Ja ich habe doch gerade mein Gesicht gezeigt ich habe jetzt gerade auch Angst also normalerweise mache ich das nicht aber ich wollte mein Gesicht zeigen Ja du musst das für dich selber entscheiden ob du dein Gesicht zeigen willst oder nicht ich für meinen Teil habe mich dazu entschieden also ich gehe diesen Weg und den Weg werde ich bis zum bitteren Ende gehen und der Jesus Christus hat sich geoffenbart für die ganzen Leute und mal gezeigt wer der wahrhaftige Gott ist als er mich bewahrt hat damit alle ihren Mund halten und merken wer der wahrhaftige Gott ist du hast ja auch gesehen da gab es eine Iranerin die hat auch den Koran verbrannt ein Iraner? eine iranische Frau hat den Koran verbrannt auch? ja neben da das ging das ging das war um dieselbe Zeit wo dieser Iraker auch den Koran verbrannt hat ich habe das nicht mitbekommen mit einer Iranerin ich glaube das war das war auch in Schweden oder so da oben ja möchtest du noch was sagen? Hassan da hole ich den Nächsten rein okay dann Gottes Segen Gottes Segen auch dir mein Lieber Gott segne dich und deine Familie hörst du mich? ja ich höre dich Gott segne dich wie geht's dir? ganz gut und dir? auch gut bist du wieder am rumfahren? ich bin gerade ein bisschen am rumfahren ja durch meine Gegend meine Runde wir sind hier draußen am evangelisieren hier in der Stadt tun unsere Arbeit für den Herren ja in welcher Stadt denn? Wien wir warten bis Hamdi vorbeikommt Bruder Amir ich bin auch ein wiedergeborener Christ okay und Halleluja Bruder ich rede jetzt für die Muslime liebe Muslime bitte denkt nach 99 Namen von Allah okay Jesus trägt alle diese Namen 600 Jahre vor Allah Jesus nennt sich das Licht Jesus nennt sich die Wahrheit der Weg die Wahrheit und das Leben Allah sagt in Suri 57 Vers 3 er ist der erste und der letzte und Jesus sagt das genauso er ist der erste und der letzte Galater 1.8 wenn dir jemand was anderes vom Himmel sagt oder wenn ein Engel was vom Himmel sagt der sei verflucht liebe Muslime wacht auf wacht auf ihr seid alle verloren bitte ja das macht einen traurig wenn man weiß dass die Muslime mit so einer Religion wenn sie eines Tages vor dem Herrn Jesus Christus stehen dass es keine Vergebung ihrer Schuld gibt und sie dann für alle Ewigkeiten verloren gehen traurig man das ist keine Vergebung du hast einen Rücklauf du musst nochmal reinkommen in Jesus Christus leben, weben und sterben wir denn Christus ist mein Leben und Sterben ein Gewinn wenn wir uns das nur vor Augen halten so können wir Berge versetzen ihr Lieben weil wir wissen weil wir wissen dass der Tod nicht das Ende ist und wir auf dem Weg zum ewigen Leben sind Halleluja Halleluja Allein schon von der moralischen Perspektive allein schon von der Ethik, Moral und Anstand den Herrn Jesus Christus nicht anzunehmen das ist ja schon Wahnsinn allein nur von seiner Moral, Ethik und Anstand und seinem Weg diesen wundervollen, liebevollen Weg müsste man eigentlich schon den Herrn Jesus Christus folgen ist das nicht so? unabhängig jetzt ob er Gott wäre oder der Sohn Gottes Ewigkeit dies, das, jenes allein ihm zu folgen ist ja schon das Beste überhaupt auf der Welt oder? in ihm hast du ja schon das beste Vorbild zusätzlich rettest du sogar noch so bringst du deine Ewigkeit in also rettest du deine Seele sogar noch und hast deine Ewigkeit gesichert ist das nicht so? nur von der moralischen Perspektive her müsste jeder Mensch dem Herrn Jesus Christus folgen und somit hätten wir das Paradies auf Erden jeder würde seinen Nächsten lieben und wäre immer füreinander da ist das nicht heftig? aber was passiert, wenn wir Mohammed als Vorbild haben und seine ganzen Taten auf einmal sehen? danke dir Tissi können wir da auch noch sagen dass wir alle in Frieden miteinander leben oder sehen wir dass der eine über den anderen herrschen möchte? dass man Dörfer angreifen sollte Beute machen sollte ist das was Gott für uns will? oder ist es dass wir unsere Nächsten lieben sollen wie uns selbst? unsere Feinde lieben sollen ja Amir guck mal hallo mein Lieber Gott segne dich und deine Familie danke gleich ich verfolge deine Videos schon etwas länger also ich hab mir auch die Videos so angeguckt ich bin auch in einer muslimischen Familie aufgewachsen also ich identifiziere mich immer noch als Muslim aber ich bin also ich hab keine Ahnung also von Anfang an so dann hab ich mir immer die sunnitischen Werke angeguckt also ich bin Shia damit du Bescheid weißt ich hab mir die sunnitischen Werke angeguckt und da übereinstimme ich dir auf jeden Fall ein also dass das gefährlich ist und dass das also wir haben das ja selber am eigenen Leib so erlebt als als Glaubensgemeinschaft wie radikal das ist und die jesidischen Kinder und die christlichen ähm und aber du weißt schon dass es sich im Korat befindet dass man den Befehl zum Morden gegenüber den Götzendienern ja drin ist jetzt ist er raus Hoseen sende nochmal eine Anfrage tut mir leid du kommst ja mal abgehakt drüber was ist denn los ja warte ich gehe kurz ins andere Zimmer warte ok jetzt ähm ja ich wollte eigentlich äh das ich wollte eigentlich also ich bin ich bin ich sag mal so ähm ich informiere mich gerade über jegliche Religion über äh die Tora über den Christentum und über den Islam äh ich sag dir alles ich schau dir auch so gerne zu du bist auf eine Art sympathisch Dr. Cheikh Abu Amir mit äh mit Hamdi Kuparkul Gott segne dich mein Lieber mit Hamdi Kuparkul äh ja da haben die der hat sich ey mit dem nur Kopfschmerz der ist Kopfschmerz pur der Typ äh ja auf jeden Fall und ich hab jegliche äh also ich sag mal so ich bin sehr oft live gewesen und habe über Religion geredet und dann habe ich halt jegliche Menschen gesehen du kennst ja Leute bestimmt die Ibn Abdul Wahab folgen Wahabiten und dann äh die anderen also Maturidis und Aleviten Schieten und äh ich hab einfach gemerkt dass das jedes Mal zum Fitna kommt und jeder sich äh gegenseitig den Tod wünscht und sagt ähm ja hier du bist ein Käfer du gehst und ich war auch schon mal mit einem das ist jetzt ein bisschen hart aber muss sagen wir waren wir haben auch schon einen IS-Sympathisanten gesehen äh wo sich dann auch der Verfassungsschutz eingemischt hat äh dann sind halt Aussagen gefallen wie wir wollen dich enthaupten wir werden dich finden und äh sonst was und äh das war natürlich sehr sehr radikal und äh ich will natürlich also ich bin kein Islamhass oder so ich verallgemeine auch nicht aber man kann nicht verleugnen dass es äh gefährliche Leute gibt und äh dagegen kämpfe ich auch an auch wenn ich mich zum äh gerade aber du musst doch du musst doch du musst doch zugeben dass selbst der Koran äh gewisse Bestandteile drin hat die die äh dazu aufrufen gewalttätig gegenüber alle zu sein zum Beispiel in Surah 9 Vers 5 und Surah 9 Vers 29 das stimmt das ist äh das stimmt aber man muss dann halt auch weiterlesen und dann kannst du ein bisschen lauter reden also näher ans Telefon kommen da hast du recht da gibt es die Suche aber eine Suche dahinter steht zum Beispiel drinnen und wenn sie euch in Ruhe lassen dann lasst sie in Ruhe das heißt das kommt halt drauf an wie du es interpretierst und äh ja gut dann haben wir ja einen Widerspruch entweder sollen wir sie Ruhe lassen so wie sie euch bekämpfen so bekämpft sie oder sollen wir doch lieber die Leute bekämpfen die nicht an Allah glauben du siehst doch dass wir diese beiden Komponenten haben also müssen wir das in einem geschichtlichen Kontext zusammenbringen so haben wir ja einen Widerspruch im Koran und nach Surah 4 Vers 82 heißt es ja dass wenn dieses Puff nicht von Allah wäre dass ihr Widersprüche drin findet ja also was ich dazu sagen kann ist es war ja also zum Kriegszustand ist es ja so sobald sie dich nicht mehr bekämpfen ja das sag ich ja was ist denn jetzt was ist denn jetzt sollen wir also diejenigen bekämpfen die uns bekämpfen oder soll ich jetzt diejenigen bekämpfen aufgrund ihres Glaubens aufgrund ihres Unglaubens danke dir bitte das musst du dir selber auch mal so durch durch den Kopf gehen lassen du siehst ja das Suda Altauba die einzige Suche ist die nicht im Namen Allahs des Barmherzigen des Gnädigen anfängt jetzt ist der wieder raus warum fliegst du da immer wieder raus ja klar also ich hab dem ja klar also ich sag so also das was ich mitbekommen hab ich versuche das auch ehrlich zu beantworten also ich merke es gibt es gibt sehr sehr viele Radikale die da sehr radikal nehmen ich hab ja auch selber Todes also ich hab ja auch wenn ich mich selber zum Islam bekenne werde ich ja trotzdem bedroht und ich werd ja ob du dich jetzt zum Islam bekennst oder nicht deine Akrida ist eine ganz falsche Akrida und die werden dich umbringen aufgrund deiner deiner Glaubenslehre das ist ja das Problem was wir haben genau das stimmt und dagegen bin ich ja auch selber also dass man dass man hier die Menschen bedroht und du siehst also wie ultra bösartig der Islam beziehungsweise der Koran ein Kern ist du findest nicht Liebe dein Nächster mit dich selbst sowas gibt es gar nicht naja also ich sehe also wir so wie wir den Koran sehen ist das eher friedlicher weil wir sehen ja zum Beispiel die Surah 1 dahinter und sagen zum Beispiel ist das aus dem Kriegskontext gezogen und wenn sie dich dann in Ruhe lassen solltest du sie auch nicht bekämpfen wie zum Beispiel bei Kader 256 deine Religion dir meine Religion mir ja Laikra was ist denn die Ausschläge was ist denn die Auslegung im schiitischen Sinne das würde mich mal interessieren ja also im schiitischen Sinne ist es auf jeden Fall wir sind eher so wie ja du kannst ja nicht du als Schia bist doch auch gezwungen danke DTC du als du als Schia bist doch auch gezwungen sogenannte Tafside aufzuschlagen weil du lebst ja im 21. Jahrhundert also hast ja nicht die Berechtigung einfach den Koran auszulegen wie du willst du bist also auch gezwungen deine Tafside die Gelehrten aufzuschlagen und herauszufinden wie ein Verswurf zu verstehen ist ja Imam Jafar Sadiq Rahimullah hat das Imam Jafar Sadiq genau das stimmt das stimmt nur bei uns wird zum Beispiel nicht wie in Sunan Nassai 1460 aufgerufen Ungläubige zu töten die die Religion verlassen oder doch in der Jafaritischen Rechtsschule heißt das kann ich dir auch gleich zeigen wenn ein Schia seine Religion verlässt der muss hingerichtet werden heftig auch in der Jafaritischen Rechtsschule befindet sich das das kann ich dir sofort zeigen das wusste ich tatsächlich nicht heftig das ist also kein Phänomen unter dem sunnitischen Islam sondern die Schia sind genauso in dem Punkt auf vielen also wie soll ich das sagen klar also die radikale Sicht kann man ja nicht verleugnen und ich wollte dich aber eher zu anderen Sachen fragen wie zum Beispiel zum Christentum und zwar hat man halt vieles gehört wie zum Beispiel dass das alte Testament sehr radikal sein soll und was was sagst du dazu so das hat nichts mit radikal zu tun du musst immer den Kontext betrachten warum Gott auf verschiedene Art und Weise sein Urteil gesprochen hat über Völker beispielsweise haben wir die Geschichte dass ein Volk die Kinder und alles mögliche geopfert hat und Gott dann sein Wann an diesem Volk vollstreckt hat du siehst also dass sie dem Baal Kinder geopfert haben und Gott dann eingeschritten hat und dieses Volk vernichtet hat du siehst also Gott ist pure Liebe aber auch purer Zorn das musst du immer immer im Hinterkopf behalten verstehst du Gott ist ein liebender Gott aber er kann auch zornig sein sehr zornig sogar verstehe also ich hatte noch paar Fragen also ich habe mich zum Beispiel informiert über Jesus warum er Gott sein soll und was Jeschua heißt und die Trinität aber ich habe die Trinität nicht so ganz also ich habe es nicht so ganz verstanden also ich habe es mit dem Geist verstanden dass der Geist in jemandem drin sein soll aber so den Vater und den Sohn die habe ich nicht also diese zwei habe ich nicht unterscheiden können was also was wie läuft das ab der Gott der Bibel hat sich in drei Personen geoffenbart Vater Sohn Heiliger Geist ein Teil dieses Gottes der Sohn löste sich los und kam als ein perfekter Mensch auf diese Erde ohne Sünde er nahm die Form eines Menschen an und wurde wie die Menschen und hat die Mission des Vaters erfüllt und wurde gehorsam bis zum Tod ja bis zum Tod am Kreuz der Herr Jesus Christus kam als ein perfektes Wesen auf diese Erde um die Sünde in den Menschen zu tragen weil wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt kam Adam musste durch einen perfekten Menschen die Sünde wieder aus also der Fluch der Sünde aus dieser Welt geschaffen werden verstehst und das kann nur in Jesus Christus geschehen genau also wir sagen ja zum Beispiel Shetan die sagt wahrscheinlich die Schlange also zu dem Teufel ja du siehst ja zum Beispiel dass Allah von sich selber sagt dieses Wort Makara verstehst du Makara du kannst in die arabische Bibel gehen und dann siehst du auf einmal dass die Schlange die im Garten Eden Adam und also Eva verführt hat diese Makir gemacht hat diese Täuschung und Allah sagt er ist der beste Makir und somit muss Allah ja die alte Schlange aus dem Paradies sein die runtergeschwissen wurde das Video habe ich von dir auch schon gesehen also das ist heftig da muss immer Gedanken machen darüber das ist echt heftig ja also ich will jetzt nicht wie gesagt ich muss erst mal mich genau informieren ja aber du scheinst offen zu sein für die Sache du scheinst schon dir selber Gedanken zu machen und ja dir auch dein Kopf ein bisschen zu zerbrechen so wie ich damals natürlich weil du willst ja nicht verloren gehen weil du weißt nach dem Tod wird etwas auf uns zukommen und du musst das hier und heute herausfinden natürlich ich habe ja die Bibel auch zu Hause ich habe ja auch den Koran zu Hause nur ich will mich jetzt wirklich sehr informieren darüber und ja die Trinität war mir halt ein bisschen ein bisschen also so ein Fragezeichen weil immer wenn ich halt also ich war auch ich weiß nicht ob ich ihn kennst aber Aboare sagt kennst du ihn sag mir jetzt nicht willst du das ja nee der macht auch so Livestreams über den Christentum und so aber mit dem war ich auch schon live und da habe ich auch in jedem Fall auch viel gelernt sag ich mal ich bin immer bereit etwas zu lernen also ist es egal das ist doch schön ist doch voll schön genau solange es doch Geschwister gibt die dann einen helfen ist doch wundervoll du siehst dass der christliche Glaube somit verbunden ist dass du in Jesus Christus das schönste Vorbild aller Zeiten hast und sogar noch nach deinem Tod gerettet bist du musst nur einmal ja zu Jesus Christus sagen und du bist gerettet das ist nicht so leicht es gibt über hunderttausend Religionen es gibt drei Weltreligionen und deswegen du siehst das hat der Satan so heftig gemacht der hat dir so den Weg versperrt dass du vor lauter Bäumen den Wald ja gar nicht mehr siehst das hat der Satan gemacht danke dir und er will dich natürlich verwirren aber am Ende des Tunnels ist aber auch Licht und wer ist das Licht wer ist Alnur ja das sagt Jesus zu sich selber der Weg Dankeschön Johannes 8 Vers 12 ich bin das Licht der Welt wer mir nachfolgt der wird nimmer mehr in Finsternis wandeln ja aber was wenn es wirklich umgeändert wurde und er wirklich ein Prophet war nein das kann nicht sein wir haben historische Beweise dass Jesus Christus die frühen Kirchenväter an was sie geglaubt haben und das kann niemals verfälscht worden sein allein die allein die Prophezeiung aus dem Alten Testament sind unfassbar dass jede andere Religion die es nur wagt irgendwie in Richtung Bibel zu gehen oder sie zu verfälschen oder sonstiges auseinander fliegt deswegen hat der Herr auch schön Copyright da reingemacht damit niemand auf die Idee kommt irgendwas zu schreiben um das zu verfälschen verstehst du Gott ist doch kein Idiot ja also normalerweise sollte man das auf jeden Fall nicht verfälschen da brauchen wir gar nicht an Gott zu glauben wenn er nicht perfekt sein Wort in unsere heutige Zeit überliefern kann und dass Menschen irgendwie die Macht hätten sein Wort zu verfälschen dann ist das nicht Gott denn Gott sagt in der Bibel ich werde mein Wort bewahren angenommen jetzt wird jetzt eingeschrieben dass Christentum die Wahrheit ist nicht Christentum Jesus ok angenommen Jesus ist die Wahrheit es gibt ja verschiedene zum Beispiel Katholiken Evangelisten und sonst was 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 sagst du dazu also du musst du musst die Worte des Herrn sagt der Herr Jesus Christus du sollst orthodox katholisch oder evangelisch werden jetzt mal ehrlich so ist das das ist eine ganz einfache Frage die du dir selbst beantwortest was soll ich tun wer ist wer ist derjenige auf den ich hören sollte wer ist es sag es mir Gott also Jesus Christus das Vorbild der Christen was hat er gesagt also ich hab ich glaub du musst neu geboren werden auf jeden Fall das hast du ja auch so sieht's aus du kennst also die Wiedergeburt der Herr Jesus Christus spricht zu Nicodemus der ihn fragt Herr was muss ich tun um ins Himmelreich zu kommen man sagte zu ihm wahrlich wahrlich ich sage dir wenn jemand nicht von Neuem geboren wird so kann er das Reich Gottes nicht erben der Herr Jesus Christus will dass du aus dem Geist Gottes neu geboren wirst du sollst eine Entscheidung bewusst für ihn treffen und ihn deine Schuld auf 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 ihn laden denn er selber sagt kommet her alle die ihr mühselig und beladen seid so wie du so wie ich so wie alle die hier im Raum sind und alle auf der Erde wir sind ja beladen mit Sünden wo sollen wir die ablegen nur bei Jesus Christus ist das möglich weil er fähig ist unsere Sünden zu tragen ich denke Gott gibt vieles guck mal hier wir hören uns mal zusammen Jesaja 53 an damit du verstehst pass auf Gott im Alten Testament mein Lieber mein Wundervoller pass auf Kapitel 53 wer hat unserer Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn dem ist er geoffenbart worden er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling wie ein Wurzelspross aus Dürm-Erdreich er hatte keine Gestalt und keine Pracht wir sahen ihn aber sein Anblick gefiel uns nicht verachtet war er und verlassen von den Menschen ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut weißt du das ist 600 Jahre vor Jesus Ankunft mein Lieber guck mal ich kenne es auch deinem ganzen Körper 600 Jahre vorher hat Gott prophezeit dass der Messias kommt um die Sünde der Welt hinwegzunehmen und weißt du ironischerweise wer die Kumran Rollen gefunden hat die Jesaja Schriftrollen am Toten Meer was meinst du wer die gefunden hat ein Schafshirte namens Mohammed Niemals bei Gott das sage ich dir ein Schafshirte namens Mohammed hat die wertvollsten Rollen der Welt gefunden diese Jesaja Rolle 1 zu 1 mit unserer Bibel heute identisch das macht Gott das macht Gott deswegen liebe ich Gott wie einer vor dem man das Angesicht verbirgt so verachtet war er und wir achteten ihn nicht für wahr er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen wir aber hielten ihn für bestraft von Gott geschlagen und niedergebeugt doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt wegen unserer Missetaten zerschlagen die Strafe lag auf ihm damit wir Frieden und durch seine Wunden sind wir geheilt durch seine Wunden sind wir geheilt wir alle gingen in die Irre wie Schafe jeder warnte sich auf seinen Weg aber der Herr war von unserer aller Schuld auf ihn unsere aller Sünden auf ihn er wurde misshandelt er wurde misshandelt aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf kennst du die Szene bei der Kreuzigungsszene als sie ihn geschlagen haben und er nicht mal sein Haupt erhoben hat unglaublich das hat er alles prophezeit 600 Jahre vorher der Herr wie ein Lamm das zur Schlacht wie ein Lamm das zur Schlacht angeschüttet wird das verstummt vor seinem Scherer und seinem nicht auf guck mal hier mein Gänsehaut ohne Ende in Folge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen wer will aber sein Geschlecht beschreiben denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen aber bei einem Reichen war er in seinem Tod weil er kein Unrecht getan hat er hat kein Unrecht getan kein Betrug war in seinem Mund aber dem Herrn gefiel es ihm zu zerschlagen er ließ ihn leiden wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat wird er seine Lust sehen und die Fülle haben durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen hast du gehört ihre Sünden wird er tragen hast du das gehört habe ich gehört siehst du Jesus Christus der ewige Sohn Gottes der Messias kam auf diese Erde um die Schuld der Menschen auf sich zu laden du hast eine gute Möglichkeit dass ich dir das erzähle dass du heute Abend nochmal in dich hineingehst und dich fragst Gott wenn es dich gibt zeig dich mir Herr ich suche nach dir und Gott wird sich dir zeigen ich verspreche es dir ich habe eine Frage an dich du weißt ja was mit Leuten passiert die austreten und wie gehst du damit um Jesus Christus schenkt mir Tod weißt du was Jesus Christus sagt für Leute wie dich und mich die mit ihrem Leben dafür bezahlen müssen weil du weißt ja dass ich aus dem Islam ausgetreten bin und ich bin ja ein sogenannter Murtad richtig ein Abtrünniger der nach Scharia dann gekillt werden muss da gibt der Herr Jesus Christus mir Trost und schenkt mir Liebe auch in dem in dem Sinne dass er sagt fürchte dich nicht Amir ich bin immer mit dir wenn du dein Leben für mich lässt so wirst du es hundertfältig zurückbekommen und ich vertraue dem Sündlosen dem Gerechten dem Heiligen ja guck mal das ist wie soll ich das sagen es ist halt ein bisschen du wirst dein ganz Leben lang als also es ist halt ein bisschen schwer so zu verstehen dass ein Mensch halt Gott sein soll weißt du was ich meine ja deswegen sollst du dich damit auseinandersetzen und sich fragen wie Gott seine Prophezeiung aus dem Alten Testament gemacht hat und zu verstehen was Jesus Christus sagt und meint also das alles was du gerade aufgezählt hast mit Prophezeiung sollte in der Tora stehen richtig richtig in der Tora und im Tanach die Prophetenbücher aber wieso nehmen dann Juden Jesus nicht als Gott an ja das machen sie nicht weil sie das verbotene Kapitel in den Synagogen nicht mehr lehren Jesaja 53 was ich dir gezeigt habe hat sich das nicht eindeutig für dich angehört wie der Messias Jesus Christus der die Sünden der Menschheit trägt ja hat es siehst du und das hat ein ein Reporter ist der mal hingegangen hat den Juden in Israel hat er das mal vorgelesen meint er so auf wen trifft das denn zu meint er jeder von ihnen hat gesagt ja das hört sich an wie Jesus Christus meint er das steht doch in eurem in eurem Tanach drin im Buch Jesaja und die waren alle fassungslos also siehst du Ignoranz warum zum Beispiel wenn ich den Muslimen den sunnitischen Muslimen jetzt die ganzen Beweise aus Sahih Bukhari bringe wo Mohammed gelogen hat wenn ich nur ein Beweis bringe dass Mohammed gelogen hat dann ist ja Feierabend oder nee die nehmen das tatsächlich sogar an also das stört sie nicht also das stört sie nicht dass der Prophet Lügen erzählt ich habe vieles schon gezeigt wie zum Beispiel dass als ein ich weiß gerade nicht sein Name er hat halt den Propheten gefragt ob er den Juden töten kann in Sunna glaube ich Sunna Nassai glaube ich und er fragt dann den Propheten ob er lügen darf halt falls er fragt und er hat dann er hat die Erlaubnis gegeben dass er lügen darf ach so ja das ist Sahih Bukhari du meinst Kapi bin Aschab ja ja richtig genau ja das ist eine sehr sehr schreckliche Geschichte du hast recht es wird dann gesagt zum Beispiel dass er nicht lesen und schreiben kann und dann gibt es ein Kapitel wo drin steht bring mir einen Stift ich schreibe dir was auf worauf ihr niemals mehr worauf ihr niemals mehr verloren geht also in die Irre und das haben die auch verwehrt die Sahabat das habe ich den Sunnis gezeigt die haben mich rausgeworfen aus dem Chat ja ja das ist immer so also leider sind die sehr radikal wenn es um Sahih Bukhari und so geht das ist ja die die Lehre von Omar und Abu Bakr und die Folgen der Sonne sind sehr radikal diese Leute sind alle tot mein Lieber diese Leute sind alle tot alle die du kennst sind tot und sind nicht auferstanden der einzige der von den Toten auferstanden ist ist der Jesus und laut Koran hat ihn Allah zu sich empor gehoben das wirst du dir mal vorstellen und dann fragt man die Muslime ja wo ist denn Allah dann sagt er zu dir über dem Thron also im Himmel dann sage ich ah also ist also ist Jesus mit Allah über dem Thron im Himmel er lebt ja jetzt bis heute immer noch ja okay ja also wir sagen jetzt was metaphorisch gemeint ist aber dann gibt es die Bahabit wie metaphorisch er sagt es doch selber ich werde dich zu mir emporheben und dich zu mir holen Jesus er hat jemand anderen anstelle von Jesus kruzigen lassen und Jesus gerettet ja also bei uns ist es ja so wir sehen Allahs Rang über den Thron nicht sein Wesen das gibt es natürlich soll ich dir zeigen dass ihr soll ich dir zeigen dass die Schiiten glaubt dass Gott auf dem Thron so sitzt mit seinem Hintern und so in Dings Bihar al-Anwar als ob niemals ja doch hier guck die Schiiten seite 39 von Al-Majlis du kennst ja Mohammed Al-Majlis ist das heftig ja Allah hat einen Hintern und er setzt sich auf seinen Hintern drauf das steht so bei in der zweitwichtigsten Quelle der Schia Bihar al-Anwar das ist heftig erste Stelle ist ja Al-Kafi und dann kommt so danach dann Bihar al-Anwar welches Buch Bihar al-Anwar Band 4 Seite 39 da steht das drin ja das muss ich mir auch nochmal angucken auf jeden Fall ja das kannst du echt mal angucken das ist echt heftig ne ja natürlich also ja ich weiß nicht warum weg vom Islam der Islam bietet dir überhaupt keine Rettung die einzige Rettung hast du in Jesus Christus du hast alles in Jesus Christus das beste Vorbild Moral Ethik und Anstand und nach deinem Tod bist du gerettet was brauchst du mehr was danke Chris ja du lachst jetzt aber du weißt dass ich recht habe das beste Vorbild aller Zeiten der nie gesündigt hat der nie jemanden einen Haar gekrümmt hat der nie eine Frau mit blüsterndem Blick angeguckt hat der nie auch nur jemand ein Haar nicht über irgendwas getan hat niemanden kennst du die Geschichte von Mohammed als er die Zayn mit lüsterndem Blick angeguckt hat in Suche 33 37 durch das Fenster wo wurde ja genau weißt du dass es auch eine schiitische Überlieferung gibt die das auch noch bezeugt das wusste ich tatsächlich nicht das ist heftig pass mal auf ich lese dir das mal vor aus der Shia-Quelle schreib dir das mal bitte auf im schiitischen Buch Tafsir Nul Al-Tahlin Band 4 lesen wir auf der Seite 236 der Gesandte Allah sprach O Volk der Quraysh bezeugt dass Seid mein Sohn ist vererbe ihm und er erb von mir deswegen wurde Seid stets Sohn Mohammeds genannt der Gesandte Allahs liebte ihn und nannte ihn geliebter Seid und als der Gesandte Allahs in die Stadt Medina zog verheiratete er verheiratete der Prophet ihn mit Zeynep Bint Jash und eines Tages ließ sich Seid nicht beim Gesandten Allahs blicken weshalb dieser sein Haus betrat um nach ihm zu schauen nach ihm zu suchen und er fand dort Seid inmitten ihres Zimmers vor wie sie Zutaten zur Essenszubereitung zerstampfte der Gesandte Allahs drückte gegen die Tür und war auf der Stelle in sie verliebt und er sprach gelobt sei Allah der Schöpfer des Lichts er ist es er ist der Gesegnete und Beste von allen Schöpfern und von diesem Moment an hatte er einen großen Platz in seinem Herzen für Zeynep reserviert als Zeynep später wieder nach Hause kam erzählte ihr Zeynep als Seid später nach Hause kam erzählte ihr Zeynep dass der Gesandte sich mit ihr unterhielt infolgedessen sprach er Seid soll ich mich von dir scheiden lassen damit du den Gesandten Allahs heiraten kannst womöglich hat er sich in dich verliebt sie sprach was wenn du dich von mir scheiden lässt und er mich dann nicht heiraten möchte da verfürchte ich mich also wandte sich Seid an den Gesandten Allahs und sprach zu ihm oh Gesandter Allahs du weißt ich würde meine leiblichen Eltern um deinen Willen opfern unglaublich Zeynep erzählte mir dieses und jenes würde es dir gefallen wenn ich mich von ihr scheiden lasse damit du sie haben kannst wie bösartig ist das bitte wie bösartig ist das du hast eine geliebte Frau dein dein Vater kommt zu dir und spannt dir deine Frau aus und das ist nicht nur sunnitische Quelle das ist eine Shia Quelle die genau das gleiche bestätigt wie Al-Qurtobi in seinem Tafsir Al-Qurtobi Band 14 Seite 172 sowohl Shia als auch Sunni siehst du also wenn das der beste Mensch ist der Welt wer ist dann Jesus Christus der nie auch nur eine Frau mit lüsterem Blick angeguckt hat und weißt du was der Herr Jesus Christus zu Mohammed sagt pass mal auf das sagt er zu Mohammed und all diejenigen die als verheiratete Frau mit lüsterem Blick angucken Matthäus 5 28 merkt euch das Matthäus 5 28 und sie heißt es ihr habt gehört dass zu den Alten gesagt ist du sollst nicht Ehe brechen ich aber sage euch wer eine Frau ansieht um sie zu begehren der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen Wahnsinn was für eine Moral der Herr Jesus an den Tag legt und was Mohammed durch sein Gott praktiziert merkst du jetzt wer ist das beste Vorbild ich gebe mein Leben und meine Seele dem Sündlosen dem Heiligen dem Gerechten Jesus Christus das ist das ist das ist nicht normal und du weißt dass Mohammed nicht aus seinen eigenen Gelüsten redet sondern das was Allah ihm da predigt oder sagt ja laut des wurde er durch Magie geleitet ja schrecklich als ich mich damit auseinander gesetzt habe ich dachte wie kann man ihm überhaupt folgen er war nicht mal Herr seiner Sinne du hast ja gesehen als ich auf Marcel krass reagiert habe wie seine Aussagen auf einmal in Rauch aufgelöst sind und du musst dir mal vorstellen der Typ ist ein Maschinenbau Ingenieur oder was ist der ich habe auf jeden Fall das das kommt auch nochmal dazu und das ist der Zustand des Selfies der rappt so wie Tic-Tac-Toe und der andere macht Beatbox wo ich gesagt habe guck dir den Zustand des Selfies an ich habe das Video mal gepostet gehabt warte wir hören uns das mal kurz an das hast du gut gesagt das war heftig das war echt schlimm du kennst ja Dinder 36 Tinder 36 Dindam hast ihn genannt ich war Eil dass der drinnen war also ich habe zugeschaut gehabt und hatte also wenn ich wäre es ist wo war das normal wo ich auf in was war das da so ah ja hier was krass ist ein muslimischen freund unterwegs und sagt jetzt bei uns guck mal das ist man und zwar hat mein Bruder und guck da ist das dran guck mal Und wo haben wir distanziert damit. Guck mal ein bisschen Kuppeln die Matte. Guck jetzt! Marcel, 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 Marcel. Guck mal ein bisschen, oder? Gell, gell. Gell, gell. Und die Poste? Jetzt leg ich schon eine Dance-Einlage vor euch hin. Ich bin der härteste Chef von Deutschland, ey. Die nennen sich zwar Muslime, aber haben mit dem Islam nichts zu tun. Guck euch das bitte an. Ich gehe kaputt, ey. Ich gehe kaputt. Und das ist das Leben. Das ist das. Guck mal, die nehmen mir so ernst. Guck dir das mal an. Was meinst du, wenn so hardcore Muslime, also echte Muslime, die vis-a-vis-a-vis-a-kirchen und die so reden? Was meinst du? Was meinst du? Auf jeden Fall, helal, ich lache mich. Die werden so... Ich zeig euch das gleich mal. Guck euch das mal an. Das ist die krasse Stelle. Kann alles mal an der Auffassung haben. Ich muss, Alhamdulillah, von Allah sie hier auszusehen. Leute, ihr könnt euch das angucken. Ex-Muslim vs. Scharo und Cheikh Schweinfurt Ibrahim. Ab der Minute... Warte, ich zeige euch das ganz kurz. Boah, also diesen Cheikh Schweinfurt habe ich auch mal verfolgt. Was heißt verfolgt? Mal angeschaut. Das ist ja krank. Die machen da Fragen wie, kann man in Minecraft Schweinefleisch essen oder darf man in Schweinfurt leben oder so ein Scheiß? Ja, das kannst du nicht mehr ernst nehmen. Das ist krass. Ja, Ex-Muslim vs. Scharo und Cheikh Schweinfurt Ibrahim. Ab der Minute 12.40. Dann geht's los. Aber kommen wir nochmal drauf zurück hier mit Jesus Christus, mein Lieber. Du musst dir deine Seele in Sicherheit bringen. Es gibt keinen anderen Weg als nur den Weg des Herrn. Das weißt du auch ganz genau. Wir können miteinander die ganze Zeit lachen, Spaß haben. Ich bin da voll mit dir. Du siehst ja, dass ich auch gerne viel, viel Spaß mache, viel lache und so. Aber den Ernst der Dinge dürfen wir niemals außer Acht lassen. Und das ist die Ernsthaftigkeit in Jesus Christus. Der Einzige, der fähig ist, unsere Schuld zu tragen. Wo willst du denn? Allah sagt in Suche 66 Vers 8 Vielleicht werde ich euch vergeben. Was ist das denn bitte? Vielleicht? Ja, das stimmt. Das wird, äh, das ist nie eine Garantie. Siehst du? Wo gibt's Garantie in Suche 9 Vers 111? Sudat al-Tauber 111 Um den Vertrag mit Allah einzugehen. Und was sagst du zu den Zahlenwundern im Koran? Gibt's nicht. Alle widerlegt wurden. Und, äh, nochmal, es gab ja irgendwas mit, äh, im Brustbereich Spermien oder so. Ja, Suche 86 Vers 6 bis 7 sagt Allah, dass die Spermien aus dem Rückgrat des Mannes und aus den Rippen der Frauen kommt. Das ist eine Katastrophe. Verlasse den Islam und komm zum Herrn Jesus Christus. Verlasse den Islam und komm zu Jesus. Wenn du das jemandem erzählst, dass Gott der Allmächtige sowas gesagt hat, die lachen dich von oben bis unten aus. Das ist doch nicht mehr, aber die haben auch Berechtigung. Wenn dieser Gott sagt, dass er allwissend ist und auf einmal sagt, dass die Frauen Spermien haben, das in den Rippen ist und dass sich, dass der Spermien des Mannes mit der Spermien der Frau sich so vermischt und daraus dann das Kind entsteht. Keine Befruchtung des Eis. Was meinst du, wie die Leute lachen? Die sagen, das ist Gott? Ich habe mal dich und Hamdi gesehen, wie ihr darüber geredet habt. Der hat seinen eigenen Gelehrten unter den Bus geschmissen. Hast du das gesehen? Ja, Hamdi ist ja auch ein Fall für sich. Wie heuchlerisch muss das sein? Solange Ibn Kassir für sie redet, akzeptieren sie es. Akzeptieren sie ihn. Sobald er aber etwas sagt, was den Islam demoliert, weil Ibn Kassir hat, er hat ja eine Agenda gegen den Islam, jetzt mal ehrlich. Nein. Der liebt doch den Islam. Aber Hamdi hat nichts Falsches gemacht, weil er darf ja lügen. Sehr gut. Tachir, da hat er Tachir angewendet, um die anderen Muslime schön die Schlaftablette zu verpassen, damit sie nicht aus dem Islam austreten. Das ist die Katastrophe. Ja, ich habe mal eine Zeit lang Michael Stürzenberger mir angeschaut. Ich habe auch einen Kumpel, der auch bei ihm aktiv war. Und da gibt es auch sehr, sehr viele Leute, die sehr viel Unruhe gestiftet haben. Ja, aber ich glaube nicht, dass jeder wirklich radikal ist. Also ich weiß, dass es sehr viele Radikale gibt, aber ich denke nicht, dass jeder verallgemeinert radikal ist. Das ist jetzt meine Meinung. Also zum Beispiel Shisha war Muslime wie ich. Wir sind nicht so radikal, auf jeden Fall. Ja, das ist das Problem. Ihr habt euch auch nicht so richtig damit beschäftigt. Ihr seid nicht vertraut mit den ganzen Kriegstexten, mit der Stila und alles mögliche. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich weiß es schon, aber ich nehme es ja nicht einfach so blind an. Ja, du nimmst das nicht ernst, meinst du? Also du lässt das so außer Acht? Ja, ich gucke mir eher so die Gelehrten an, was sie dazu sagen. Aber würdest du, aber würdest du, Entschuldigung, würdest du aber zugeben, dass jemand, der sich diese Kriegstexte durchliest und verinnerlicht, dass es aus ihm ein brutaler Mensch wird? Zu tausend Prozent. Vor zwei Tagen hat sogar jemand noch zu uns gesagt, wir werden euch enthaupten. Und die sind ja, also die sind, der hat wirklich den islamischen Staat hier in Schutz genommen und hat auch zu Videos gezeigt, wie Köpfe abgeschnitten werden und gesagt, sprich die Schahade aus, sonst wird es so mit euch enden. Das ist dann natürlich, du weißt ja schon, was ich danach wahrscheinlich gemacht habe. Ich brauche es dir nicht aussprechen. Ich habe dann das natürlich weitergeleitet und ja, war sehr radikal auf jeden Fall. Und es ist ja klar, also ich sage ja, vor allem die Leute, die zum Beispiel Ibn Taymi oder Abdul Wahab folgen, sind sehr, sehr radikal. Sehr radikal. Deswegen habe ich ja gesagt, wenn du meinst, dass diese Leute jetzt, die Ibn Taymi oder Abdul Wahab folgen und ihr Schia damit ein riesen Problem habt, dann würde mich mal gerne interessieren, ob ihr auch Hezbollah so verunglimpft mit eurem Gesicht und sagt, ihr seid eine Terrororganisation. Keiner würde sowas von euch Schia machen, oder? Doch, doch. Also ich schon auf jeden Fall. Mit deinem Gesicht? Ja, weil es gewisse Punkte gibt, was die falsch machen. Sehr viele. Wir haben auch schon unschuldige Leute in Gewissen gehabt, auf jeden Fall auf gewisse Weise. Ja, du siehst also, aber auf beiden Seiten hast du natürlich den Wahnsinn mit inbegriffen, sowohl bei den Schia als auch bei den Zong. Bei mir ist es ein bisschen anders, also ich nehme nicht von anderen Leuten irgendwie was an, sondern ich nehme das, was ich für richtig halte. Und ich sage nicht nur... Also kannst du doch den Herrn Jesus Christus annehmen. Findest du das nicht richtig, wie er gelebt hat, was er dir vorgelebt hat? Was für ein wundervoller... Wenn du 19 Jahre anders aufgezogen wurdest und dann kannst du natürlich nicht in 24 Stunden einfach alles wegschmeißen und etwas anderes annehmen. Das geht nicht so leicht. Aber du scheinst ein sehr offener Mensch für die Sache zu sein. Und ich bin mir sicher, dass du eines Tages den Herrn Jesus Christus auf jeden Fall erkennst und siehst, wer er ist in Wahrheit. Bei mir muss es halt sein, dass ich hundertprozentig von was überzeugt bin und nicht einfach blind daran glaube. Deswegen bin ich auch so kritisch gegenüber. Sonst wäre ich wahrscheinlich jetzt sehr radikal und würde wie jeder andere hier beleidigen und sagen, du Murtat, du Käfer, du dies, du das und dann sogar Gewalt anwenden. Ich bin ja auch froh darum, dass du wenigstens so locker drauf bist. Mit dir kann man ja wenigstens eine gute Konversation... Ja, weil ich das erst erlebe. Das ist ja nichts anderes. Sehr guter Mann. Das ist ja das Gleiche. Wenn man sagt, zum Beispiel, gibt es einfach nur ein leichter Vers, zum Beispiel, das mit dem Thron, also Allah ist über den Thron erhaben. Wenn du schon da verneinst, dass er mit seinem Wesen nicht drin ist, gehörst du schon getötet und bist ein Fertig. Natürlich. Ja, das macht einen traurig, einen fertig, weil wenn diese Menschen dann in den Tod gehen, dann kann ihnen Jesus Christus auch nichts mehr nützen, weil es wird dann eine Reise ohne Rückkehr. Du kannst nicht zurückkommen, um Buße zu tun. Der Herr Jesus Christus lässt dir hier die Wahl. Du kannst nach deinem Tod dich nicht mehr bekehren. Das war's. Du wirst dann die Ewigkeit antreten müssen. Und das ist traurig. Ja, das wollte ich ja dich fragen. Also, ich bin wirklich sehr oft, also ich informiere, also was heißt informiere, also jetzt bezüglich, ich würde halt wirklich sehr gerne wissen, weil ich weiß ja, wie heftig das sein kann. Als Christ, als Jude, so ist das natürlich noch mal schlimmer. Okay, die Juden haben auch zwar ein bisschen radikale Gedanken manchmal, aber so als Christ vor allem, weil ihr dürft ja auch niemandem schaden und so halt, ihr dürft euch ja auch nicht wehren, so wie ich weiß. Ihr dürft, ihr müsst sogar eure Feinde lieben und habt ihr gar keine Angst, so was in der Zukunft passieren könnte, weil es gibt halt wirklich, also Beispiel Scharia jetzt, ist ein Beispiel. Jeder hat halt eine ganz andere Art und Weise, wie sie sich verstehen, aber das Problem jetzt dahinter ist, wenn sogar jetzt, was weiß ich, ein Wahhabiten Scharia jetzt hier herrscht, dann sind wir hier auf jeden Fall alle ausgerottet oder wir müssen halt die Jizia bezahlen und sonst was also. Ihr Schiiten müsst Jizia bezahlen? Natürlich, weil wir sehen uns auch als Kefir. Ihr habt keine Wahl zwischen Jizia, ihr habt nur die Wahl zwischen Islam, an dem Sunnitischen Islam oder Tod durch das Schwert. Das hat der Abu Bakr al-Baghdadi so dann beschlossen. Egal wie viele Schiiten ihr, wie viele Sunnis ihr getötet habt, das wird euch vergeben, wenn ihr den Islam annehmt. Wenn nicht, dann werdet ihr alle, so ist das im islamischen Staat. Das ist heftig auf jeden Fall, ja. Du kennst ja die berühmte Aussage von Christian Emden. Genau, aber wie ich es weiß, in Afghanistan können sogar, also das ist jetzt was anderes, natürlich, die sind ja auch so sunnitisch, hamilpitisch, die, also so wie ich weiß, können da Schiiten leben, halt wenn die Jizia bezahlen. Die werden halt nicht direkt ausgerottet. Achso, okay, das wusste ich nicht, aber ich bin jetzt nach dem islamischen Staat gegangen und ich hatte die Aussagen von Christian Emden im Kopf, als er seine Gelehrten zitiert hat und gesagt hat, das ist uns egal, wie viele Schiiten unsere Leute umgebracht haben, die Schiiten haben nur die Wahl zwischen Islam oder Tod durch das Schwert. Entweder Islam annehmen und Tod durch das Schwert. Ihnen wird vergeben, wie viele Sunnis sie umgebracht haben, aber wenn sie nicht wollen, dann müssen sie gehen. Ja, ich finde es halt heftig, dass in Deutschland nichts dagegen unternommen wird, also man akzeptiert zu viel. Man sagt es doch immer wieder, also ich sage das doch selber, als jemand, der aus diesen Umständen kommt und du sagst es ja auch, der aus diesen Umständen gekommen ist, dass das sehr gefährlich sein kann. Warum wird da nichts unternommen? selbst wenn man angenommen jetzt diese Leute anzeigen würde oder irgendwas machen würde, das dauert ja Monate, bis irgendwie der Staat irgendwas machen kann, und in der Zwischenzeit kann es sogar sein, dass man tot aufgefunden wird. Also es gibt Leute, die finden die Anschläge in Berlin, in Österreich und so alles gut und sagen, möge Allah sie reichlich belohnen für diese Taten, diese Muslimen. Ja, natürlich, die preisen das, wenn du für Allah Torhibuna, also wenn du die Feinde Allahs terrorisierst, das ist eine gottgefällige Tat, du weißt das doch. Keiner macht was dagegen und Ja, frag dich doch mal selber, wenn Allah selber sagt, terrorisiert meine Feinde und eure Feinde, dann machen sie das und finden das wundervoll. Ja, natürlich. Du kennst doch den berühmten Hadith, den Mohammed gesagt hat, durch Terror wurde ich siegreich. Ja, wie soll ich das sagen? Also, ja, schon, ja, da hast du recht. Siehst du, jetzt musstest du auch wieder nachdenken. Ja, stimmt. Diese Leute beruhigen sich auf ihren Propheten und wollen ihnen auf Schritt und Tritt nachmachen. Also, wenn der Prophet gesagt hat, durch Terror wurde ich siegreich, dann werden wir auch durch Terror siegreich und Schrecken in die Herzen der Ungläubigen senden. Wir werden sie terrorisieren. So ist das. Ja, das Problem ist, die verschiedenen Rechtsschulen interpretieren das mal ganz anders. Man sehen die einen das radikal, die anderen sehen das eher weniger radikal. Also, die spielen sich das so, wie sie wollen. Natürlich sagen die nicht jeden, zum Beispiel, sagen die ja nicht jeden, ja, wir müssen jetzt die Kuffare bekämpfen oder so. Die Leute denken ja nicht so. Die Leute, die da hin sind, vielleicht die Gelehrten oder so, aber sie preisen das nicht hundertprozentig aus, sonst würde ja jeder aus der Religion austreten. Aber für dich ist erstmal das Wichtigste, dass du anfängst, das Neue Testament zu lesen, um Jesus Christus kennenzulernen, mein Lieber. Deine Seele ist kostbar, deswegen. Es ist ja kein Zufall, dass du hier mit mir redest. Was ist das? Das wollte ich ja fragen. Ich habe mit Muslimen darüber geredet. Die meinten, es gibt 36 Versionen von der Bibel. Das stimmt nicht. Und warum ist das Neue Testament entstanden? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Also warum gibt es das Neue Testament? Das Neue Testament ist der Anfang und der Beginn Jesu Christi, der Messias, der geboren wurde, durch die ganzen Propheten, die Gott selber ankündigen und er wurde Mensch in Jesus Christus. Du musst das Neue Testament lesen, damit du das verstehst. Aber wenn du selber nicht liest, dann kannst du es ja auch nicht begreifen. Ich sage mal, ich habe schon mal ein bisschen angefangen. Genau. In Jesus Christus haben sich alle Prophezeiungen erfüllt, die Gott über den Messias gegeben hat. Und der Messias kam. Nur die Juden haben ihn nicht erkannt. Johannes 1, Vers 1. Er kam in das kleine Dorf, das Seine hat ihn nicht erkannt. Sei du nicht der, der den Herrn Jesus Christus nicht erkennt. Sei du der Schlaue, der den Herrn Jesus Christus erkennt. So wie Thomas in Johannes 20, 28, als er anbetend vor Jesus Christus niederwarf und ihn anbetete und der Herr Jesus Christus seine Anbetung angenommen hat. Und er hat gesagt, selig sind diejenigen, die nicht sehen und doch glauben, dass er Gott, der Allmächtige ist. Amen. Komm her, Thomas, sagte er zu ihm. Komm her, Thomas. Leg deine Hände, leg deinen Finger hier in meine Wunden und glaube, dass ich es bin. Thomas legte seine Hände in die Wunden des Herrn Jesus Christus und fiel nieder und betete ihn an und sprach, mein Herr und mein Gott. Heftig. Guck mal, ich kenne es auch den ganzen Körper. Steht echt da drin? Das steht echt da drin, ja. Das ist krass. Und das Heftigste ist, wenn du den Leuten dann, eigentlich müsste Jesus, wenn der Herr Jesus Christus nicht Gott wäre, müsste der den Thomas sofort stoppen und sagen, hey, das was du machst, ist ja Anbetung. Du fällst ja vor mir nieder und sagst ja zu mir, mein Herr und mein Gott. Einem Juden ist das ja nicht erlaubt, einfach so, mein Herr und mein Gott zu sagen, wenn er auch nicht Gott meint. Aber der Thomas fiel anbetend vor ihm nieder. Proskonio das Wort. Im Griechen, Proskonio. Anbetend. Wahnsinn. Ja, das ist krass. Ich habe noch eine Frage und zwar, im Alten Testament wird ja immer Jesus als Jeshua betitelt. Im Neuen Testament, also, habe ich auch so ein bisschen gelesen, und ich habe bis jetzt kein Jeshua gehört oder gesehen in dem Testament. Ja, das ist die, Jesus ist ja dann die, die lateinische Version von Jeshua, Jehoshua und dann wurde das nach und nach dann ins Griechische gemacht, Isos, Jesus, Christos und dann ins Lateinische dann Jesus, Christos. Und der Herr Jesus Christus hat sich ja was dabei gedacht, dass sein Name Jesus Christus ist. Sonst hätte er seinen Namen die ganze Zeit Jeshua beibehalten. Er hat sich schon was dabei gedacht, dass sein Name Jesus Christus ist. Und wie, also, nochmal, wie ist es so zum Neuen Testament gekommen? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Also, es gab ja ein Alts Testament und also, wie haben die das Neue Testament so entwickelt? Weil das kommt ja nicht direkt von Gott, weil, äh, das wurde ja nochmal fertiggestellt. Wie, waren das irgendwie, zum Beispiel im Islam, wird ja gesagt, in der Sonna wurde das von irgendwelchen Leuten so aufgeschrieben, weitergegeben. Also, war das etwa so, oder wie haben die das genau gemacht? Der Gott des Alten Testaments ist ja der Herr Jesus Christus selber. Der hat einen neuen Bund, ist ja dann eingegangen mit den, mit dem, mit den ganzen Heidenvölkern drumherum. Und das sind wir. Wir sind die Heiden, die zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen. Er wird einen neuen Bund machen mit allen Völkern. Den ersten Bund hat er ja mit seinem Volk Israel geschlossen, verstehst du? Ja. Und den, den zweiten Bund ist ja mit uns allen, mit allen Heidenvölkern. Alle, die an seinen Namen glauben, sollen gerettet werden. Wortwörtlich, selig gemacht werden. Deswegen hast du die gute Chance, als Heide, so wie ich auch, als Heide und wir alle, an den Namen des Herrn Jesus Christus zu glauben und das, was er für uns am Kreuz getan hat, um gerettet zu werden. Das Geschenk der Gnade und verdient. Wundervoll. Danke, Herr. Danke, mein Herr, oh mein Gott, dass du gekommen bist, um meine Schuld zu tragen. Amen. Und es gibt ja eine Prophezeiung, zum Beispiel im Koran, das gesagt wird, ja, irgendwann wird halt die Welt untergehen und dann wird Jesus und mich, die kommen und die werden überall die Scharia bringen und so. Und wie ist das bei euch so? Also was wird passieren, wenn die Welt untergehen sollte bei euch? Da haben wir ja heute Matthäus 24 gelesen, die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus und die Zeichen der Zeit, die es dann zeigen, wann und wie er wieder zurückkommt. Ihr werdet von Kriegsgerüchten hören, ein Volk steht über das andere Volk auf und sie werden dann quasi miteinander Krieg führen, so viele Leid und alles wird passieren. Das sind sehr, sehr heftige Prophezeiungen auf den, auf das Zurückkommen des Messias, auf den Herrn Jesus Christus, das zweite Kommen. Dindar Al-Hanafi, komm zum Islam, Amen. Ne, dankeschön, ich glaube nicht an Allas Bein. Danke dir. Kannst du bitte Dindar hochholen? Der der will auch, glaube ich, was dazu sagen. Also ich würde mal gerne seine, ich würde mal gerne dich um Dindar reden, Herr. Du kommst wieder leise rüber. Ah, okay, jetzt? Jetzt? Ne, immer noch. Warte. Jetzt? Ja, jetzt perfekt. Ich würde mal gerne dich um Dindar reden hören, weil ich glaube, das wäre sehr interessant. Dindar? Genau, Al-Hanafi. Ja, er soll eine Anfrage stellen. Dindar, schick mal bitte eine Anfrage. Weil der hatte auch ein paar Fragen zum Christentum, weil ich habe von dem auch vieles über den Christentum gehört, aber halt im Negativen. Ja, natürlich. So einer wie der wird ja natürlich nicht Gutes über das Christentum erzählen und verdreht ja die Tatsachen, wie sie sind. So sind ja Muslime. Genau, fände ich es gut, wenn du darauf achst. Du musst dir mal vorstellen, dass die Leute, also die Muslime sagen, wir lieben Jesus und dann siehst du auf einmal solche wahnsinnigen Muslime, diese TikTok-Kleinen Kinder da, wie sie auf einmal ein Bild von Jesus machen mit so zwei Frauen, die ihnen so neben ihm sind, so nach dem Motto, der hat was mit Frauen gehabt. So heftig sind sie drauf. Und das ist also dann die Liebe zu Jesus, ne? Oh, was ist das für Kufase. Ja, aber für die ist es doch kein Problem, weil die kriegen ja auch 72 Jungfrauen. Ja, aber im Koran steht doch, dass du Jungfrauen bekommst in Suche 55, Vers 56. Ja, da steht aber keine genaue Zahl, also 72 ist... Ja, reicht ja schon, wenn du überhaupt Jungfrauen bekommst, ne? Die noch keiner berührt haben. Du wirst sogar kleine Knaben bekommen, Suche 52, Vers 24. Das habe ich auch mitbekommen. Ich habe tatsächlich schon nachgefragt, was es heißen soll und ich habe bis heute keine Antwort bekommen. Ja, das ist... Das ist eigentlich... Das ist eigentlich für diejenigen, die pädophile Neigung haben, die bekommen dann auch kleine Knaben. Ich habe auch verschiedene Schiitische, Sunnitische und andere halt gefragt und die haben alle gesagt, es hat nichts mit Pädophilie zu tun und auch nichts mit Kindern. Aber eine gezielte Antwort habe ich auch nicht bekommen. Das wollte ich mal selber fragen. Warum sollte denn Gott irgendwie kleine Knaben denn versprechen? Du weißt ja, im Himmelreich von Allah ist ja alles möglich, ne? Richtig, ne? Natürlich. Siehst du, also wenn jemand pädophile Neigung hat zu einem Knaben, was kann er dann mit ihm machen in Allahs Himmel? Dankeschön. Ich glaube, wir brauchen darüber nicht zu reden. Merkst du nicht, was das für eine Religion ist? Komm da weg von diesem Zeugs. Du siehst doch, dass das nichts für uns ist. Ja, Tindar, komm mal hoch, ja. Thema, Thema, Islam, Christentum, alles drum und dran. Leute, was soll ich machen? Ich habe keine Antwort dazu. Was soll ich sagen? Da brauchst du auch überhaupt keine Antwort zu haben. Allein von Moral, Ethik und Anstand her werden wir schon, das werden wir schon nach unserem Verstand schon locker wissen, dass das nicht normal ist. Ja, also wenn es, sag mal, wenn, also ich glaube jetzt nicht an das Radikale, wäre das wirklich so radikal, dann würde ich das... Harun, okay, genau. Yassin, danke. Genau, ich muss dich bedanken bei Yassin. Möchtest du noch irgendwas sagen, mein lieber Harun? Nein, danke. Ich wünsche euch einen schönen guten Tag und Grüß, Rese. Gottes Segen. Grüß, Rese. Aber ich merke, du hast wenigstens ein bisschen einen anderen Verstand als die anderen. Ja, ich mache das halt alles nach meinem Verstand und nicht nach irgendwelchen Leuten die mir was erzählen. Okay, Gott segne dich, mein Wundervoller. Gleichfalls. Ciao, Leute. Möge der Herr dir deine Augen öffnen. Amen. Danke. Ja, können ja für ihn beten, für den Harun, dass der Harun zur Besinnung kommt. Aber müsst ihr euch mal vorstellen, dass der Allah auch daran gedacht hat, dass man so kleine Knaben dann penetrieren kann. Ihr wisst ja, wenn die Muslime fragen, ja, darf ich alles im Himmelreich bei Allah? Die sagen ja, natürlich, klar. Und dann auf einmal sehen wir, dass in Surah 52, Vers 24 steht, dass kleine Jünglinge den Muslim bedienen. Also sie kommen dann wie bei, kennt ihr das, wie in Afghanistan, diese Batschabasi, wo dann so kleine Kinder kommen, um vor diesen ganzen Muslimen dann zu tanzen und dann werden sie ein nach den anderen penetriert, die kleinen Kinder. Batschabasi, das ist einer der schlimmsten Dinge da in Afghanistan. Ja, das ist absolut krank, ja. Der Yasin, der kennt das. Ja, ihr müsst euch mal vorstellen, dass dort die Muslime dann kleine Jungs so tanzen lassen und am Ende dieser Tanzaktion werden die dann von allen dann penetriert, diese kleinen Kinder da. Sie werden dann so verkleidet wie Mädchen mit so komischen Klamotten oder was, geschminkt oder was, keine Ahnung. und dann, ja. Und daher sehen wir auch diesen Geist, diesen Geist, der sich auch im Koran befindet mit Sura 52 Vers 24. Im Himmelreich von Allah kommen dann so kleine Knaben, die dich dann bedienen. Ja, was passiert dann, wenn jemand so pädophile Neigungen hat? Was kann er mit diesen Knaben machen, die den Muslim bedienen? Man kann ja den auseinandernehmen. So krank ist das. Mohammed hat gesagt, da gibt es einen Markt und in diesem Markt kannst du dir alles vorstellen und du wirst auch mit diesemjenigen dann auch Verkehr haben. Du kannst dir ein Bild aussuchen und dann kannst du dann halt mit diesen Dings dann, mit dieser Person dann schlafen. Unglaublich, ne? Ja, das ist eine Religion von einem bösartigen Geist in diese Welt gesetzt worden. Kleine Knaben im Himmelreich, Jungfrauen, großäugige Jungfrauen, dessen Jungfrauen, äh, dessen Jungfräulichkeit noch kein Djinn oder Mensch geöffnet hat, sozusagen, ne? Das Wort ist ja Yatmethehunna, Jungfräulichkeit auseinandergenommen hat. Yatmethehunna. Die nicht bluten. Meinung zu Sinanjianne. Was soll ich denn noch dazu sagen, Leute? Seine Aussagen sind absolut krank und diese Gesellschaft ist absolut krank und braucht Jesus Christus. Das ist das. Ja, aber der hat, wenn man das so betrachtet, nach islamischer Sicht, hat er natürlich das praktiziert, was Imam Ahmad Hanbal in seinem Buch verzeichnet hat, beziehungsweise der Ibn Al-Qaim in Badr Al-Fawait. In Band 4, Seite 36, lesen wir, dass Imam Ahmad einen Bericht bringt, in dem er einen Muslim zitiert, der fast seine Hoden abplatzen und ihm dann erlaubt wurde, auf verschiedene Art und Weise seine Samen abzutransportieren und das in den Händen eines Sklavenkindes. Das ist das aller ekelhafteste und dreckigste. Ja, und dazu kann die, wie ich euch das erklärt habe, die Frau im Islam kann sich dann einen sogenannten islamischen DILDO, ich will das Wort nicht aussprechen, sonst werde ich hier gesperrt, sich dann vaginal einführen. Das nennen die dann Al-Ikrimbic, das ist so ein Lederstück, das so geformt ist wie ein PENIS und das kann die Muslimer sich dann einführen, wenn sie unter starker Begierde leidet. Und für den Mann ist dann andere islamische Hilfsmittel dann genehmigt worden, zum Beispiel ein Loch in eine Wassermelone, ein Stück Teig, Leder, daran kann der Mann die Samen dann abtransportieren. Da wird man doch gerne Schahid. Sogar mit Wassermelonen. Ja, andere Menschen essen Wassermelonen, Muslime machen ein Loch da rein, um sich daran zu beglücken. Ist das krank. Ist das krank. Ist das cringy. Gottes Segen, Bruder Amir. Gottes Segen auch dir, Bruder. Danke. Bruder Amir, ich habe eine Frage wegen dem Islam. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, aber ich will es von dir wissen, weil du hast da mehr Ahnung in dem Bereich. Was ist mit dem Pakt von Umar? Was weißt du darüber? Das ist der Vertrag, den Umar den Christen in Syrien aufgezwungen hat. Das ist der Staatsvertrag, den auch der islamische Staat den Christen in Syrien und Irak aufgezwungen hat. Der befindet sich in Suche 9, Vers 29. Das könnt ihr euch durchlesen in Suche 9, Vers 29 und dazu die Auslegung von Ibn Kassir. Tafsid Ibn Kassir. Warte, ich schreibe mal auf. Suche 9, Vers 27. Suche 9, Vers 29. Ach, 29. So, ich habe Screenshot gemacht. Schreib noch mal rein für die anderen auch, damit jeder Screenshoten kann. Erzähl weiter. Ja, achso, ja. Ich pinne das mal an. Nee, du kannst das nicht anpinnen, wenn einer oben ist, glaube ich. Achso. Du kannst ja nur, wenn du alleine bist, kannst du immer anpinnen. Ist nicht schlimm. Suche 9, Vers 29 auf jeden Fall. Ja. Ja, und wie muss man damit leben? Kann so ein Pakt mit Umar auch bei uns stattfinden, wenn jetzt eine Scharia herrscht? Ist das das? Mit was? Den Pakt mit Umar, ne? Wie ist das Leben dann als ein Nicht-Muslim? Ja, unter den dreckigsten Bedingungen lebst du dann neben den Muslimen. Du darfst deinen sogenannten Dimmistatus annehmen und als ein schutzbefohlener, erniedrigter zweiter Klasse-Mensch neben den Muslimen als ein Dreck aufnehmen, ihn leben. Und das Heftigste ist, wenn die Muslime dann, die haben die Berechtigung, in dein Haus einzutreten, dein Essen zu essen, deine Frau zu fägge und alles, was da drin ist, zu machen und zu tun. Und du darfst deinen Mund nicht aufmachen. Sobald du deinen Mund aufmachst und deine Hand erhebst vor einem Muslim, wirst du hingerichtet, sofort. Dieser Vertrag wurde erstellt, damit man die Juden und Christen erniedrigt in ihrer Religion. Wahum Sarirun, Suche 9, Vers 29, damit sie sich gedemütigt fühlen und kleinlaut die Jizya abgeben. Und dann siehst du auf einmal, wie Ar-Razi zum Beispiel sagt, in seinem Tafsir, auch in Ibn Kathir zu lesen, dass derjenige, der die Jizya bezahlt, in einem gebückten Zustand kommt und derjenige, der die Jizya annimmt, ihm einen Nackenklatscher geben darf. So, pam! Wahnsinn. Deswegen... Warum Sarirun? Damit er sich gedemütigt fühlt. Das ist das mit diesem gedemütigt. Eigentlich müsste die ganze Welt den Islam bekämpfen, sofort. Eigentlich müsste man im Islam sofort in seine Schranken weisen und alle Menschen aufklären und sie auch vor die Wahl stellen. Gehörst du zum Islam, musst du dieses Land verlassen, samt deinem Koran und alles. Ja, klar. Weil wir können nicht koexistieren, weil du hast in deiner Religion drinnen, dass du uns alle bekämpfen musst und auch so ein Dimbis machst. Das geht ja nicht. Das ist ja krank. Was ist das überhaupt für eine Religion? Richtig? Ja, richtig. Und da wird ja einfach so erlaubt, toleriert. Es wird noch gesagt, wie Angela Merkel damals sagte, Islam gehört zu Deutschland. Was ist das denn? Danke, Melo. Ja, diese Frau weiß doch gar nicht, was abgeht. Die hat ihre Berater da, die sie von morgens bis abends beraten. Das war's. Denkst du, sie setzt sich jetzt auseinander mit der islamischen Geschichte oder was? Dazu hat diese Frau überhaupt gar keine Zeit. Es liegt an uns, etwas den Menschen hier an Aufklärung mitzugeben und nicht an so Politikern, die nur an ihre eigene Tasche bedacht sind. Verstehst du? Ja, klar. Danke dir, Dibs. Ja, deswegen ist es auch wichtig, dass du hier Aufklärung machst und die anderen Brüder und Schwestern, weil keiner redet von. Du bist der Einzige eigentlich, der richtig knallhart hat. Eigentlich der Erste in Deutschland, der richtig hier geredet hat und alles aufgedeckt hat mit dem Islam. Das war richtig und wichtig. Gott hat dich dafür auch eingesetzt, als Werkzeug. Und andere sind dann mitgezogen. Weil durch dich, das weiß ich, weil ich mit Jugendlichen mal zu tun hatte, die kennen dich. Die halten jetzt, weil die, klar, die sind keine Christen, aber die kennen dich. Und die kennen aber den Islam automatisch ein bisschen mit und wissen, dass der Islam Schattenseiten hat. Und so nehmen die auch deswegen den Islam gar nicht an. Wenigstens nehmen die das schon mal nicht an. Das ist schon mal ein guter Schritt, weil du siehst ja, was eine potenzielle Gefahr darin steht, dass wir Bimbis sind, hast du gesagt, dass wir so unterdrückt werden mit Jesusia-Zahlen und so weiter, mit dem Pakt von Oman. Das ist doch Wahnsinn. Ja, das ist die Legitimation zu ganz einfachem Geld. Was? Was liebst du da? Ich spreche mal lauter. Ich spreche nur über deine Religion, die du angenommen hast und den Koran die ganze Zeit küsst und Jesus Christus verraten hast. Über das spreche ich. Ich lache mich kaputt über deine Verlogenheit. Weißt du, was ich meine? Das ist sowas von abartig. Das ist so krank. Du küsst ein Buch, du küsst ein Buch, das über 270 Millionen Menschen auf dem Buch klatscht. Schämst du dich kein bisschen mehr? Du tust, wo der Allmächtige wird dich sowas von klatschen. Ja, ja, natürlich. Das Allmächtige fliegende Bein, ne? Das Allmächtige fliegende Bein von Allah wird mich klatschen. Was bist du denn jetzt? Bist du Aschariah? Bist du Tsunni? Bist du Shia? Was bist du denn? Was bist du denn? Hör mal, hast du schon mal von Jesus gehört, dass ich jemanden beleidigt habe? Hast du das schon gehört? Den Herrn Jesus Christus kannst du ja auch nicht beleidigen. Was willst du ihm denn vorwerfen? Was willst du dem Herrn Jesus Christus denn vorwerfen? Du bist doch jetzt Muslim geworden. Würdest du deine Frau Muhammad geben, damit er sie heiraten darf? Aber du hast nur Ahnung von Wissen. Ich merke ja, wie gut du drauf bist von deinem Wissen. Du behauptest ja, Jesus ist nicht mal Gott, behauptet er. Natürlich gibt es das. Natürlich gibt es das. Ja, bell hier nicht rum, Mann. Lass doch auch andere mal austreten, Mann. Guck mal, der ist nur am reden, der Typ, ey. Ich darf deine Diskussion führen. Guck dir das mal an. Wahnsinn. Der lässt niemanden ausreden. Der ist voll dämonisch beladen, der Typ, ey. Guck mal, guck mal, was der macht. Und das, wenn der vernünftig hier reinkommt, diskussiert wird. Aber geh mal bitte weg, ey. Er verführt ja seine ganze Familie zu einem Götzenkult und jetzt muss der Steine küssen gehen um seine Vergebung dazu. Das ist schon normal, Mann. Hast du deinen Sohn in eine Religion reingetan, wo er ohne seinen Kopf nicht mehr rauskommt? Hast du den schönen Schahader aussprechen lassen? Du bist nicht mehr normal in der Birne, Mann, ey. Schämt er sich kein bisschen, ey. Hat der Jesus Christus verraten für eine Religion, die 270 Millionen Menschen ermordet hat? Schämt sich kein bisschen mit seinen Zeugs hier reinzukommen. Und dann ist er nur am bellen, ey. Nur am bellen. Wow, 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 wow. Anstatt locker zu bleiben, eine normale Diskussion zu führen. Wie der auch immer das Buch so nimmt, ne? Dieser allmächtige Allah, dieser allmächtige Allah, Jesus Christus, mein Herr, hat mich zu dir geführt und so. Guck, der ist total verwirrt, ey. Das sind die Nachwirkungen vom ganzen Schem-Schem. Ja, das ist doch wahnsinnig. Er ist total verwirrt. Man ist, jedes Mal, wenn ich seine Videos gucke, das ist Verwirrung vom Feinsten. Ich sage, was ist das denn, Mann? Selbst die Verwirrung ist verwirrt von seinem Blödsinn. Das ist doch heftig. Meinst du, der hat in seinem Leben einmal Mohammeds Leben studiert? Meinst du, der hat einmal von A bis Z den Koran von Anfang bis Ende gelesen? Meinst du, der hat einmal die Bibel von A bis Z gelesen? Und dann sagt er zu mir, als ehemaliger Christ, sagt er zu mir, ja, wo soll man Jesus anbeten? Hat der Herr nicht gesagt, wer mich nicht ehrt, der ehrt auch nicht meinen Vater? Wer mich ehrt, wer mich in meinem Namen bittet, den werde ich geben? Ja, wie sollen wir ihn denn bitten? Das ist doch Anbetung. Wenn ich Jesus etwas bitte, der heute nicht mehr existiert, der heute nicht vor mir ist, der in Ewigkeit der allmächtige Gott ist, natürlich bitte ich den. Unglaublich. Ja, Bruder Arme, der behauptet ja auch, Jesus ist nicht Gott. Ich habe mit dem ein Gespräch geführt, der hat mich erst mal gefeiert, der hat gesagt, ich fühle mich gut, was du machst mit Liebe hier. Und die ist so, ja, okay. Dann habe ich dann gepredigt. Dann hat er es wieder nicht gut gefunden, ja, wie Jesus ist Gott. Und Jesus hat nie gesagt, man soll mich anbeten. Ich habe einfach, ah, was ist der da? Ich kannte den ja durch seine komischen Videos. Der ist ja komplett, der ist dieser Katastrophe. Da habe ich keine Worte für. Wirklich Katastrophe. Ja, das ist krass. Ich kam ein paar Mal auf meine For You-Page. Ich dachte mir, was ist das denn bitte? Das ist ja übelste Verwirrtheit. Macht er das, um irgendwie Muslime hereinzulegen? Oder was macht er da so? Das sah mir sehr danach aus. Warte mal bitte. Jesaja 6, 9. Kohle vergibt Sünden. Du siehst doch, dass dieser Sepharim eine Kohle vom wo nimmt? Von dem Altar, wo geschlachtet wurde zur Sündenvergebung. Und an seinen Mund gehalten wird und die Sünde weggenommen wird von ihm. Nicht er küsst das wie du in einem Stein küssen darf. Das war von Himmelreich, die Kohle an Engelbrachten. Er rafft das doch gar nicht. Diese Kohle war vom Altar. Altar, wo Opfer gebracht wurde, wo Vergebung der Schuld bestand. Und das wurde Jesaja an seinen Mund gelegt und er wurde verbrannt quasi. Und das ist nicht Part unserer Religion. Die raffen das ja gar nicht. Dass das nicht Part unserer Religion ist, siebenmal einen Stein zu umrunden, dorthin zu laufen, weil dieser Stein unsere Sünden aufsaugt. Verstehst du das nicht? Ja, das raffen die nicht. Das verstehen die nicht. Das war nur ein Jesaja in dem Moment, weil der Himmelreich sich geöffnet hat. Da kam ja ein Engel mit der Kohle. Da hat ja Gott so alles angeordnet. Und diese Kohle sollte nur diesen Schmerz symbolisieren durch die Hitze, weil durch den Schmerz soll man ja durchgehen, damit wir ja befreit sind der Sünden und so weiter. Weil das war auch ein Zeichen auf den Herrn Jesus Christus, der Schmerzer leiden wird und unsere Sünden auf sich liefst. Ohne den Opfer geht es ja nicht. Das war einfach symbolisch. Und nicht wie bei Demonstrieren, wo die wirklich einen kalten Stein küssen. Hast du selber gesehen, die Kaber, wie die da küssen? Die trampeln sich auch zu Tode. Das ist ja das Schlimmste. Das ist ja nicht Part unserer Religion beziehungsweise Part unseres Glaubens. Jesus Christus ist ja selbst der Eckstein, der verworfen wurde von den Bauleuten. Er ist derjenige, der wahrhaftige Eckstein, der unsere Sünden aufsaugen kann. Er ist es. Du musst zu ihm kommen. Ja genau, Amen. Und nicht vor jedem einen Stein. Ami hast du gesehen, diese Videos, die haben bei Meckern, die Boxen sich richtig für diesen Stein. Ich weiß, hast du mal gesehen, hast du mal gesehen, wie die den abschlecken? Die ganzen Krankheiten werden nach und nach alle verteilt. Das ist so krank. Das ist doch heftig, abschlecken. Danke, Bello. Das ist wirklich, aber das ist doch Wahnsinn. Selbst die älteren Leute, also Omas und so weiter, die Boxen, die ja wechseln mit zu einem Elbungen, geh mal beiseite. Das ist richtig schon krank. Ja, ich weiß. Ältere Leute, die zupsen nie weg und alles. Moin. Ja, das ist wirklich Gottes Segen. Die genannt ist ja Jesus los. Nein, mein lieber Gottes Segen. Gleichfalls. Hallo? Ja, mein lieber Gott, segne dich. Dich und deine Familie auch. Dankeschön. Danke. Und ich habe eine kleine Frage. Und zwar hatten wir ja gestern ein Gespräch wegen dem Christentum und so, dass ich zu dem konvertieren soll und so. Und ich habe ein sehr schönes Video, was ich dir gerne abspielen würde. Hättest du Zeit dafür? Ja, aber mach jetzt keinen Unsinn oder sowas, ne? Nein, nein, wirklich. Ich spiele es ab. Kleinen Moment. Was hat er dir jetzt gebracht? Da macht er, warte, ich habe eine bessere, warte, ich gebe dir eine bessere Sure. Guck mal, Sure Covid. Da hören wir uns lieber zurückkommend an. Hier, guck mal. Jetzt kommt es. Lass uns lieber das hören, ne? Das ist genauso. Bei der Endracing-Virus. Aus China kam der Virus. Oh, die Chinesen, was sie uns eingebrockt haben. Da kommen jetzt viele, viele Impfungen und die Staatsleute wollen uns durchimpfen. Was sollen wir bloß tun? Wir suchen Zuflucht vor den Impfungen bei dir. Das ist genauso, ey. Da kann ich ja die ganze Sura Covid hören, ey. Wie bist du jetzt darauf gekommen, aus dem Nichts, ey? Ja, du weißt ja, Dr. Schecher Abouamil ist immer, immer hat er etwas parat. Aus dem Nichts, aber, ne? Aber richtig. Heftig schlau. Dr. Schecher Abouamil ist immer, immer on point, ihr wisst doch. Immer on point, immer on fire. Immer on fire. Ich lerne immer dazu, ne? Und anders geht's ja nicht. So sieht's aus. Ex-Muslimisch, kack auf deinen Kopf, du kleiner Älter, du kleiner Älter. Guck mal, guck mal, da sind Muslime, bitte hört euch das mal, bitte. Guck mal, der kommt hier rein und repräsentiert seine Religion so. Heftig, ne? Wahnsinn, ne? Das haben die mit mir auch gestern gemacht. Ich hole welche rein und schon beleidigen die. Und einfach so. Ja, aber wer bekommt das dann ab vor den ganzen Leuten? Die haben ultraschlimme Wut dann auf den Islam, weil der Islam diese Leute ja nicht erziehen kann. Merkst du? Der Islam verändert nicht. Du siehst ja, wie die Jugendlichen sind. Sind die deutschen Jugendlichen so? Nein, absolut nicht. Nur die muslimischen Jugendlichen sind so. Ja, das liegt daran, die islamische Erziehung, ne? Ja, irgendwas stimmt doch da nicht. Irgendwas stimmt doch da nicht. Das ist heftig. Ist das nicht laut Koran, dass man sogar die Christen und Juden dich als Freunde nehmen soll? Surah 52 war das, glaube ich? Nein, Surah 5, Vers 51. Ah, Surah 5, Vers 51. Weißt du, Issam Bayam dazu sagt? Der sagt, ähm... Ich schreib mal meinen Kollegen, bitte. Der sagt, ähm... Ja, das ist falsch ausgelegt, wie Amir es da auslegt. Ja, ich lese dir den Tafsir von Ibn Kathir vor. Also, ist er mit Kathir ein Idiot oder was? Ja, anscheinend schon, ne? Was du merkst, wobei es unangenehm wird, wünschte sich Issam Bayam, dass er die Verse streichen könnte aus Koran und Sunder, damit er nicht von dieser Welt kritisiert wird. Es passt perfekt auf ihn. Ja, das ist heftig. Der, der macht ja eine eigene Auslegung dieser Issam und sagt so, nein, das ist was anderes, das ist ja Shahaba und so sind ja die, äh, Jünger von den, äh, von Mohammed und so weiter und wir nicht als Freunde so falsch definiert. Das heißt einfach nur, wir sollen nicht zu nah zu uns sein, mehr auch nicht. Ja, aber so können wir Kumpels und so weiter sein, meint er. Ich denke, was labert er da für Mist? Wir werden da so betitelt wie kein anderer. Wir sind sogar schlimmer als Schweine oder sowas. Na, und dann sieht er mir so ein Islam hier. Was hat er denn für ein Mensch? Worum schämt er sich für seinen Koran? Für die Muslime ist jeder einzelne Götzendiener, die betiteln uns als Götzendiener, wir sind ja unrein und dreck. Nejis. Innamel Mushikun an Nejisun. Für wahr, die Götzendiener sind unrein, dreckig. Ihr alle, die ihr an Jesus Christus glaubt, ihr seid alle in den Augen der Muslime so unreine Kuffar. Und ihr seid schlimmer als das Vieh. Und so heftig ist das Ganze. Und was meint ihr, wenn Muslime euch schlimmer als das Vieh betrachten, wie sie mit euch umgehen? Sura 48, Vers 29. Muhammad ist der Gesandte Allahs. Die, die mit ihm sind, sind barmherzig zueinander, aber hart gegen die Kuffar. Sie werden nur hart gegen euch sein. Nur hart. Ja, und nichts anderes, ne? Das ist heftig. Aber ich finde das immer so krass, wie dieser Isam zum Beispiel, wie man diesen Koran mit locker repräsentiert, richtig, ja, das ist gar nicht so. Ich finde das richtig heuchlerisch. Richtig so mit Lügen. Er lächelt dabei, lügt, ne, und bringt so einen falschen Koran noch bei. Aber ist mit denen, die hängt auch automatisch mit denen ab, mit diesen ganzen Abdul Hamdi Hamza, ist so ein Imam ist das, der mit Arafat ist, mit Irfan und Barello und so weiter. Und die sagen sogar ins Gesicht, ja, wir können euch töten, ja. Blasphemie und so weiter. Eine Todesstrafe liegt bei euch. Ne, und da macht er wieder den harten Koran. Und da fand ich das immer so erschreckend. Er repräsentiert einen auf locker. Das ist nicht so, das ist falsch verstanden. Aber er hängt mit diesen Leuten an einem Tisch, die sogar ins Gesicht sagen, wir würden euch töten, ja. Stimmt. Das musst du dir mal geben. Was sagst du denn? Du kannst ruhig weiterhin. Ich muss mal ganz kurz mal was gucken. Ja, und ich finde das, ich finde das einfach nur richtig erstaunlich und krass. Ne, und wo ich auch mit denen geredet habe, ne, der versuchte mal dieses, ja, dieses, wie ein Vorzeigmuslim zu sein, ne. Aber er hängt wirklich mit denen ab, die richtig gefährlich sind, vom Verfassungsschutz sogar kontrolliert werden. Ne, die, ach, guck mal, da schreibt einer, wo ist der Verfassungsschutz? Ja, die werden sogar kontrolliert, vom Verfassungsschutz nicht. Der Islam, der andere, dieser Imam, und die hängen ja mit diesen Leuten ab. Und das ist so gefährlich, weil die sind wirklich eine potenzielle richtige Gefahr, weil die den Islam richtig ausleben. Das ist wunderbar für die. Ach, Bruder, Amir, das wollte ich dich fragen. Sunder, ist es nicht das, das zu tun, was Mohammed auch getan hat? Ist das Sunder? Ist es dann nicht Sunder als Muslim, eine Neunjährige zu penetrieren? Ja, wenn der Mohammed das getan hat, der ist ja nach Surah 33, was 21 das beste Vorbild, ne, dann hat er auch da das schönste Vorbild hinterlassen, ein kleines Kind zu penetrieren. Wahnsinn, heftig, wie Eichel sogar noch sagt, die spielt mir Puppe, ich hab die Hadise, ich hab die Hadise sogar alle aufgeschrieben, ne, wo ich das einmal gesehen hab, ey, da steht, die spielt mir Puppe, hatte nicht mal die Menstruation gehabt, immer wenn die sagen, die war nicht neun, da steht, die hatte nicht mal ihre Menstruation gehabt, ne, und die hat schon gelebt bei denen. Mit sechs hat die erstmal gehört, weil die Mutter ist ja so wollte, ne, der Mohammed war ja vor der Türe, und die wurde ja schwer krank. Ich glaub, die wurde psychisch krank, verlor ihre Haare, alles, weil die mit so einem durchbrennen muss, hier mit dem verheiratet sein muss, der Mitte 50 ist oder so. Ja. Das ist doch mal richtig Wahnsinn hier. Ne, und dann war die ja bei denen, ne, und hat mit Puppen gespielt, mit ihren Freunden, Mohammed kam rein, die haben die Puppen sogar versteckt, bei Aisha war es erlaubt, weil es ja der Gefährte ist von Mohammed, und weil sie ja klein war, wird sogar da beschrieben, die war ja noch klein und jung, ne, und das ist das Schlimmste. Tatsächlich. Hallo mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie, warum hast du dich stumm geschaltet? Hallo. Guten Tag, es muss Gott segne auch deine Familie. Dankeschön. Wie geht's euch so? Ganz gut, was machst du? Was möchtest du wissen? Hast du eine bestimmte Frage, oder möchtest du irgendwas wissen? Hey, ich möchte doch jetzt eine Frage stellen, oder? Hier, Junge. Scheiß Arschloch, Hund. Du und? Heftig, guck mal, der lässt Koran laufen und sagt, scheiß Arschloch und Hund. Guck mal bitte, wie der ist. Das ist ein richtiger Vorbild. Das ist Prototyp Islam. Beleidigen und Koranrefitation. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, die Lieben? Habt ihr das gesehen? Das geht's brutal. Das ist heftig. sich nochmal bewiesen, dass er Muslim ist und der Islam aus ihm einen ekelhaften Menschen macht. Habt ihr das gesehen? wie Gott uns auch noch bestätigt, dass das genauso ist, wie ich euch das sage? Das sind die Unterschiede. Nächstenliebe und die haben keine Nächstenliebe. Verstehst du? Wir haben dieses Feinde Liebe nicht. Dem Feind, sondern die Betrachtung. Warte mal, was ist das? Harry Passio? Harry Passio? Du bist doch selber auch nicht anders. Ach so. Ich komme und beleidige diese ganzen Leute und sage, du Punkt, Punkt und sowas. Sehr gutes Auffassungsvermögen. Sehr gut. Das machst du sehr gut. Du bist Atomphysiker. Da hast du schon recht. Man hat das doch immer gesehen, Bruder Amir. Du bist doch bei Streams reingegangen, wo Muslime streamen und hast sie doch beleidigt. Hast die Bibel dabei laufen lassen. Hab ich doch immer gesehen. Ja, genau. Das ist natürlich selbstverständlich für einen Christen, die Heilige Schrift laufen zu lassen und dann die Leute zu beleidigen. Klar, dieser Harry Potter da, der hat schon vollkommen recht. Ja, er hat recht. Also, da ist schon Hand und Fuß dabei. So sehen wir. Komm, lass uns wieder den Allmächtigen Herrn Jesus Christus anbeten, damit die Menschen wieder ein wenig Stärkung bekommen. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich bitte zu dir, Herr, und danke dir wieder von ganzem Herzen her, dass wir diese Situation jetzt nutzen, um zu dir zu beten, Herr, und für diese armen Seelen zu beten, Herr Jesus Christus, dass du Gnade an ihnen hast, dass sie ja umkehren von ihrem Verhalten, Herr Jesus Christus, und dich als den wahrhaftigen Gott erkennen und dass du aus ihnen neue Kreaturen machst. Denn nur du kannst das bewerkstelligen. Du bist derjenige, der in der Lage ist, das zu tun, Herr. Du bist der Wundervolle, der Gerechte, der Heilige, Jesus Christus. Du hast uns gezeigt, was es heißt zu lieben, Herr, und auch wir wollen in deine Fußstapfen treten und diese Menschen segnen, Herr. Ja, auch wenn es uns manchmal schwerfällt, aber deine Worte gehen vor und dir allein möchten wir dienen, Herr Jesus Christus, und unser Kreuz täglich auf uns nehmen, auch wenn es steinig und schwer wird, aber dein Stecken und Stab trösten uns, Herr Jesus Christus. Danke von ganzem Herzen, dass wir uns Kinder Gottes durch dich nennen dürfen, Herr, und mach noch so viele Kinder Gottes, wie es geht, Herr. Bitte habe Gnade an allen, die hier drin sind, Herr Jesus Christus, und lass sie im Buch des Lebens verzeichnet sein und sie in deine Herrlichkeit eingehen. Herr, wir wollen auch wieder unsere, die Schwester in den islamischen Ländern nicht vergessen, Herr, die jeden Tag leiden müssen, die jetzt auch leiden, wenn ich jetzt zu dir bete, Herr, dass du ihr Leiden linderst, dass du auch denjenigen, der, der, deine Knechte verfolgt, dass du auch Gnade an ihn hast und seine Sünde nicht anrechnest, Herr Jesus Christus. Herr, wir beten zu dir, Herr, und wir bitten dich, alle bei der Entrückung dabei zu sein, Herr, dass du an uns wirklich deine Gnade offenbarst, Herr, dass du uns mitnimmst, Herr Jesus Christus. Auf dich vertrauen wir, Herr, und legen unsere Seele in deine Hände, Herr Jesus Christus. Darum bitte ich dich in deinem heiligen Namen, Amen. Amen. Wunderschön. Ich möchte kurz das sagen. Jemand hat geschrieben zu mir, ich finde aber schade, dass du Irfan beleidigst. Ich habe Irfan nie beleidigt. Guck mal, diese Unterschiede, beispielsweise ein Bruder Armin, er betet sogar für die Muslime, er betet, dass sie umkehren, damit die die Liebe des Herrn Jesus Christus spüren und der Irfan, ich habe mit denen ein Gespräch geführt und der will dir ja wortwörtlich kaputt boxen. Er nennt uns ja Weichspüler Christen, wenn man Nächstenliebe zeigt. Und das sind so diese Früchte, die ich erkenne, dass das keine Frucht von den Herren ist, sondern Früchte von dem Satan, aber ich habe ihn nie beleidigt, in der Irfan. Aber wenn ich schon sage, er praktiziert eine Irrlehre, dann hat er schon Hand und Fuß, ich habe es bewiesen, ich habe ein Video gepostet, wie ich mit dem rede, und da hat er selber gesagt, er würde die auch schlagen. Weil schlagen ist ja für ihn ein Mittel und Zweck, sich zu verteidigen und sich nicht unterdrücken zu lassen. Aber die Bibel spricht auch was ganz anderes. Paulus hat sogar geschrieben, wir sollen mit Schwachheit predigen, wenn wir gefangen sind, wenn wir verfolgt werden, wenn wir beleidigt werden, wenn uns sogar alles weggenommen wird. Paulus war reich und wurde ganz arm. Und da haben wir auch gesehen, mit der Schwachheit predigen wir am stärksten. Und unsere Schwachheit ist die Stärke. Und so zeigen wir Liebe. Wir sollen ja Böses mit Gutes vergelten, nicht Böses mit Böses. Was habe ich dem Ehefang gesagt? Er will es nicht so sehen. Er nennt uns ein Beispiel. Du musst auch für ihn beten. Er ist, glaube ich, noch sehr, sehr... Ja, er hat ja erst vor kurzem den Glauben angenommen. Du musst für ihn beten, dass Gott ihn auch in der Hinsicht ruhiger macht. Und... Ja. Ja, dass er die Worte des Herrn Jesus Christus verinnerlicht. Das ist sehr, sehr schwierig, auch für mich, glaube ich es mir, von jemandem, der ultrabrutal war, die Leute, sich nicht zu schade war, da reinzuschlagen in die Leute, aber heute ganz anders denkt. Verstehst du? Du darfst niemals vergessen, dass er auch einen ganz anderen Background hat. Und das erst mal schwierig ist. Genau wie für mich. Am Anfang war es selbst nicht für mich leicht. Du kommst aus einem ganz anderen Background und wir auch alle kommen aus einem ganz anderen Background. Ja, das ist so. Du weißt ja, wo ich saß und das nicht umsonst. Ja, ich habe das abgerissen, was ich verdient habe. Verstehst du, was meinst? Wie mein Fleisch manchmal drückt, wenn die Leute mich hier beleidigen. Meinst du, sowas hätte ich mir früher gefallen lassen? Aber siehst du, bei mir hat es auch, das war wie ein Prozess, nach und nach. Der Heilige Geist in dir muss gestärkt werden. Du brauchst Gebet, du brauchst die Bibel, die dir als Gerichtsschnur beispielsweise auch den Heiligen Geist in dir stärkt. Du brauchst Ernahrung. Und deswegen hilft auch das Gebet. Denn in Jakobus 5,16 heißt es ja, das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und es ist ernstlich, wenn wir auch für die Menschen dann beten, dass sie ruhiger werden und besonnener und den Herrn Jesus Christus dann auch repräsentieren. Amen. Richtig schön gesagt. Ja, du hast ja recht. Guck mal, Paulus. Wir wissen auch alle, was Paulus war. Du siehst ja, ich versuche immer, so gut es geht, jedem, der diesen Weg weht. Weil du musst dir vorstellen, wenn du den Islam mit deinem Gesicht auch noch so widerlegst oder kritisierst, du weißt ja, was mit Islamkritikern passiert, überall. Die werden dich nicht mit Samthandschuhen anfassen, sondern die werden dich schon ein bisschen anders behandeln. Und dann siehst du auf einmal, wie die ganzen Muslime, die mit einem ganz bösartigen Geist hier reinkommen, auch bei ihm, und anfangen, nur Mütter zu beleidigen. Und das den ganzen Tag. Und dann, natürlich, irgendwann mal, du bist ja auch nur ein Mensch und dann drehst du durch. Da drückt das Fleisch ja. Ich merke das bei ihm, dass er das auch nicht am liebsten nicht machen will, aber irgendwann mal dann seine Sicherung durchbrennt. Deswegen beständig im Gebet sein und für ihn beten, dass der Herr ihn da besonnen macht. Ja, das ist sehr schön. So musst du in dieser und hinten sich musst du auch so denken. Er hat da vollkommen recht, Bruder Amir. Da hast du vollkommen recht. Das bedeutet, das hat mich auch erinnert an Paulus. Der hieß ja früher hebräischer Name, Saul, ne, Saul. Genau. Saul. Und der war ja damals ein Christenverfolger. Der war ein Pharisäer, ein großer Pharisäer, der Christen verfolgt hat. Und Saul hat ja den Herrn Jesus Christus in der Wüste getroffen, weil er sich da offenbart hat. Und er hat ihn ja auch gesagt, ne, Saul hat ja auch gefragt, wer bist du? Und Jesus antwortete und sagte, ich bin der, den du verfolgst. Na, und dann hat er ja auch gesagt, ich bin der Herr. Und Saul, der wurde ja blind durch dieses Licht. Na, der hat ihn ja auch blind machen lassen. Und der hat ihn ja einen Auftrag gegeben und auch gesagt, dass er sich ja ändern soll und so weiter. Und hat ihn in, ich glaube nach Damas, nee, in eine Stadt geschickt, wo einer ihn heilt. Und das war schön. Paulus Schaul Leben hat sich verändert. Hebräisch heißt das der Große. Und Paulus ist Grinchisch, deswegen der Name Pavlos. das ist der Kleine übersetzt. Und der hat sich dann verändert. Jesus Christus ändert. Von einem Aggressiven wurde er ganz sanft, ne, weil er war ja ein harter Kerl. Na, und er wurde ganz sanft und nannte sich selber Pavlos. Na, griechisches Wort Pavlos und das heißt der Kleine und das, das zeigt, wie der Herr Jesus Christus wirkt. Altes Leben, neues Leben. Na, wie wunderschön, dass er braucht, ist auch bei dir, Bruder Amir. Ich habe nur ein Video mal gesehen, wo du damals noch, äh, so, ich glaube, du hast dich Tech kennengenannt oder so, ne, so ein, so ein Kosename, Spitzartner. Das ist von meinem Bekannten, von meinem Kind als zweite Name. Ja, der hat sich so genannt. Ach so, ach so. Und, äh, ja, da war es halt noch ein altes Leben, da war es einfach nur kein Wiedergeborener und du hast dann, Ja, aber du weißt ja, dass das alles ein bisschen auch ein Prozess ist, ne, der Heilige Geist, in dem muss ja auch gestärkt werden und das geht nur, wenn du Bibel liest und den Heiligen Geist ja auch in dir stärkt, der braucht ja Nahrung, aber wenn du dem keine Nahrung gibst, was passiert denn? Also ist ja auch Spannflamme, verstehst du? Das ist ja das Problem. Echt ein Prozess. So, mein Lieber, ich, 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 ich mach dich mal jetzt raus, ich hol dich gleich wieder rein. Gott segne dich, danke dir für deine Worte. Gott segne dich. Alles klar, bis später. Hi, Amir. Hi, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Deine auch, danke schön. Ich hab nur eine kurze Frage. Ich hab mal mitbekommen, wo Reza mit drin war, dass der eine Telegram-Gruppe hat. Ist das richtig? Er hat seine eigene Telegram-Gruppe, wo er, äh, nur seine Videos halt hochlädt, weil die das überall immer sperren, ne? YouTube, ist das nicht zu TikTok, gar nichts. Ach so, ich dachte, ihr habt da so mehrere christliche. Nee, nee, er lebt da halt seine Aufklärungsarbeit immer hoch, ne? Weil das halt Videos, äh, weil das halt, äh, ähm, Entschlüsselungen sind und, äh, er das nicht einfach hochladen darf. Ja, bei YouTube gibt's aber noch ein paar Videos von dem, das hab ich gesehen. Jaja, jemand hat's geschafft, das hochzuladen. Das ist für mich auch sehr suspekt, Dass er, dass er selber das nicht hochladen darf, aber andere, das ist so krank, ne? Ja. Okay, super, danke. Okay, alles klar, Gott segne dich von deiner Familie. Dich auch, danke, ciao. Ciao. Ja, so ist das, ne? Und dann, wenn wir auf einmal auf der anderen Seite sehen, dass sogenannte Christen, ne? Die, die, wir denken dann, dass sie von uns sind, aber sie waren niemals von uns, so wie der gerade, der eine, äh, der irgendwie den Islam jetzt angenommen hat und so gesagt hat, dass er immer Christ war. Für mich, das ist ja, das ist eine Verwirrtheit in Person. Das hat ja überhaupt nichts mehr mit gesundem Verstand zu tun oder gesundem Geist. Irgendwie kommt es mir so vor, als sind das so die Nachwirkungen von diesem ganzen Zeugs, was er da genommen hat. Er ist ja gar nicht mehr bewusst, was er da sagt, was er macht, wozu er seine Familie da verführt. Mir kommt das so vor, als würde er wirklich in den Hintern der Muslime kriechen. Merkt ihr das? Auch diese Küsserei des, des, des Korans und alles mögliche, ne? Also, er selber ist so christlich aufgewachsen, sieht, was der Islam den Christen antut und nimmt auch noch eine Religion an, wo drinnen steht, dass man Juden und Christen unterdrücken sollte und von ihnen Schutzgeld verlangt. Das müsst ihr euch mal geben. Das ist also sein Auffassungsvermögen von Gerechtigkeit. Und dann sagt er, dass Jesus Christus ihn zu Allah geführt hat. Das müsst ihr euch mal geben. Weißt du, wer ihn zu Allah geführt hat? Das war nur der Teufel. Was war nur der Teufel? Die Liebe Gottes in Jesus Christus wegzulassen zu einer Religion, die dir Huris mit schwellenden Brüsten verspricht. Das kannst du niemandem erzählen. Ich sag's dir. Das kannst du niemandem erzählen. Die denken, du hast sie nicht mehr alle. Ehrlich. Sowohl als Frau als auch als Mann. So sieht's aus. Und so wird es auch immer bleiben, mein Lieben. Dankeschön für die ganzen Likes. Wundervoll. Ihr Gesegnetnis allerhöchst. War schon voll dunkel geworden. Da kommt Fake Barello. Fake Barello. Hallo. Warum nennst du dich Barello und hast sein Profilbild? Weil ich Barello bin. Nein, du bist nicht Barello. Sei einfach, steh einfach zu dir selbst. Und wer bist du? Ich bin Dr. Du sollst dir den Gebetsruf bitte anhören. Was soll ich mir denn da anhören? Leite uns den geraden Weg, nicht den die Christen, denen du deine Gunst nicht erwiesen hast, oder den Juden, auf denen du, dein Zorn auf denen liegt, oder was? So was soll ich sagen? Warum lügst du jetzt eigentlich? Ja, dann zitier doch mal die Alphatia und dann übersetz uns das mal. Auf einmal ist der weg. Ciao. Dreck gepackt. Ja, mit solchen Leuten mache ich nur ein kleines ein kleines Häppchen. Ich habe eine Frage an mir. Was ist denn? Trollstunde, genau. Trollstunde. Antworte den Toren nach seiner Torheit, ihr Lieben, ehrlich. Er hatte was im Ofen. Er hatte was im Ofen. I love Jesus. Bester Name. Grüß dich, mein Bruder. Grüß dich, mein Schweizer Bruder. Jawohl. Gott segne dich. Du bist Albaner, ne? Ja, ja. Gott segne dich. Gott segne dich, mein Wundervoller. Gott segne euch alle, ihr Wundervoller. Dankeschön, dass ihr hier seid. Dankeschön für alles, was ihr macht. Gott segne euch. Gott segne eure Familien. Nehmt niemals irgendeine Religion an oder geht einen anderen Weg als den Weg des Herrn Jesus Christus. Niemals. Vertraut nur den Herrn. Alles andere lasst beiseite. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mir ist gerade so etwas in den Sinn gekommen. Kennst du denn Ben Aysa? Ja, das ist doch dieser Komödiant. Genau, genau, genau. Der hat doch mal in einer Show so gesagt, ja, die Muslime wissen ja gar nicht, weshalb sie Muslime sind, ja. Ja, sehr gut, ja. Komm, 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 du kommst in Jehendem. Komm, komm. Ich muss so lachen, Digga. Ja, einen Satz werde ich nicht vergessen, hat der mal gesagt, meint der, ich kenne, also die Muslime kennen mehr Tupac-Texte als, oder er kennt selber mehr Tupac-Texte als Koran-Ferse. Genau, genau. Ich muss so lachen, Digga. Der ist lustig. Ja, aber der ist wenigstens ehrlich, ne. Gibt zu, dass er so ein Räuchter-Mosler ist, ne. Genau, genau, genau. Hey, ich wollte dich noch was fragen, Amir. Ja, gerne. Kennst du das, wenn du so aufstehst am Morgen und so in dir reingehst und dann spürst du halt einfach so eine Kraft und so eine Zufriedenheit und, 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 dass es dir halt einfach so gut geht, dass du so wie eine Bestätigung bekommst, dass es dir gut geht und du dann halt einfach wie, wie etwas emotional wirst und, 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 und dann auch gerade zum, äh, zum, zum Gott betest. Kennst du das Gefühl so? Ja, natürlich. Okay. Weil ich habe das sehr oft so, oder? Ich merke so, es geht mir so gut und dann bedanke ich mich gleich beim Gott, ja. Natürlich, die Danksagung. Wem gebührt die Danksagung, ne? Ja, ja. Wem gebührt die Danksagung? Wem sagst du danke? Aha, wem? Äh, Jesus. Ja, Jesus, perfekt, sehr gut. Klar, klar, Jesus. Auf jeden Fall, eben, das wollte ich dir noch sagen, ja, es ist schon, äh, die Entwicklung, was ich auch natürlich durchgemacht habe, ja, ich hatte ja auch Tiefes und alles. Danke. Und, 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 aber ich habe nie den Glauben verloren, wirklich, aber ganz im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, dass der Glauben wächst und wächst und wächst bei mir, ja. Amen, sehr gut. Sehr, sehr gut. Möge der Herr dich weiterhin festigen, möge den Heiligen Geist in dir stärken und dass du den Herrn Jesus Christus immer erst lobst und preist in seinen heiligen Namen. Amen. Genau, genau, genau. Danke dir. Ja, und das habe ich natürlich auch noch von meiner Mutter, weil früher, als ich klein war, habe ich immer so zu meiner Mutter gesagt, ja, Mama, ich liebe dich am meisten, am meisten von allen und so. Dann hat meine Mutter zu mir gesagt, nein, mein Sohn, nein, du musst immer zuerst den Gott lieben. Und den lieben Jesus immer und dann, und dann kommst du wieder zu mir und so. Sehr, sehr gut. Und bis ich das manchmal so geschnallt habe, ja. Sehr gute Mutter hast du, siehst du. Ja. Dass sie dir schon damals gesagt hat, du musst Gott mehr lieben als alle anderen. Amen. Genau, genau. Halleluja, Gott segne deine Mutter für diese schönen Worte. Danke, danke, allen, allen, allen. Dankeschön. Ja, wenn ihr, wenn ihr alle Kinder habt, merkt euch diesen Satz. Bringt euren Kindern bei, dass sie Gott mehr lieben sollen als alles andere. Genau, 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 genau. Ja, super, super. Ja, also dann lasse ich dich wieder, gell, Amir? Und wie gesagt, hey, hey, du vergisst mich, wenn du mal in Basel bist. Nein, ich werde dich nicht vergessen. Aber du musst für mich hier festbankieren machen, ne? Ich komme dann in den Schloss und sowas. Ja, kein Problem, kein Problem. Ich komme mit einer Limousine, die ich abholen, glaube mir. Mit rotem Teppich und alles. Kein Ding. Rote Teppiche, hä? Ja, ja. Nur für dich. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Und du musst diese Rosen auf den Boden werfen, damit das so schön aussieht, wie bei Prinz von Samunda. Kennst du den Film? Ja, ja, ja. Kennst du den Film? Wenn ich komme, dann muss Rosen auf den Boden kommen. Genau, genau. Äh, ja. Ja, schön. Nein, eben. Ich lasse dich wieder, gell? Und ich danke dir, gell, für alles, was du hier tust. Natürlich zuerst Jesus, ja. Aber wir auch natürlich. Und auch für dein Gebet und alles. Und ja, und übrigens, ich habe all deine Videos auf YouTube gesehen, gell? All deine Live-Videos. Also, ich weiß nicht, fast so einen Monat dran, so. Aber wirklich, also, das war für mich so wie ein Netflix, ja? So, so serienhaft. Zum Tag muss ich so lachen, hey, was du für Nerven hast. Wirklich, oh, unglaublich, wirklich. Ja, was soll ich denn machen? Aus Liebe heraus, ne? Setze ich auch alles ein, damit die Menschen die Wahrheit hätten. Und das hat sich alles ausgezahlt. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber was du alles so erlebt hast, wirklich in den Live-Shows, sag ich mal, ja. Unglaublich. Ja, ich konnte auch sehr viele Geschwister aufklären, ne? Die nicht wissen, wo sie suchen sollen und alles Mögliche. Dann habe ich das ja alles rausgesucht und ihnen gegeben, damit sie auch etwas haben in der Hand, falls sie in Diskussionen treten, ne? Dass sie sich nicht in die Ecke drängen lassen, sondern wirklich gewappnet sind, ne? Dass sie auch mit ihren... Ich bekomme ja auch Nachrichten, dass sie, dass sie Geschwister mit den Muslimen ins Gespräch kommen und durch die Videos sehr viele Beweise sammeln konnten, ne? Und ihre eigene Argumentation entwickelt haben. Das ist echt Hammer, ne? Wundervoll. Ja, ja. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Möge der Herr euch gebrauchen für sein Reich. Allen, 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 allen. Wirklich allen. Ja, dann lasse ich dich, ja? Und nochmal ganz liebe Grüße und Dekomarmung. Ja, danke dir, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ja, die schau. Ja, und allen, ja. Ciao, ciao, Amir. Ciao, ciao. Ciao, ciao, mach's gut. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Ja, aber man darf ja auch nicht in der Angst verstarren. Das ist ja Quatsch. Sonst braucht man das ja gar nicht zu tun, ne? Amir, was sagst du zu einer Ehe mit verschiedenen Glaubensrichtungen? Nein, davon rate ich dir ab. Es kann nur Probleme auf dich zukommen, ne? Nur Probleme anhand der Erziehung der Kinder. Wenn der Mann oder die Frau nicht an das glaubt, an was du glaubst und dann auf einmal Kinder im Spiel sind und jeder von euch auf einmal versucht, das Kind zu erziehen, das ist eine große, große Katastrophe. Amir hat seinen Hund. Ne, der Hund ist gar nicht hier. Der Hund ist nicht hier. Ich muss jetzt zu ihm. Ich muss jetzt meinen Dogi-Dog holen. Wird in der Bibel beschrieben, wie Engel aussehen? Das weiß ich jetzt auf Anhieb nicht. gut, ne? Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr stark, was er so gesagt hat, ne? Aber als er dann anfing, auf einmal Trump zu preisen und die Leute dazu aufzurufen, Trump zu wählen und so was, da dachte ich mir, das kann doch nicht wahr sein. Da war für mich wieder Feierabend. Da dachte ich dann, nein, ey, warum? Amir, was ist denn der Meinung zu Anhiebiden? Was soll denn dazu sein? Jeder Mensch muss eine Entscheidung für Jesus Christus treffen. Das sind auch Menschen, die Jesus Christus brauchen. Amir, wann bist du morgen, Blatt? Das weiß nur Gott. Das weiß nur Gott, mein Wundervoller. Danke dir für die Hose. Dankeschön für alles, was ihr für mich macht, ne, ihr Lieben. Ohne euch könnte man ja auch die Leute nicht erreichen. Der Herr gebraucht euch ja auch. Und ihr alle habt auch euren Lohn beim Herrn. Gottes Segen, auch dir, Tissi. Amir, denkst du, Mohammed glaubte wirklich an Allah oder wusste er, dass er nur Mittel zum Zweck ist? Genau der letzte Satz ist der richtige Satz. Er war nur Mittel zum Zweck. Er wurde von irgendeinem Dämon heimgesucht, der sich als Engel Gabriel ausgab und ihm diese Sachen diktierte. Niemand hat diesen Engel gesehen, außer Mohammed. Heftig, ne? Und dann die, danke für die Rosen, die Offenbarung, die Offenbarung, wie er das bekommen hat. Da gibt es so krasse Überlieferungen, dass er so auf dem Boden fiel, anfing zu zittern, wie so, wie beim Exorzismus und dann Schaum vor seinen Mund kam und dann irgendwie diese Überlieferung, also diese Offenbarung vom Engel bekam. Ist das krank? Ist das hüftig? Das hört sich so an wie beim Exorzismus. So zappeln und Schaum vor den Mund und so. Ja, 600.000 Likes. Hammer. Wundervoll, ihr Lieben. Dankeschön von ganzem Herzen. Ja, also es ist ein sehr, sehr schlimmer, sehr schlimme Offenbarungen, die dort Mohammed ereilt sind. Also, wie er das bekommen hat. Das hat mich immer wieder erstaunt, als ich mir das durchgelesen habe, in der Biografie von Mohammed, dass er so Schaum vor den Mund bekam und anfing da rum zu zappeln. Das hat sich für mich ange... Also, als ich mir das durchgelesen habe, dachte ich sofort, das hat etwas von einem Besessenen. Pass auf dich auf. Der Jesus Christus passt auf dich auf. Und wenn er sagt, dass ich gehen soll, dann gehe ich. Ihr wisst das doch, ihr Lieben. Sonst brauchen wir gar nicht gläubig zu sein. Ja, gestern haben wir 2,2 Millionen Likes geknackt. Wahnsinn. Und Tollwut, ja, das hört sich sehr nach Tollwut an. Ich freue mich schon auf unseren Herrn. Heute Disco, ja, bei mir zu Hause. Das heißt, es geht zu Hause. Das heißt, es geht besser, Disco. Ah, mein Eis-Cream. Oh, thank you, Gypsy. Roses, roses. 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 Ami, wurde er vergiftet von einer Frau. Danke, die Birno. Danke, die Emi. Ja, er wurde vergiftet von einer Jüdin. Da ist recht. Danke, Tomo. Ah, guck mal. Der Tomo hat einen Kuss gegeben. Tomo hat einen Kuss gegeben. Ich gehe überall mit euch hin, ihr Lieben. Ich nehme euch überall mit. Machenka, danke dir, Machenka. Roses. Du bist ein Zemmutiger, Mann, ach. Was ist deine Meinung über Albaner? Was möchtest du denn hören? Ich liebe alle Menschen, egal welche Nationalität sie haben. Spielt überhaupt gar keine Rolle. Ich liebe Albaner, ich liebe Serben, ich liebe Kurden, ich liebe Libanesen, ich liebe Türken, ich liebe Afghanen, ich liebe alle. Bist du ja immer noch live, ja, ich mache wieder Marathon, ich habe wieder Bock, ein bisschen Marathon zu machen. Ich gucke mir mal an, was hier so abgeht und dann schauen wir mal an. Hörst du mich, Armin? Ja, hallo. Vorhin war mein Internet echt schlecht, ich bin im Motel. Was? Mein Internet war vorhin etwas schlecht, ist es immer noch eigentlich, weil ich bin mit dem Motel-WLAN verbunden. Ach so, okay. Ich wollte nur eine wichtige Frage stellen, Armin. Eine Frage, willst du stellen? Ja, genau. Und zwar, Armin, habe ich mal gelesen, wenn man beispielsweise Christ war, also ich rede jetzt von einem Freund von mir, weil ihm ist das passiert. Wenn man beispielsweise Christ war und dann von dem Glauben abgefallen ist und beispielsweise zum Islam konvertiert ist, dies aber dann von Herzen bereut, dürfte man dann wieder Christ werden? Ja, das ist eine Sache, was wir im Hebräerbrief lesen. Wenn einmal jemand, ja genau, wenn jemand teilhaftig des Heiligen Geistes geworden ist und dann abfällt, ist es unmöglich für jemanden dann zur Erneuerung zum Glauben zu finden. Aber das musst du dann Gott überlassen, wie er das dann macht oder wie er das dann sieht. Wenn jemand so einen Fehler begangen hat aus Unwissenheit, dann ist es natürlich eine andere Sache. Aber wenn jemand da drinnen verharrt und da drinnen bleibt und so unsinnige Äußerungen tätigt und immer noch in seinem Irrtum verharrt, das ist auch wiederum eine ganz andere Sache. Ja, natürlich, das ist eine ganz andere Sache. Bitte? Ich finde es ja auch recht schade, wenn man zum Beispiel, wenn man vom Christentum abfällt, insbesondere dann zum Islam konvertiert, weil, wie gesagt, die Arbeit, die du hier leistest, ich glaube, das sagt mehr als genug. Ja, haben wir alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Aber dieser Hebräerbrief, gehört es dann zu Leuten, die teilhaftig waren, also noch keine richtigen Christen waren, oder die den Heiligen Geist in sich hatten und dann den Heiligen Geist sozusagen gelästert haben? Für wen gilt dann der Hebräerbrief? Ich empfehle, guck mal, ich mag es halt nicht immer so zu lehren, weil wenn ich dir etwas Falsches sage, sagt die Bibel, dass sich das doppelte und dreifache Strafmaß erwartet. Ich empfehle euch, den Vortrag von Roger Liby euch mal anzugucken. Können Erlöste verloren gehen? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Vortrag, den ihr euch durch, also anhören müsst, auch wenn es trocken ist. Aber da könnt ihr sehr viel lernen. Können Erlöste verloren gehen von Roger Liby? Alles wird dort dann eingegangen. Ja, perfekt. Das wäre dann meine Frage gewesen, Armin. Wie gesagt, das war mir nur wichtig, weil mir das auf dem Herzen liegt. Weil wenn meine Freunde verloren gehen, weißt du, das tut mir auch vom Herzen weh, wenn ich sowas sehe. Ja, natürlich. Man will ja nicht, dass seine Freunde oder Familienmitglieder, aber auch alle anderen Menschen verloren gehen. Ja, na klar. Ja, er soll seine Schuld bereuen vor dem Herrn Jesus Christus und die sein Kreuz wieder auf sich nehmen und ihm nachfolgen. 100 Prozent. 100 Prozent. Hast du recht. Ich habe mir auch neulich das Buch gekauft, Allahs Teusch, und das habe ich von dir, das hast du ja empfohlen, glaube ich, von Christian Prince. Ja, genau. Von Christian Prince, genau. Wenn du das Buch durchgelesen hast, bist du besser als jeder Imam, ehrlich. Ja, also ich bin schon bei der Seite 50 und das hat mir schon mehr als genug gegeben. Also, das ist schon ein Hammerbuch. Kann ich jedem empfehlen. Ja, das ist geballte Power, was die Muslime einen da verschweigen, was sich da in den islamischen Schriften befindet. Ja, natürlich. Ja, Amir, ich habe es jetzt ein bisschen eilig. Ich bedanke mich nochmal von Herzen, dass du mich reingenommen hast. Ja, gerne. Alle Ehre dem Herrn. Guten Abend, guten Abend. Gott segne dich und deine Familie, mein Bester. Mach's. Küss dein Herz, danke dir, Thomas. Ach, da kommt Abu Hetzzerei. Das kann doch wohl nicht mehr wahr sein. Sofort raus, wenn es um den Hebräerbrief geht. Du sollst nichts Falsches lehren hier mit dem Hebräerbrief. Ja, das ist das, ne? Das ist das Wort, wo ich mich nicht lehren. Ja, was ist das denn mit Teilhaften? Ja, wenn jemand reingekommen ist, leidhaftig wurde, Heiligen Geistes, ja, und den Herrn Jesus verkündet hat, an ihn geglaubt hat, und dann abfällt, so sagt das Wort eben, auch wenn es uns weh tut, aber wir müssen auf das Wort Gottes hören. Und wenn der Herr weiß, dass da irgendwas in diese Person passiert, dass man ihn nicht mehr zum Buße erneuern kann, dann, wenn das Wort Gottes so was darf. Ja, was ist, wenn jemand das aus Unwissenheit getan hat, also so aus unsinnigen, nichtigen Gründen oder was, und dann, ja, wieder umgekehrt ist. Es geht nicht um die Gründe, Armin. Es geht nur darum, dass er reingekommen ist, erhaftig war, und dann wieder abgefallen ist. Seine Gründe sind vollkommen egal. Es geht nur, dass er abgefallen ist. Okay. Und so einer, so einer kann nicht mehr zum Buße erneuert werden, sagt das Wort Gottes. Das heißt, Gott weiß es ja besser, was in diesen Menschen vorgeht. Ja, das heißt. Dass diese Leute unbußfertig sind. Dass diese Leute unbußfertig sind. Und dass ihr Herzen verhärtet wird. Danke, Carina. Und dass sie den Herrn Jesus für sich selber kreuzigen und zur Schau stellen. Für diese rein und raus. Das heißt also, sie haben das Blut des Herrn und sein Opfer für gemein geachtet und mit Füßen getreten. Ja, das stimmt, ja. Das geht, verstehst du, ein Wiedergeborener kann ja nicht abfallen, weil er mit dem Heiligen Geist versiegelt ist. Das heißt, derjenige war nicht wiedergeboren. Danke, Carina. Und er war nur Teil Haftteilung des Geistes. Und wenn so einer abfällt, dann ist es vorbei. Leider. Deswegen ist es sehr, sehr gefährlich, zum Herrn Jesus zu kommen, ohne Wiedergeburt. Also so ein Alper-Hertig, ne? Einfach nur Larifari-Vlogie. Also so Alper-Hertig, ne? Sehr, sehr gefährlich. Genau. Das ist... Ja, genau. Das Gleiche von Seemann. Danke, Carina. Jesus Mann. Da sagt er, Herr Jesus auch, ne? Es gibt welche, die glauben, eine Zeit lang und in der Zeit der Prüfung fallen sie ab. Fallen sie ab, ja. Der Herr sagt nicht, genau. Der Herr sagt ja nicht, in der Zeit der Prüfung fallen sie ab und sie haben aber die Möglichkeit, zurückzukommen. Nein, der Herr sagt, und dann fallen sie ab. Endgültig. Und sie fallen ab. Ja. Und dann ist der Satz auch beendet. Und deswegen müssen wir auch dann die Tür zumachen, ne? Weil diese Leute sind dann im Dienste des Gegners, im Dienste des Feindes, um dann Unheil zu stiften. Das ist nämlich die andere Seite der Medaille. Ja. Ja, aber der beste Vortrag ist ja immer noch der von Roger Lee, wir können Erlöste verloren gehen, ne? Wie er das Stück für Stück dann erklärt, mit Kindern Gottes und Gläubige und alles Mögliche, ne? Ja, genau. Wir konvertieren ja auch nicht zum Christentum, wie im Islam der Fall ist, dass man zum Islam konvertiert, nein. Ja, genau. Wir kommen zum Herrn Jesus, der der lebendige Gott ist und wir stellen die Beziehung wieder mit Gott her. Wir konvertieren nicht zu irgendeiner Religion, zum Christentum. Das muss aus den Köpfen der Christen endlich raus. Dass wir nicht konvertieren, wie die Muslime zum Islam konvertieren. Das ist eine ganz falsche Annahme, denen wir aber nicht nachfolgen. Wir stellen die Beziehung zum lebendigen Gott Jesus Christus her. Wir sind in einer Beziehung zu ihm. Wir konvertieren nicht wie so eine irdische Religion zum Hinduismus, zum Buddhismus konvertiert, zum Islam konvertiert. Das machen wir nicht. So etwas haben wir nicht. Abraham hat ja auch nicht zum Judentum konvertiert. Hat Abraham zum Gottismus zum Gottismus konvertiert? Nein. Abraham kam zum Glauben an den wahren Gott Israels. Amen. Das ist keine Religion. Das ist immer zum Glauben zum lebendigen Gott. Das ist keine Religion. Ja, da sagst du es. Deswegen sollen wir solche Wörter eigentlich benutzen zum Christentum konvertieren und sowas. Sowas gibt es nicht. Man bekehrt sich, man kehrt um zum lebendigen Gott Jesus Christus. Amen. Sollten wir uns wirklich von solchen Wörtern trennen? Leza, hast du diesen einen Russen da gesehen, der dann auf einmal jetzt in den Islam eingetreten ist? Kam der auch auf deiner For You-Page, oder? Ja, der ist überall. Der machte alle, jede zwei Minuten ein Video. 24 Stunden lang. Ja, ganz, ganz grausam. Er hat auch noch seinen Sohn verführt, den in den Islam zu konvertieren. Also beziehungsweise der Sohn will, also der Sohn hat den Islam auch noch angenommen. Ein, weiß nicht, elf, zwölfjähriger, zehn. Ob der, der hatte noch gar keine Ahnung von dieser Religion. Ja, ohne den Islam zu kennen, hat er den einfach zum Islam reingebracht. Aber ja gut, das ist seine Sache. Und der Sohn ist ja auch schon erwachsen genug, ob jetzt elf, zwölf ist, egal. Die müssen das dann selber wissen. Aber was mit ihm passiert ist in den letzten Tagen, der kriegt da selber Drohung von den Muslimen. Weil es so eine Art Islam macht. Ja, Islam, genau. Ganz, ganz verwirrte Sachen bringt er da von sich. Ja, natürlich, klar. Das ist so einer. Der war drin, ist abgefallen. Für ihn gilt jetzt Hebräer 6.4. Deswegen ist er auch leider so verwirrt. Ah, also er hat auf jeden Fall den Hebräer 10.6, ne? Ja, Hebräer 6.4 wirkt an ihm. Hebräer 6.4, meinst du? Er ist nie wieder zu Buße fähig. Der ist schon abgeschlossen in ihm drin. Die ja auch immer den Koran so küsst. Ein Buch, das aufruft Christen den Schädel abzutrennen. Das ist so krank. Ja, aber sein Hochmut kam zu Fall. Weil er so hochmütig war und sich nicht erst mal ruhig verhalten hat und erst mal gelernt hat, sondern so frech, hochmütig, aufgeblasen kam er dann immer zu den Debatten. Null Ahnung von der Bibel, null Ahnung von Islam. Aber wenn er sich so hochmütig hinstellt, als ob der was wüsste, Gott macht mit solchen Leuten einen kurzen Prozess. Kurzen Prozess, genau. Den Hochmütigen widersteht Gott. Widersteht er. Aber den Demütigen stellt er unter Gnade. Amen, Amen. Ja, das hat mich so ein bisschen, ja, das tut mir auch leid für ihn. Also diese verwirrten Aussagen. Er ist total verwirrt. Er ist total am Ende. Er ist auch, so wie ich das mitbekomme, ist er auch unter Verfolgung. So wie ich das mitbekommen habe. Im Video meinte er, dass jemand einbrechen wollte und ihm und seine Familie was antun wollte. Ja, wenn du die ganze Zeit sagst, dass du ultrareich bist und dass du Immobilien hast und dass du das verkaufen willst und machst und tust. Natürlich kommen die Muslime und wollen alles von dir haben. Ja, aber ich glaube, das sind eben Muslime, die dem an die Wäsche wollen, weil er eben nicht den Islam vertritt, sondern so eine Art verdrehten, verwirrten Islam. Ja, natürlich. Er wird beleidigt und sowas mit seiner komischen Aussagen, die er trifft. Aber ist egal. Auf jeden Fall ist der Mann total verloren. Komplett. Und er zieht ja auch seine ganze Familie damit rein. Das passiert, wenn du abfällst vom lebendigen Gott. Dann gehst du so verwehrte Wege. Ja, traurig, traurig, traurig. Das mit seinem Sohn hat mir am meisten leid getan, als ich das gesehen habe. Wie der den Muslim in den Hintern kriegt, aber vom Allergemeinsten. Der allmächtige Allach. Der sagt immer Allach. Allach. Der sagt Allach. Ja, der sagt ja in seinen Videos auch, der Aller scheißt auf euch alle. Ja, total. In einigen in seinen Videos hat er gesagt, mein Herr Jesus Christus und mein Gott Aller. Ja, leider. Das musst du dir mal geben, als wäre er voll, voll mit so einem Zeugs. Ja, der will jetzt eine neue Religion schnappen, indem er alle zusammenbringt. Alle Menschen haben hier. Reza, der will eine Milliarde Korane hier verteilen. Eine Milliarde Korane, Reza. Ja. Typisch. Das ist so crazy, ne? Ja, ja, ja. Stell dir mal vor, bei einer Milliarde Korane, wenn das Buch nur ein Euro in der Produktion kostet, Reza. Ja, was ist das für eine Summe? Eine Milliarde Euro will er auftreiben, ne? Was ist das? Ein Ölmagnat oder was ist das? Öl, 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 Öl Russe. Hier, wie heißen die Russen, die da mit Öl rumhantieren. Öliger Russe. Ein Öliger. Ja, traurig. Traurig. Oligarch, ja, genau. Oligarch, genau, ja. Ja, ölige Aschen. Ölige Aschen. Ja, es ist ein, man sieht ja auch, ich wusste ja auch sowieso seinen Werdegang, der ganze Prozess um ihn herum habe ich von Anfang an beobachtet und ich wusste, dass es nur früher oder später der vom Herrn Jesus abfällt. Ich wusste es, so wie er es sich gegeben hat. War das nur eine Frage der Zeit. Hallo, grüß dich. Hallo, Gottes Segen. Danke. Gottes Segen. Ja, Gottes Segen. Jungs, ich habe mal eine Frage und zwar, ja, also, ich bin Christ, also, neugeborener Christ, hat mich auch taufen lassen, alles, ne? Und ja, also, ich schließe immer die Bibel und meine ganzen sozialen Medien sind auch voll mit der Bibel und so. Und ja, und ich war halt so im Bett und ich scrolle halt so runter und lese mir Bibelzitate durch, um mein Wissen zu vermehren. Genau, und da kommt mein Bruder, der nicht Christ ist, aber der hat schon so eine Vermutung, dass ich an Jesus Christus glaube und so. Ja. Ja, was schaust du denn da? Also, ja, ich bin auch, ich bin auch auf Instagram. Wer ist denn Mohammed für dich? Wer für mich Mohammed ist? Ja. Der Antichrist. Oh, okay, sehr gut. Ja, also, ich habe mit dem Islam überhaupt rein gar nichts zu tun. Wir wissen ja alle, dass es ja, dass Mohammed in der Höhle gewürgt wurde und das falsche Evangelium verkündigen soll. Das ist ja ganz klar. Das ist offenes Geheimnis. Ja, ich wollte nur sicherstellen, ich wollte nur sicherstellen, dass du kein Troll bist, weil Muslime würden sich nicht trauen, einfach Mohammed so zu beleidigen oder zu sagen, dass er kein Prophet wäre. Um Gottes Willen, ich habe mit dem nichts zu tun. Ja, mein Jungs, mir ist halt wichtig, meine Seele zu retten und genau und ich habe irgendwie heute das Gefühl gehabt, dass ich den Herrn dadurch geleugnet habe. Ja, was, warum? Wie sind die Herrn? Ja, weil ich weil ich auf den Bibelseiten war, auf Instagram und das dann halt so mein Bruder, der reingekommen ist in mein Zimmer, das nicht gezeigt habe. Dass du dich geschämt hast oder Angst hattest oder was? Ich glaube, ich weiß es nicht, ich kann sein, ja, also es war eher so, so, dass ich das, ja, ich habe einfach nur gesagt, so, ja, ich bin auf Instagram, ich habe nicht, ich habe nicht zu ihm gesagt, so, ja, ich gucke mir gerade Bibelzitate durch, sondern, ja, ich habe das halt eher so gesagt, dass ich dann auf Instagram unterwegs bin, ja, du hast den Herrn verleugnet, meinst du? Ja, also, ich habe das so indirekte, so, dieses unwohle Gefühl, ich habe richtig Schuldgefühle, so, und das verfolgt mich den ganzen Tag, so. Ja, siehst du, dass du Schuldgefühle hast, ist ja schon ein Beispiel dafür, dass du im Glauben bist, dass der Heilige Geist eben dir zeigt, dass es nicht in Ordnung, dass du das getan hast. Amen. Du hast dich schuldig gemacht. Ja, wie war, und, was ist das, das war eigentlich? Ja. Luße tun, bereuen, dem Herrn sagen, vergib mir, Herr, ich war da feige, ja, ich habe mich geschämt, ich habe den Menschen gefürchtet, und ich habe nicht dich gefürchtet, an erster Stelle, vergib mir, das war Sünde. Und dann, der Herr reinigt dich, und dann kriegst du wieder Kraft vom Heiligen Geist, und beim nächsten Mal wirst du es besser machen. Ja, auf jeden Fall, also, ich will mich da jetzt auch stellen, weil er ist schon echt so ein stark temperamentvoller Typ, und, er hat auch eine sehr, sehr kriminelle Vergangenheit. Ja. Du fürchtest dich vor ihm, oder was? Nein, aber es ist eher mehr so, ich will das nicht, ich will nicht, dass es in einem Konflikt ausartet, und dass er mich dann halt, dass sie halt uns dann, da schlagen, TikTok sportlich, und, ja. Ja, du darfst dich ja nicht schlagen, wenn er dich schlägt, dann musst du es hinhalten, also musst du auch ertragen, oder halt davonlaufen, du darfst dich ja nicht schlagen mit Menschen. Ja, richtig, richtig, ja. Aber das musst du sehen, wenn der Herr dich so prüft. Ja, Tom, das steht wirklich da drin, das Suche 47 Vers 9. Ja, der Herr Jesus prüft dich ja, um deinen Glauben zu beweisen, da kommst du in Prüfungen rein, und wenn du die Prüfungen nicht bestehst, dann ist das, ist das keine schöne Sache, du musst dich den Prüfungen stellen, also wenn der Herr dich prüft, und dann musst du auch die Prüfung meistern. Ja, und ich wollte auch, und dann, als er rausgegangen ist, dann stand auf meinem Handy 17.17 Uhr. Ja. Was heißt das? Ja, also ich hab da irgendwie das Gefühl gehabt, so, das war eine Prüfung. Ja. Ja, da musst du immer nachschlagen, ne? Wenn der Herr dir ein Zeichen gibt, zum Beispiel 17.17 Uhr, dann kannst du auch nachschlagen. Da schlägst du zum Beispiel auf Matthäus, Vers 17 oder sowas, ne? Ja, ja, ja. Und dann guckst du mal, ob der Herr dir was sagen möchte. Also Matthäus, äh, äh, ich schreib mir das mal auf, ja? Ja. 17.17? Zum Beispiel, das wäre eine Möglichkeit, oder Offenbarung 17.17. Da gehst du mal kurz ein paar Sachen durch, mit Kapitel 17, Vers 17, und schaust, ob der Herr dir was sagen möchte. Ah, okay, okay. Ja, also, diese Schuldgefühle hatte ich lange nicht mehr so, ähm, also, ich fühle mich auch schon wie so ein kleines Kind, der, äh, irgendwas, äh, verbrochen hat, ne? Also, das ist schon so. Unglaublich. Ja, ich hab schon nachgeschrieben, ja, der Herr möchte dir was sagen mit Matthäus 17.17, das hab ich mir schon gedacht. Soll ich dir mal vorlesen? Ja, bitte. Da antwortete Jesus und sprach, oh, du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringe ihn zu mir, ja, diese Unglaube. Siehst du, wie der Heilige Geist durch mich dir gesagt hat, Matthäus 17.17? Halleluja. Halleluja. Wie lebendig bist du, Jesus, mein Herr und mein Gott. Wie lebendig bist du, mein wundervoller Gott, mein Herr und Gott. Oh, genau. Ich krieg gerade richtig Gänse auf, Ja, du sollst glauben, du sollst nicht schwach sein im Glauben, äh, eben glauben, du sollst stark werden im Glauben. Bring ihn her zu mir, also du sollst zurückkommen zum Herrn Jesus. Amen. 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 Ach so, das ist so heftig. Bring ihn her, zu mir, den Ungläubigen. Stimmt, genau, noch heftiger. Der Herr sagt zu ihm, bring deinen Bruder zu mir. Wie lange soll ich dich ertragen, du Ungläubiger? Bring ihn zu mir. Bring ihn zu ihm. Sprich, also zu deinem Bruder. Also soll ich meinen Bruder bekehren? Du sollst ihm vom Herrn Jesus erzählen. Der Herr sagt zu dir, Matthäus 17.17, du ungläubiges Geschlecht, du sollst deinen Bruder zu mir bringen. Bring ihn zu mir, sagt der Herr Jesus zu dir. Lies mal selber, Matthäus 17.17. Ja, okay, das ist echt schon extrem krass, ne? Heftig, ne? So gibt der Herr die Zeichen und dann weißt du Bescheid. Wahnsinn. Das passiert mir in letzter Zeit die ganze Zeit, das passiert die ganze Zeit in letzter Zeit, dass der Herr sich die ganze Zeit durch diesen Satz, den man dann sagt und dann auf einmal beweist er seine Allmacht und seine Gegenwart sofort mit einem Vers und einem Gedanken, den ich dann äußere, der genau dazu passt und das ist einfach nur phänomenal, ne? Ja, ja, ja. Wie der Geist Gottes arbeitete. Ja, der Herr ist, der Gott ist ja lebendig, ist ein lebendiger Gott, der immer zu uns spricht. Der Stunde für Stunde, Minute für Minute mit uns kommuniziert. Nur wir müssen ihn auch wahrnehmen. Amen. Also war das jetzt keine, keine, also keine Leugnung, aber es war eher so, ich habe nicht den Test bestanden, damit ich meinen Bruder bekehre. So nach dem Motto. Genau. Du hast nicht deinem Bruder vom Herrn Jesus erzählt und der Herr Jesus macht dir einen Vorwurf, weil du eben ungläubig warst in dem Moment. Du hast den Glauben sozusagen verleugnet und der Herr Jesus wirft dir das vor und sagt, nein, sei gläubig, und bring deinen Bruder zu mir. Also sprich mit ihm über mich. Bring ihn zu mir. Boah, Männer, ich kriege gerade die Tränen, ja? Hammer. Wenn der Heilige Geist dich berührt und dir Zeichen gibt, dann weißt du Bescheid, dass das der lebendige Gott ist, der mit dir gerade redet. Ja, also. Aber das ist doch schön, das ist schön, dass der lebendige Gott mit dir mitgeht. Ja, auf jeden Fall. Meine größte Angst war halt, dass ich da durch diese Aktion halt mein Heil verliere. Verstehst du? Nein, nein. Ein Wiedergeborener, der zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen ist, wird nie sein Heil verlieren. Der wird gründigen, aber nicht. Ja, natürlich. Also wenn du abfällst, irgendwann mal, weiß ich nicht, Gott bewahre. Wenn du abfällst, zum Islam gehst, dann klar, dann warst du nie wiedergeboren, da warst du nie errettet. Aber ein erretteter Wiedergeborener fällt nie ab, niemals. als er es verbiegelt. Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank. War das so erleichternd, aber vor allem auch mit Matthäus 17, 17, dass ich nochmal diese Bestätigung bekommen habe. Gott sei Dank. Danke, Herr Jesus Christus. Ja. Zum Beispiel war eines Morgens meine Frau aufgewacht. Jemand hat geschellt hier vor der Tür um 4 Uhr 16. Und dann, ich habe das nicht mitbekommen, ich habe geschlafen 4 Uhr 16 morgens, weiß ja, alles dunkel, keiner ist, es ist tiefste Nacht. Normal. Aber meine Frau ist aufgewacht und meinte, jemand hat geschellt und das war total ungewöhnlich. Kein Mensch auf der Straße und das klingelt. Und dann haben wir gesagt, ja gut, nee, der Herr möchte uns was sagen. Lasst uns nachschauen im Wort Gottes nach Kapitel 4, Vers 16. Dann sind wir die ganzen Briefe durchgegangen und dann haben wir herausgefunden, dass die Briefe dann mit 1. Thessalonischer Kapitel 4, Vers 16 aufhören, also mit der Entrückung. Halleluja. Halleluja, ja. Reza, noch eine Sache. Wie sieht es aus mit Träumen? Darf ich von meinen Träumen erzählen? Nein, die Träume für einen Gläubigen sind dann unwichtig. Wenn du jetzt ungläubig wärst und du hättest vom Herrn geträumt oder vom Gericht, dann kann ich dir sagen, ja, der Herr warnt dich, dass du zu ihm kommst und dich bekehrst, damit du nicht ins Gericht kommst. Aber jetzt, wo du wiedergeboren bist, dann darfst du nicht mehr so viel geben auf deine Träume. Amen, okay. Okay, okay. Dann lasse ich das. Dann lasse ich das, ja. Ja, ja. Es sei denn, das sind Warnsignale. Nee, eher was richtig Positives, also was richtig sehr Gutes. Ja, du kannst es trotzdem erzählen. Also so Traumdeutung, Traumdeutung. Würde ich sein lassen. Würde ich sein lassen. Ja, also. Wir sind nicht im Alten Bund mit Traumdeutung. Im Alten Testament, ja, hat Gott zum Beispiel den Propheten, wie z.B. Daniel oder Josef eben die Möglichkeit gegeben, Träume zu deuten. Aber das ist eine spezielle Sache, Charisma, was Gott seinen Propheten gibt. Und wir sind nicht mehr im Alten Bund des Propheten. Ja. Wir sind im Neuen Bund des Glaubens. Deswegen sollen wir uns davon fernhalten. Weil keiner von uns hat die Autorität, Träume zu deuten. Das wurde Gott nur, also hat es Gott nur seinen Propheten gegeben. Und wir sollen nichts mehr jetzt den Worten Gottes hinzufügen. Nichts mehr. Das sind die Prophetie, Deutungen und so. Das macht die charismatische Bewegung, aber wir wissen ja, dass sie falsch sind. Ja, ja, auf jeden Fall. Definitiv. Ja, auf jeden Fall, Bruder. Dann sage ich auf jeden Fall, erzähle ich nichts von meinen Träumen, etc. Dann besser. Da hast du auf jeden Fall recht. Da habe ich auch schon diese Intention gehabt, so, ne, warte, erzähl bloß niemandem von diesem Traum. Weil Traumdeuter und die Leute, die austreiben im Namen Jesus Christus, da hat Jesus gesagt so, ich kenne euch nicht. Euch nicht. Ja, genau. Da muss man vorsichtig sein, dass wir nüchtern wandeln und nicht in diese charismatische Schiene reinfallen. Denn dann sind wir auf dem falschen Dampfer. Genau, genau. Das habe ich auch beibehalten gehabt und deswegen bin ich da extrem vorsichtig. Ja, das ist gut, dass du vorsichtig bist. Ja, Bruder. Ja, Propheten sind in der heutigen Zeit alle falsch. Das sind alles falsche von Teufel geschickt. Weil das Wort Gottes, die Bibel, endet mit den Worten, wer jetzt noch zu diesem prophetischen Buch etwas hinzufügt, also eine weitere Prophezeiung oder irgendwas dem Wort Gottes hinzufügt, dem wird auch Gott die Plagen hinzufügen. Das heißt also, er kommt unter das Gericht. Ach du, ja, das ist ja Offenbarung von Johannes, ne? Ja, damit endet die Bibel. Ja, dass Gott sagt, so, das Wort ist jetzt abgeschlossen. Jetzt darf niemand mehr jetzt etwas hinzufügen meinem Wort. Es ist abgeklossen. Wer jetzt noch hinzufügt, ist ein falscher 50er. Boah. Okay, dann würde ich auf jeden Fall meinen Mund versiegeln bis zum Ende der Tage. Ja, genau. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Zweite Krüter 5, Vers 17. Äh, Vers 7. Halleluja. Ja, danke Bruder, dass du mit dem Heiligen Geist mir dir auch diese Message gegeben hast, weil ich war total heute so voll verwirrt, voll, voll so neben der Spur auch total Gewissensbissen die ganzen Tage so, ne? Ja, es ist nicht ohne, ne? Das ist schon eine Sünde, ne? Boah, das ist brutal. Das ist schon eine Sünde. Und Gott hat dir ein Zeichen gegeben, der Herr Jesus hat dir ein Zeichen gegeben jetzt, ne? Ja. Also Buße tun und dem Herrn Jesus nachfolgend keine Angst haben, zum Herrn Jesus stehen, Gott fürchten, nicht Menschen fürchten, das ist immer eine Sünde, große Sünde. Und genau, das habe ich mir auch heute richtig, ich war heute auch richtig sauer auf mich selbst, ne? Ich so, das ist doch nur dein Bruder, was wäre denn passiert, ne? Ja. Auch dein Bruder hat das Recht, errettet zu werden. Richtig, richtig. Das ist mein großer Bruder, ja? Ja. Big Brother. Genau. Ja, ich würde das ja auch richtig feiern, wenn das wie bei mir, wie bei euch wäre, ne? Weil ihr seid ja auch kleiner Bruder, großer Bruder, ne? Ja, genau. Der Armin ist mein großer Bruder, der ist 57, ich bin 29, ich bin immer noch schön frisch und rück. Ich bin immer noch schön frisch und rück. Was sagst du da? Und er ist schon so, ja. Alter Glaube. Super. Alter Pulaume. Aber Masina Ndi ist da an mir, das gibt's doch nicht. Ja, der möchte den Herrn annehmen. Nein, der nicht. Der hat schon, glaube ich, irgendwas gemacht im Hintergrund. Der Mann hat schon was gemacht im Hintergrund. Ja, und die Geschichte mit Sinan G ist auch hardcore. Ja, ja, ich weiß, dass das fake ist. Das ist auch richtig, also. Die ganzen Muslime auch mit dem ganzen falschen Geist, ne? Die ganzen Herrmann, etc. Ja, ja, gut, Jungs, ne? Alles klar. Ich will euch nicht weiter aufhalten, ne? Ich danke euch für diese... Gott segne dich und deine Familie. Danke dem Herrn Jesus. Alle Ehre dem Herrn. Dankeschön, Bruder. Ciao, mach's gut. Ciao. Du bist ein groß. Du bist ein großer... Wieso ist das Bild so groß und ich so mickrisch in der Mitte? Was hat denn, ein Zentimeter groß nur? Du bist ein Zentimeter groß, du sagst. Ich soll also der Kleinst... Ich soll mich klein machen, Frau Gott. Er ist, er soll groß sein und nicht klein. Ja, richtig, genau. Sehr gut, der Katz. Okay, alles klar. So wie Paulus und Saulus. Ja, genau. Paulus, der kleiner, der geringe, der kleine, der große Paulus, der sich so groß gemacht hat und der Herr hat ihn klein gemacht. Ja, Amen. Von Saulus zu Paulus. Ja, natürlich, Tom. Das ist ein Gebet. Wenn du mit Gott reden, ist Gebet. Das nennt man Gebet auf Deutsch. Und das sind dann wahre Gebete. Wenn du wahrhaftig glaubst an Gott und du mit ihm redest, das nimmt er an. Das sind die Gebete, wo er darauf wartet. Dieses Echte. Aus Glauben. Ich glaube, wir machen langsam mal Schluss, ich bin schon wieder Marathon hier am Machen. Echt jetzt? Ich denke schon, ja. Heftig. Dass der Dr. Scherr Abame sich wieder ausruht, damit es morgen wieder sehr, sehr gute, ihr wisst schon, was gibt. Du willst doch nur Bachelorette gucken. Bachelorette? Ja. Man weiß, wie lange ich keinen Fernseher geguckt habe. Das ist unglaublich. Heftig. Ja, ist auch besser. Dieser Fernseher, der macht einen wahnsinnig. Dankeschön, ihr Lieben, für die ganzen Likes. Dankeschön für was, für das Teilen, die Geschenke, ihr Lieben, wundervollen, gesegnet des Allerhöchsten. Da ist aber noch jemand reingekommen. Du hast noch jemand reingenommen. Ja, ich möchte es nur mal sagen, Jesus destroys Islam. Danke, Tis, für gute Erholung und Gottes Segen haben. Danke dir, ich freue mich. Gypsy, danke dir. Jesus destroys Islam. Hörst du? Ich glaube, der ist schon am Schlafen. Heftig. Okay. Die, die schlafen, die schlafen bei Nacht. Wir sollen nicht Kinder der Nacht sein, sondern wir sind Kinder des Tages. Ja, genau. Also du Abuhetzerei, Ressa. Armin John, hast du noch jemanden in den Wahnsinn getrieben durch deine Hetzerei heute? Ich denke, einige konnte ich sehr gut wieder in den Wahnsinn treiben. Durch dich werden die Krankenkassenbeiträge hochgehen, weil wir die ganze Therapien bezahlen müssen für diese Leute. Durch dich wird alles teurer. Werdest du das nicht? Ja, da hast du recht. Da hast du vollkommen recht. Ich muss wieder einen Gang zurückschalten. Wir müssen dein Blödsinn, weil du die Leute alle kaputt machst in Deutschland. Dich sollte man richtig belangen dafür, für diese ganze Therapie, was du in Deutschland machst. Die Krankenkassen sind pleite wegen dir, Dr. Schäger, Armin. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht mehr wahr sein. Das habe ich dir mal erzählt, da morgens früh, da habe ich da auf einen Kunden gewartet bei der Arbeit, in einer Stadt, ich weiß es nicht mal, aber welche Stadt das war. Und dann habe ich so gewartet und dann habe ich so geguckt auf die Straße, so vorne, so 100 Meter vor mir, da kam immer eine hübsche junge Frau nach der anderen und ging in so ein Gebäude hoch. Und ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Was ist das? Ist das ein Etablissement oder was? Aber um 8 Uhr morgens, das macht doch keinen Sinn um 7 Uhr morgens so früh. Und dann sehe ich immer weiter kommen junge attraktive Frauen und klingeln da und dann gehen die hoch. Ich dachte, ich muss mir da gucken, was das ist. Ist das ein Bordell oder was ist das? Ich steige raus aus meinem Auto, gehe dahin, latsche dahin, komme ich zu dem Gebäude an und dann gucke ich da an mir, Psychiater, Psychologe, Psychiater, Psychologe. Was haben die da gemacht? Ja, die waren alle kaputt, die Frauen. Ja, wahrscheinlich verarscht worden von den ganzen Männern. Ausgenutzt, ausgenommen. Ja, klar. Richtig, richtig hübsche, junge, gesunde, hübsche junge Frauen. Auch gut angezogen. Also, nicht irgendwelche jetzt. War da so ein Terraphoid oder was war das? Das ganze Haus war von, nur von Psychologen, Psychiatern. Unglaublich. Lisa, möchtest du noch ein Gebet vor uns sprechen? Ja. Kann ich machen. Danke, Herr Jesus, dass du uns Kraft gibst, hier auf dieser Erde für dich Zeugnis zu sein, dass wir uns überwinden können, dass wir die Sünde überwinden können durch deinen Heiligen Geist, den du in uns gelegt hast. Dass du uns für würdig achtest, dass wir deinen Namen tragen dürfen. Dafür wollen wir dir danken, ewiglich, Herr, für alles, was du für uns getan hast, was du uns berufen hast, dass du uns errettet hast durch dein kostbares Blut. Du Unschuldslamm, der du uns geliebt hast und dich selbst für uns hingegeben hast, uns gewaschen hast, reingewaschen hast unsere Sünden durch dein heiliges Blut. Du Heiliger, der du für die Unheiligen gestorben bist. Damit hast du deine Liebe bewiesen, Herr, dass du dein Leben hingegeben hast. Für die, die dich nie gekannt haben und dich gehasst haben. Es gibt keine größere Liebe als das, was du hast und das hast du bewiesen, Herr. Ich danke dir, dass wir dich haben, Herr. Bitte dich auch um alle Menschen, die bei Amir waren, gestern, heute, die nächsten Tage, so Gott will, so du willst, dass du sie segnest, dass du sie zu deiner Wahrheit führst, dass sie errettet werden, dass du ihnen Herz und Augen und Ohren öffnest, dass sie dein Wort hören können und dass du sie zu dir ziehst, dass sie errettet werden. Danke, allmächtiger Gott, Vater, unser Vater, der du bist im Himmel für deinen Sohn, Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser. Amen. Amen. Danke, da ist schon. Ja, gerne. Okay, ihr Wundervollen, möge der Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen. Danke euch von ganzem Herzen, dass ihr dabei wart. Möge der Herr Jesus Christus sein Angesicht über euch leuchten lassen, dass ihr wahrhaftig im Herrn Jesus Christus bleibt und auch mit diesem Bekenntnis auch in die Ewigkeit geht und eines Tages vor ihm steht, vor dem Schöpfer des Universums, Jesus Christus, denn durch ihn wurde alles gemacht. Halleluja. So wie wir das heute im Kolosserbrief gehört haben. Durch den Apostel Paulus. Amen. Für ihn und von ihm und für ihn. Ja, genau. Durch ihn und für ihn. Durch ihn und für ihn. Okay, ihr Wundervollen. Dankeschön für alles. Danke, was ihr getan habt. Das ganze Liken, das ganze Teil, die Geschenke und alles. Und ja, möge der Jesus Christus uns weiterhin Gnade erweisen, dass wir noch weitere Streams abhalten können. Und weiter nach vorne mal stehen. Dankeschön auch für die ganzen Likes, ihr schon wieder 700.000 erreicht. Danke, danke, das am ganzen Herzen. Danke an dich. Gottes Segen, auch euch gebührt. Danke, wundervoll. Aber als aller ist es immer dem Herrn Jesus Christus. Amen. Okay, ihr Lieben, dann so Gott will, sehen wir uns dann morgen. Macht's gut. Ciao. Mach's gut, du Hetzel. Ciao, Hetzel. Hetzel. Hetzel.